Rico macht es schon vorbildlich, damit wir fortsetzen können, denn wir sind schon ein bisschen in Verzug. Wir nutzen in der Zwischenzeit mal die Gelegenheit, um ein Grußwort von Pierre Laurent, dem Vorsitzenden der Europäischen Linken, zu verlesen und geben trotzdem die Hoffnung nicht auf, dass der Saal sich während dieses mitreißenden Grußworts Stück für Stück füllt. Liebe Genossinnen und Genossen, ich verlese euch einen Brief von Pierre Laurent an den Parteitag der Linken in Bielefeld am 6. und 7. Juni. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich möchte euch für eure Einladung danken. Leider kann ich nicht bei euch auf diesem Parteitag sein. Wir wissen, dass ihr in Deutschland, dem Land von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble, die Kräfte des Fortschritts vertretet und wir sagen das auch und werden es auch weitersagen. Die Linke hat eine wichtige Rolle dabei zu spielen, die wirkliche Situation in Deutschland aufzuzeigen, besonders die prekäre Situation der Arbeitenden, während Deutschland als ein Beispiel dargestellt wird, dem die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union folgen sollten. Euer Einsatz und eure Aktionen sind in diesem gemeinsamen europäischen Kampf für solidarische und demokratische Alternativen unverzichtbar. Wie ihr wisst, steht Europa an einem Scheideweg. Der Sieg von Syriza in Griechenland hat für ganz Europa neue Möglichkeiten eröffnet und wir müssen die Regierung von Alexis Tsipras unterstützen. Der Juni wird entscheidend für die Verhandlungen zwischen Griechenland und der Europäischen Union. Beim Forum der Alternativen am 30. und 31. Mai in Paris haben die griechischen Parlamentspräsidentinnen Zoe Konstantopoulou und ich appelliert, in der Mobilisationswoche zur Unterstützung des griechischen Volkes vom 20. bis zum 27. Juni das Äußerste zu geben. Ich bin sicher, dass ihr in dieser Zeit mit vollem Herzen bei den Aktionen in Deutschland dabei sein werdet. Das erste Europäische Forum der Alternativen war ein wirklicher Erfolg. Ich möchte mich herzlich bei der Delegation der Linken bedanken, die sich auf den Weg gemacht hat, um an diesem wichtigen Ereignis teilzunehmen, das eine grundlegende Etappe in unserer politischen Arbeit für die Abkehr von der neoliberalen Politik in Europa markiert. Ich wünsche euch einen ausgezeichneten Parteitag und werde mit besonderer Aufmerksamkeit seine Ergebnisse verfolgen. Mit brüderlichen Grüßen, Pierre Laurent, Vorsitzender der Partei der Europäischen Linken. So, liebe Genossinnen und Genossen, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 5, Diskussion über Modelle eines emanzipatorischen Grundeinkommens. Und wie den Aufmerksameren unter euch sicherlich nicht entgangen ist, hat die Tagungsleitung in der Pause zwischenzeitlich gewechselt. Ich darf vorstellen, der sympathische Mensch, der das Grußwort von Pierre Laurent eben verlesen hatte, Stefan Dreher aus dem Landesverband Baden-Württemberg. Von meiner Seite aus links, aus eurer Perspektive rechts daneben hat Platz genommen Jutta Mayer-Siebert aus dem Landesverband Niedersachsen. Zu meiner Rechten von meiner Seite und zu meiner Linken von eurer Seite aus, Birke Bull, Landesverband Sachsen-Anhalt. Des Weiteren will ich die Gelegenheit nutzen, erstens euch mal einen Dank auszusprechen. Wir hatten hier heute, glaube ich, im Tagungssaal so ziemlich durchgehend 30 Grad Celsius. Und für den Verzug können wir alle nichts, den wir mittlerweile haben. Aber dass wir hier und dass ihr hier so diszipliniert durchgehalten habt, angesichts dieser ja doch erheblichen Belastung, mentalen und gesundheitlichen Belastung, dafür meinen großen Respekt und euch einen herzlichen Dank. Und es gibt andere Menschen, die bei unterschiedlichen Temperaturen, in Berlin soll heute auch draußen 30 Grad gewesen sein, den Livestream verfolgen, die wollen wir von hier aus auch mal herzlich grüßen. Vielleicht könnt ihr mit einem ordentlichen Beifall mal deutlich machen, dass wir uns freuen, dass nicht nur im Saal Menschen zuschauen, wie wir hier und was wir hier diskutieren. Die Diskussion um ein Grundeinkommen, um ein solidarisches Grundeinkommen beschäftigt unsere Partei ja schon länger. Wir haben in unserem Parteiprogramm dazu einen Passus beschlossen, der lautet, Teile der Linken vertreten darüber hinaus das Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens, um das Recht auf eine gesicherte Existenz und gesellschaftliche Teilhabe jedes Einzelnen von der Erwerbsarbeit zu entkoppeln. Dieses Konzept wird in der Partei kontrovers diskutiert. Diese Diskussion wollen wir weiterführen. Dass wir heute einen Tagesordnungspunkt auf unserem Parteitag haben, hat damit zu tun, dass bereits im Sommer 2012 der Parteivorstand aufgrund eines vom Göttinger Parteitag überwiesenen Antrags beschlossen hat, dass die Linke verschiedene Modelle eines impanzipatorischen Grundeinkommens diskutieren will und diese Debatte auch auf einem Bundesparteitag fortsetzen möchte. Wir haben bei unserem Berliner Parteitag diesen Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung gehabt und sind aus Zeitgründen nicht dazu gekommen. Heute ist es dann soweit. Im Antragsheft 2 auf den Seiten 2 bis 13 sind ausführlich Argumente pro und contra eines bedingungslosen Grundeinkommens formuliert worden und ihr habt hoffentlich die Gelegenheit schon genutzt, euch mit den Argumenten vertraut zu machen. Wir führen hier heute eine Diskussion ohne Beschlussfassung. Und weil wir hier heute nicht entscheiden wollen, haben wir uns im Arbeitspräsidium und im Parteivorstand überlegt, dass wir vielleicht ein etwas anderes Verfahren wählen, als es sonst für Parteitage der Linken typisch ist. Wir möchten eingangs zwei Eingangsbeiträge, zwei Eingangsreferate hören. Das eine wird von Stefan Wolf von der BAG Grundeinkommen und ein Kontrareferat von Ralf Krämer gehalten. Im Anschluss daran wollen wir hier zur rechten Hand eine Podiumsrunde machen mit Melina Klaus und Michael David, Michael David. Und dann wollen wir anschließend mit unseren Parteivorsitzenden und unseren beiden Gästen ein bisschen diskutieren und zwischendurch sozusagen pingpongartig Beiträge aus der Redeliste hier oben aufrufen und dann wieder zurückgeben ins Podium. Wir müssen schauen, wie wir das schaffen. Wir haben über die beiden Eingangsbeiträge hinaus 60 Minuten für diesen Tagesordnungspunkt vorgesehen. Also das Verfahren wäre wie folgt. Wir haben zunächst die Rede von Stefan, wir haben die Rede von Ralf. Das sind jeweils zwölf Minuten. Wir haben anschließend das Podium zur rechten Hand, das Birke Bull moderieren wird. Da ist vorgeschlagen, dass es jeweils drei Minuten Redezeit gibt für unsere Vorsitzenden und unsere beiden Gäste. Danach eine Saalrunde. Da würden wir dann drei Redebeiträge von unserer Redeliste hier vorne am Mikrofon sozusagen hier auf dem Podium zulassen und anschließend zurückgeben in die Podiumsrunde. Und dann nochmal für den Saal die Möglichkeit zur Freigabe, zum Miteinanderreden, zum Austausch für die Debattenbeiträge von der Redeliste. Wie gesagt, das alles in einem Zeitraum von 60 Minuten. Darüber hinaus wisst ihr, dass es zwei, ich nenne das jetzt mal so deutlich, konkurrierende Anträge zum Thema gibt. Diese Anträge sind mit den Antragsheften verbunden worden. Heute Morgen habt ihr am Delegiertenschalter einen weiteren Antrag bekommen, der versucht, ohne dass diese unterschiedlichen Positionen jetzt wild zusammengemixt werden, quasi einen Verfahrensvorschlag für die Zukunft zu unterbreiten, für das weitere Verfahren dieser Debatte. Unser Vorschlag ist, da wir jetzt diesen gemeinsamen Antrag haben, dass wir dann eben nicht morgen unter sonstigen Anträgen die Anträge zum Grundeinkommen aufrufen, sondern dass wir gleich im Anschluss an die heutige Debatte dann den gemeinsamen Antrag einbringen und dann nach einer Pro- und Kontrarede auch heute abstimmen. Über dieses Verfahren müssten wir uns jetzt hier auch verständigen, das heißt, wir müssen darüber abstimmen. Und deswegen frage ich euch, wer ist mit diesem Verfahren einverstanden? Da gibt es einen Geschäftsordnungsantrag am Mikro 5, bitte, nenn deinen Namen und deine Delegiertennummer. Timo Körmse, Delegiertennummer 236. Bevor ich als Delegierter entscheide, ob ich diesen Vorschlag annehme, hätte ich ganz gerne gewusst, wie viele Redner auf der Liste sind, damit ich entscheiden kann, ob ich die Diskussion hören will oder lieber Delegierte, die zu diesem Antrag sprechen wollen, weil das wichtig ist, ob vielleicht mehr Delegierte zu Wort kommen oder dann im Podium gesprochen wird. Jedenfalls für meine Entscheidung. Also, vielen Dank. Ich kann jetzt erstmal sagen, wir haben insgesamt 23 Wortmeldungen auf der Redeliste. Das ist nicht geheim, sondern die ist natürlich auch wie immer ausgehängt. Das heißt, ihr könnt sehen, wer an welcher Stelle auch zu Wort kommt. Und das Verfahren, was wir jetzt vorgeschlagen haben, da hast du auch recht, das wird vermutlich dazu führen, dass maximal neun, der auf der Redeliste stehen, den Delegierten das Wort haben. Das müsst ihr jetzt entscheiden, sozusagen, wollt ihr das klassische Verfahren, so wie du es jetzt vorgeschlagen hast, dann würden wir jetzt hier einfach nur eine Redeliste abhandeln oder wollen wir das Verfahren wählen, was wir als Arbeitspräsidium vorschlagen, dann haben wir die Möglichkeit des Interagierens. Ich finde das im Übrigen auch ganz hübsch, weil dann im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf die zwischenzeitlich gebrachten Argumente auch nochmal eingegangen werden kann. Aber ich nehme jetzt deine Wortmeldung als, willst du, dass wir deinen Debattenbeitrag als kleinen Augenblick, dass wir deinen Antrag sozusagen so verstehen, dass die ganz normale Redeliste abgearbeitet werden soll, dann musst du einfach nicken, dann würde ich das jetzt mit einer Für- und Gegenrede behandeln wollen. Ja. Gut. Also, es gibt den Antrag auf Mikro 5, dass wir jetzt eine ganz normale Debatte, wie wir sie auf unserem Parteitag immer kennen, durchführen, wobei ich dazu sage, die gesetzten Redebeiträge würden dann bleiben, so interpretiere ich das jetzt. Oder ob wir das vom Arbeitspräsidium vorgeschlagene Verfahren wählen, das ein bisschen interaktiver und anders zu gestalten als sonst. Gibt es zu diesem Antrag eine Gegenrede? Das ist offenbar nicht der Fall. Gibt es für den Antrag eine? Doch, Mikro 7. Tillmann Los, Delegierter aus Sachsen. Ja, mit der Nummer 74. Also, eine Gegenrede, es tut mir leid, dass es lange gedauert hat, aber es gehen gerade nur die Mikros in der Mitte, vielleicht als Hinweis für alle anderen. Eine Gegenrede zu dem Vorschlag des Tagungspräsidiums. Wenn man eine lebhafte Debatte will, ist es, glaube ich, sehr gut, wenn erstens nicht immer die gleichen Leute sprechen und zweitens, wenn man keine Eingangsstatements hat, die jeweils zwölf Minuten lang sind. Die beiden Eingangsstatements sind in vollumfänglicher Länge im Antragsheft. Ich nehme auch an, dass alle Delegierte, warum sollten Sie sich sonst wählen lassen, die auch gelesen haben, ich schlage also auch vor, die Eingangsstatements auf die ganz normale Zeit zu begrenzen, die alle haben, ob das jetzt vier Minuten sind, fünf Minuten sind oder drei Minuten sind es mir egal. Ich schlage jetzt einfach ad hoc vier vor. Lieber Genosse, Los, das war jetzt allerdings weder eine Für- noch Gegenrede, also es war so eine halbe Fürrede für den Verfahrensvorschlag des Genossen an Mikro 5, aber es war jetzt eigentlich noch ein gesonderter neuer Antrag. Wir müssen die Anträge der Reihe nach behandeln. Ich nehme das trotz alledem jetzt erstmal als eine Für-Rede für den eben eingebrachten Antrag an Mikro 5. Gibt es denn eine Gegenrede, das heißt eine Rede, die sich für das Verfahren des Arbeitspräsidiums ausspricht? An Mikro 2, Ralf Krämer, bitte. Finde ich ein bisschen blöd, dass ich das jetzt machen muss, aber ich denke schon, dass wir das so durchführen sollten. Wir haben das entsprechend vorbereitet, diese Debatte hier führen zu können. Wir haben Gäste eingeladen und ich denke, der Zeitaufwand ist schon begrenzt. Und es geht ja hauptsächlich hinterher gar nicht um eine Antragsdebatte. Wir wollen ja hauptsächlich eine Debatte ums Thema führen ohne Beschlussfassung. Die Beschlussfassung um den Antrag ist eine ganz andere Sache, wo es ja auch nur um ein Verfahren geht und gar nicht um eine Entscheidung in der Sache selbst. Also ich bin dafür, beim Vorschlag des Präsidiums zu bleiben. Vielen Dank. Dann ist mein Vorschlag, dass wir zunächst über den Antrag abstimmen, ob wir bei dem vom Antragspräsidium vorgeschlagenen Verfahren bleiben und danach dann den Antrag von Tilman Los behandeln, ob die Eingangsstatements von 12 auf wie von ihm vorgeschlagen 4 Minuten reduziert werden. Wir stimmen also zunächst darüber ab, liebe Genossinnen und Genossen, ob es beim vom Arbeitspräsidium vorgeschlagenen Vorschlag bleiben soll. Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung geben will, den oder die bitte ich jetzt um das Zeigen der Delegiertenkarte. Herzlichen Dank. Die Gegenprobe bitte. Das war deutlich die Minderheit. Damit bleibt es bei dem Verfahrensvorschlag des Arbeitspräsidiums. Wir würden jetzt über den von Tilman Los gestellten Geschäftsordnungsantrag abstimmen, die Eingangsstatements von 12 auf 4 Minuten zu reduzieren. Auch dazu gibt es wieder die Möglichkeit einer Für- und Gegenrede. Gibt es jemand, der für diesen Antrag sprechen möchte? Das ist nicht der Fall. Ihr müsst euch an die Mikros stellen, Genossinnen und Genossen. Nein, gibt es denn eine Gegenrede? Bernd, möchtest du eine Gegenrede halten? Gegen 4 Minuten statt 12. Bernd, Riexinger, Mikro 2. Ich finde, wenn wir schon entschieden haben, dieses Thema zu diskutieren, sollten wir uns auch die Zeit nehmen, uns mit den Argumenten vernünftig auseinanderzusetzen. Und die hätten wir auch, wenn wir jetzt nicht auch noch eine Geschäftsordnungsdebatte führen müssten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir stimmen dann darüber ab, ob die Eingangsstatements von 12 auf 4 Minuten verkürzt werden sollen. Wer dafür ist, den oder die bitte ich jetzt um das Zeigen der Delegiertenkarte. Vielen Dank. Die Gegenprobe bitte. Das waren deutlich mehr. Dann können wir jetzt nach diesem Verfahrensvorschlag verfahren. Wir gehen jetzt in der Reihenfolge vor, dass zunächst Birke die beiden Eingangsstatements Menschen vorstellt. Und im Anschluss daran steigen wir in die Eingangsstatements ein. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir hören zuerst Stefan Wolf. Stefan ist Historiker aus Nürnberg. Er hat studiert neue und neueste Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie. Und nach eigenem Bekunden ist er auf das Konzept Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen schon während des Studiums gekommen. Stefan, du kannst ruhig schon näher kommen. Da sparen wir ein Stück weit Zeit. Stefan ist einer derjenigen, der das Konzept der Bundesarbeitsgemeinschaft mit erarbeitet hat. Damit ist auch schon klar, genau das wird er vorstellen. Stefan, du hast das Wort und zwar genau für zwölf Minuten. Danke. Liebe Genossinnen und Genossen, wir von der BAG Grundeinkommen sind sehr angetan von der Tatsache, dass wir endlich einmal die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen auf einem Bundesparteitag führen können. Wir alle können, wenn wir nach Hause fahren, bezeugen, dass es Bielefeld gibt. Und ich sage, wir können auch bezeugen, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine Zukunft in der Partei Die Linke hat und die Partei Die Linke mit dem bedingungslosen Grundeinkommen eine Vision von der Zukunft. Räumen wir zunächst mit ein paar Irrtümern über das bedingungslose Grundeinkommen auf. Erstens, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht das Ausfallgeld, wenn Mensch kein anderes Einkommen hat. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Einkommen, das jeder Mensch erhält. Und oft wird gesagt, dem Taxifahrer, der Krankenschwester, können wir das nicht erklären. Ich frage, wenn wir Ihnen erklären oder wenn wir Ihnen sagen, ihr bekommt zweimal Geld, einmal für eure Arbeit und einmal nur dafür, dass ihr Mensch seid, warum sollten Sie das nicht verstehen, warum sollten Sie das nicht wollen? Zweitens, das bedingungslose Grundeinkommen drückt nicht auf die Löhne, sondern erhöht die Löhne. Denn es ist ja quasi ein permanent ausbezahltes Streikgeld. Wenn ich weiß, dass ich den langen Atem habe, meine gewerkschaftlichen Forderungen durchzusetzen, dann werde ich das auch tun. Die Kampfkraft der Gewerkschaften würde also erhöht. Ich kann mir gar nicht erklären, warum ausgerechnet Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter manchmal ein Problem mit dem bedingungslosen Grundeinkommen haben. Drittens, das bedingungslose Grundeinkommen ist kein Lohn für Faulheit. Denn gerade durch das bedingungslose Grundeinkommen ist garantiert, dass jeder Mensch mit Erwerbseinkommen automatisch mehr Netto hat als ein Nichterwerbstätiger. Davon profitieren in erster Linie Erwerbstätige mit unterdurchschnittlichem Einkommen. Wer also für den Lohnabstand eintritt, der muss für ein bedingungsloses Grundeinkommen eintreten. Sage niemand, das BGE wertschätze die Erwerbsarbeit nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Halten wir also fest. Das BGE bringt eine Verbesserung für alle Menschen. Es stärkt die Gewerkschaften und es wertschätzt die Erwerbsarbeit. Warum sollten wir also nicht dafür sein? Vielleicht, weil es unrealistisch ist? Vielleicht, weil es eine Utopie ist? Eine schöne Idee, die leider nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat? Um das von der BAG Grundeinkommen vorgeschlagene Modell in der Form einer Sozialdividende umzusetzen, müsste pro Jahr in Deutschland eine knappe Billion Euro bewegt werden. Ist das realistisch? An den Finanzmärkten weltweit werden 10 Billionen Euro pro Tag bewegt. Ist das realistisch? Wenn wir uns den gesamten Weltfinanzmarkt ansehen, den Hochfrequenzhandel, die gigantischen Geldströme, diesen ganzen Wahnsinn, dann sehen wir verwirklichte Utopien. Wir sehen verwirklichte Utopien von anderen. Die perfektionierte Verwirklichung von leistungslosen Einkommen einiger weniger, gegen die sich schon Marx und Engels gewendet haben. Ich finde, es ist an der Zeit, eine andere, wirkliche Utopie zu verwirklichen, die nicht die Gier belohnt, sondern das Menschsein. Eine Utopie, von deren Realisierung nicht wenige, sondern alle Menschen profitieren würden. Linke Kritikerinnen und Kritiker meinen manchmal, es wäre Unsinn, erstes Geld mittels Grundeinkommensabgabe aus der einen Tasche den Menschen herauszuziehen, um es in die andere Tasche als Grundeinkommen hineinzustecken. Nun dazu sagen wir, die Einführung dieses Umverteilungssystems, das sich in einer hohen Staatsquote ausdrückt, ist nötig, um 470 Milliarden Euro pro Jahr von oben nach unten zu holen. Über 70 Prozent der Bevölkerung würden davon profitieren. Gutverdienende und Kapitalbesitzende müssten deutlich mehr abgeben als heute. So kann eine wirklich solidarische Gesellschaft verwirklicht werden, und die wollen wir ja als Linke. Wir wollen eine solche Umverteilung auch um linke Selbstverständlichkeiten wie eine Bürgerinnenversicherung, gebührenfreie Bildung, ein gebührenfreies Mittagessen für Kinder und Jugendliche oder einen gebührenfreien öffentlichen Nahverkehr für alle finanzieren zu können. Denn, wie wir es ablehnen, öffentliche Güter und Gesundheit zur Ware zu machen, lehnen wir es ab, den Menschen zur Ware zu machen. Wie frei zugängliche öffentliche Güter zur Daseinsvorsorge und Bildung sich der Willkür des Marktes entziehen sollen, entzieht das Grundeinkommen die menschliche Arbeitskraft der Willkür des Marktes. Halten wir also nochmal fest. Das emanzipatorische Grundeinkommen bringt eine Verbesserung für alle Menschen. Es stärkt die Gewerkschaften, es wertschätzt die Erwerbsarbeit und andere notwendige Tätigkeiten, es verfolgt eine linke emanzipatorische Programmatik der Umverteilung und es ist, wie ihr in unserem Konzept ausführlich nachlesen könnt, finanzierbar. Warum sollten wir also nicht dafür sein? Vielleicht, weil es keine linke Idee ist. In der linken Ideengeschichte nimmt die Erweiterung des Reichs der Freiheit einen breiten Raum ein. Dabei war es immer wichtig, das Reich der Notwendigkeit zu minimieren, um das Reich der Freiheit zu erweitern. Auch ist es in der linken Ideengeschichte, hat sie verankert, das Reich der Notwendigkeit, menschenwürdig zu gestalten. Ein Grundeinkommen mit seiner demokratiefördernden und freiheitmehrenden Wirkung befördert beide Ziele. Befreiung in der Arbeit und Befreiung von destruktiver, natur- und gesellschaftszerstörender Arbeit. Es ging also von Anfang an der linken Bewegung nicht um eine Logik des Wünscht dir was, sondern um eine Verschiebung der machtpolitischen Gewichte. Dagegen könnte man einwenden, dass die Menschen dann nicht die gesellschaftlich notwendige Arbeit verrichten würden. Aber ist das ein linker Einwand? Was war noch einmal das Ziel der linken Bewegung? Eine Assoziation, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das heißt, die urlinke Idee basiert auf der Überzeugung, dass die Einzelnen in freien Kooperationen in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber ohne Zwang, sondern in freier, demokratischer Abstimmung. Eine weitere linke Binsenweisheit ist, die gegenwärtige Gesellschaft trägt den Keim der Zukünftigen in sich. So sehr wir manchmal über die Gegenwart verzweifeln wollen, auch die jetzt stattfindende Revolution der Arbeits- und Produktionsbedingungen erzeugt die Voraussetzungen selbst, die zu ihrer Überwindung nötig sind. Nötig ist, dass wir als Linke die Chancen der Umwälzung erkennen und die richtigen Antworten darauf geben. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Instrument zur Demokratisierung, Humanisierung und Revolutionierung der Arbeitswelt von unten, von Seite der Produzentinnen und Produzenten. Die Open-Source-Bewegung oder freie Kooperativen könnten eine ungeahnte Dynamik bekommen. Wirtschaftsdemokratie und selbstbestimmte Arbeitszeitverkürzungen würden gefördert, wenn das bedingungslose Grundeinkommen schon eingeführt wäre. Genau dadurch kann sich das Reich der Freiheit maximal entfalten. Das Reich der Notwendigkeit hingegen wird auf das gesellschaftlich erforderliche Maß reduziert und menschenwürdig gestaltet. Fast alle Bestandteile dieser transformatorischen Strategie, die ihr in unserem Grundeinkommenskonzept nachlesen könnt, sind bereits heute Beschlusslage der Partei Die Linke. Unser bedingungsloses Grundeinkommen würde sich also problemlos in die Programmatik der Partei integrieren lassen, ohne dass der Grundkonsens der Partei angetastet würde. Die völlige Gleichberechtigung der Geschlechter wird nicht allein durch das BGE erreicht, aber das BGE verbessert dafür die Voraussetzungen. Ein sozialökologischer Umbau wird nicht allein durch das BGE erreicht werden können, aber das BGE verbessert dafür die Voraussetzungen. Der Wettbewerb zwischen weltumspannenden Konzernen und freien Kooperationen, zwischen Monopolisten und Einzelanbietern, zwischen Siemens, Google und Microsoft auf der einen und Open Source auf der anderen Seite, wird nicht allein durch das BGE entschieden, aber das BGE verbessert deutlich die Bedingungen der Kleinen. Und nicht zuletzt kann nur das BGE dafür sorgen, dass ein Großteil der Kreativität der Menschen entfesselt werden kann, die heute unterdrückt und zurückgehalten wird durch kapitalistische Zwänge und Abhängigkeiten. Es geht tatsächlich um die Verwirklichung eines Menschenrechts, eines Rechtes, das die Linke schon seit Beginn fordert. Das Recht der Menschen auf die freie Verfügungsgewalt über ihr Leben, über die Früchte ihrer Arbeit, den Inhalt ihres Tuns, die Einteilung ihrer Zeit. Das emanzipatorische, bedingungslose Grundeinkommen ist dadurch in seiner Wirkung zutiefst antikapitalistisch und radikal-reformerisch zugleich. Es zeigt den Beginn der nächsten Entwicklungsstufe der Gesellschaft an, in der die Wahnform der Arbeit beginnt, aufgehoben zu werden. Und genau das ist ein Ziel der linken Bewegung von Anfang an. Das BGE kann also gesellschaftlichen Fortschritt bringen, wenn es von links gedacht und gestaltet wird. Ich nehme an, Ralf Krämer wird jetzt gleich darauf Bezug nehmen, dass die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen anstrengend ist, weil Gegnerinnen und Gegner sie immer wieder führen müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Doch wir brauchen die Debatte und wir brauchen das BGE, um als Linke aus der Defensive zu kommen. Denn sind wir als Linke nicht viel zu oft in Abwehrdebatten, führen wir nicht viel zu oft Debatten, wo wir sagen, die Veränderung muss abgelehnt werden, weil sie eine Verschlechterung bringt. Deshalb machen wir die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen zu einer Diskussion über gesellschaftlichen Fortschritt. Wir als Linke können sagen, wie das BGE aussehen muss, damit die Gesellschaft dadurch verbessert wird. Und nur wir als Linke können dafür sorgen, dass die Gesellschaft endlich wieder eine Debatte darüber führt, wie Fortschritt aussehen kann und wie wir unser Leben und das zukünftiger Generationen verbessern. Freuen wir uns auf die Zukunft, indem wir sie bauen. Warum sollten wir also nicht dafür sein? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan. Und bevor Birke jetzt gleich Ralf das Wort gibt, wird sie dasselbe machen wie eben bei Stefan. Sie wird Ralf noch mal ganz kurz vorstellen. Und Ralf bereitet sich vor. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, mit Ralf kommt jetzt ein Kritiker zu Wort. Ralf ist sozialwissenschaftler, ich würde sagen, mit einem besonderen Blick für ökonomische Zusammenhänge. Einige von euch werden sein Buch kennen, Kapitalismus verstehen. Er hat viele Jahre als Bildungsreferent gearbeitet und auch als Redakteur der Zeitschrift Sozialistische Politik und Wirtschaft. Er ist seit vielen Jahren nunmehr Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Meine Bitte ist, Ralf, dass du schon die Zeit nutzt, um nach vorn zu kommen. Er war 2007 bis 2011 Mitglied der Programmkommission. Dort haben wir uns auch kennengelernt. Ralf, du hast exakt für zwölf Minuten das Wort. Höher, höher, ein bisschen höher. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich will erst mal damit anfangen zu sagen, wir sind uns, denke ich, einig, dass wir ein gutes Leben für alle in dieser Gesellschaft einstreben. Und es geht, wenn ich jetzt kritisch mich zum BGE äußere, nicht darum, irgendetwas irgendwem nicht zu gönnen oder irgendwas verhindern zu wollen, was ansonsten sich durchsetzen würde. Das Problem ist, dass ich eine ganz andere Einschätzung habe, zu welchen realen Wirkungen diese Debatte führt und eben eher der Meinung bin, dass sie uns nicht weiterbringt, dass sie uns ablenkt von den Kämpfen, um die es tatsächlich geht. Und da will ich mal ein Marx-Zitat leicht modifizieren. Das Zitat, ich kriege es nur auf den Kopf hin, das heißt so ungefähr so, die Geschichte tut nichts, sie kämpft keine Kämpfe, es ist immer der wirkliche, lebendige Mensch, der alles tut und kämpft. Und bei dem Vortrag gerade hatte ich doch den Eindruck, als würde uns immer das BGE tut, das BGE schafft, das BGE bringt. Das BGE bringt gar nichts, es wird auch nicht kommen. Und das ist das Problem. Wir müssen eine Politik machen, die reale Kämpfe bewegt und die Leute kämpfen nicht fürs BGE. Die kämpfen für ihren Arbeitsplatz, die kämpfen für höhere Löhne, die kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, die kämpfen für ganz konkrete soziale Ziele, die auch durchsetzbar sind durch diese Kämpfe oder die zumindest nicht irgendwo im Jenseits liegen. Das bedingungslose Grundeinkommen hat einfach auch eine Menge Probleme. Es ist aus meiner Sicht weder erforderlich noch geeignet, um die sozialen Probleme zu lösen. Die sozialen Probleme sind viel mehr als die Frage, dass Leute einen bestimmten Geldbetrag kriegen und dann ist alles gut. Das zentrale Interesse, das die meisten Menschen haben, die Erwerbslosen und die Beschäftigten, ist, eine gute Arbeit zu haben. Eine möglichst gute und gut bezahlte Arbeit. Das ist viel mehr als nur ein Grundeinkommen. Das ist mehr Geld, aber es ist vor allem auch Anerkennung, soziale Integration, da hängt viel mehr dran als nur Grundeinkommen. Dann Armutsbekämpfung. Das Grundeinkommen soll Armutsbekämpfung bringen. Ja, aber das können wir viel einfacher und realistischer haben durch eine bedarfsabhängige soziale Mindestsicherung, wie wir sie als Linke fordern. Das ist viel leichter durchsetzbar. Und es ist repressionsfrei und bürgerrechtskonform gestaltbar, wenn wir auf die Leute zugehen, statt sie sozusagen abschrecken zu wollen, wenn man eben eine ganz andere Sozialpolitik macht. Das ist dann auch durchsetzbar. Es ist auch nicht so, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen dann den Unterschied hätte, dass es dann keine Kontrollen mehr gibt. Es ist ja bedingungslos für alle, keiner muss mehr kontrolliert werden, ob überhaupt ein Bedarf da ist. Tatsächlich ist es so, Kontrollen sind notwendig immer, weil das muss finanziert werden. Und wir werden in einem massiv erhöhten Umfang eine steuerliche Umverteilung haben müssen. Und natürlich muss dann kontrolliert werden, dass die Leute auch ihre Einkommen vollständig versteuern. Und das muss wesentlich schärfer kontrolliert werden als heute, weil es muss wesentlich, wesentlich schärfer besteuert werden. Da kann ich gleich dann auch sagen, zu diesen Finanzierungsvorstellungen und Berechnungen in dem Konzept. Es führt jetzt so weit, dass im Einzelnen nachvollziehen zu wollen. Ich sage nur, es funktioniert nicht. Man kann sich nicht hinstellen und einfach ein paar, 10, 20 neue Steuern erfinden und die kumulieren und sagen, damit ist doch alles ganz einfach und wir haben uns das schön gerechnet. Das Volkseinkommen ist die Grundlage für die gesamte Umverteilung. Mehr geht nicht. Es ist so, dass, um die Zahlen mal realistisch zu schauen, man das nicht vergleichen kann mit irgendwelchen Finanztiteln, die an Finanzmärkten bewegt werden, die eigentlich Schuldentitel sind. Man muss es vergleichen mit wirklichen Ausgaben, die in einem Jahr vorgenommen werden. Und dann ist diese knapp 1.000 Milliarden, die zugegebenermaßen das Konzept der BAG Grundeinkommen kostet, das ist mehr, mehr als Bund, Länder und alle Gemeinden in dieser Republik ausgeben bisher. Es ist ein Zweitstaat vom Umfang her. Es ist teurer als alles, was alle Länder, alle Kommunen und der Bund im Moment zusammen ausgeben. Entsprechend braucht man ein mehr als verdoppeltes Steueraufkommen. Locker, ne? Wir haben ein Steuerkonzept, das ziemlich anspruchsvoll ist und das 180 Milliarden Euro einbringen soll. Hier geht es aber um 1.000 Milliarden. Also jeder, der ein bisschen ökonomische Größenordnung kennt, findet das absurd. Es würde nur funktionieren, oder es könnte nur funktionieren, wenn wirklich jeder zusätzlich verdiente Euro in der Größenordnung 70, 80 Prozent besteuert würde. Das erfordert natürlich massiv verschärfte Kontrollen, weil auch das funktioniert nur, weil wirklich jeder Euro so besteuert wird und nichts irgendwie schwarz läuft und so weiter. Es ist aus meiner Sicht vollständig unrealistisch. Dann, also der Unterschied ist nicht, es gibt dann keine Kontrollen mehr. Der Unterschied ist tatsächlich, es wird in die eine Tasche reingesteckt und aus der anderen mit massiv erhöhten Steuern und Abgaben wieder rausgezogen. Und das ist schon ziemlich problematisch mit den verschärften Kontrollen, die damit verbunden sein müssen. Stefan hat gerade gesagt, das wertschätzt die Erwerbsarbeit, es ist gar keine Alternative dazu. Ich erlebe schon, dass in der Grundeinkommensdebatte immer wieder das Grundeinkommen als die emanzipatorische Alternative gewissermaßen zur Erwerbsarbeit dargestellt wird. Es geht um eine Entkopplung von der Erwerbsarbeit. Das steht ja, glaube ich, sogar so ähnlich formuliert im Grundsatzprogramm. Das ist auch eine Illusion. Das BGE wäre ja eine Geldleistung. Was heißt denn Geld? Geld ausgeben. Man kauft Waren. Man kauft Dienstleistungen. Was heißt das? Die haben Leute hergestellt und zwar in Erwerbsarbeit. Am deutlichsten wird das, wenn ich ins Restaurant gehe und bestelle mir da was. Was heißt das? Ich kommandiere quasi, dass der Koch und die Kellnerin oder andersrum, dass die dann was machen, dass die mir was kochen, dass die mir was bringen und zwar nicht, weil sie da Lust zu haben, sondern weil ich bezahle. Und Leute, die ein Geldeinkommen wollen, um damit ihre Bedürfnisse zu decken, wollen das genau so. Ich habe da gar kein großes Problem mit. Aber es ist auf keinen Fall irgendeine emanzipatorische Alternative zur Erwerbsarbeit. Es beruht vollständig auf Erwerbsarbeit. Und zwar auf Erwerbsarbeit, die andere machen. Oder auch natürlich die, die das Grundeinkommen kriegen und dann auch noch Erwerbsarbeit machen. Ist klar. Aber es ist nicht die Alternative. Und die Alternative besteht tatsächlich darin, vor allem in der Arbeit die Befreiung durchzusetzen, die Bedingungen zu verbessern, Demokratie und Selbstbestimmung zu erhöhen und vor allem sie gerecht und gleichmäßig auf alle zu verteilen. Arbeitszeitverkürzung. Aber dann eben so, dass alle weniger arbeiten, aber auch möglichst alle sich beteiligen können am gesellschaftlichen Arbeitsprozess. Und zwar auch speziell am Erwerbsarbeitsprozess. Und damit auch ein eigenes Einkommen erzielen, was im Zweifelsfall auch deutlich höher ist als ein bedingungsloses Grundeinkommen und mit weiteren Vorteilen verbunden ist. Darum bleibt die Aufgabe eine linke Wirtschafts- und Sozialpolitik. Vor allem eine linke Wirtschaftspolitik. Das Ziel der Bekämpfung der Massenerwerbslosigkeit ist unverzichtbar. Nur das ändert auch tatsächlich die Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und in den Betrieben. Wenn nicht mehr wir Angst haben müssen, entlassen zu werden und keinen Job zu finden, sondern wenn der Chef Angst haben muss, keinen mehr zu finden, wenn ich was Besseres habe oder woanders hin will. Das ändert die Kräfteverhältnisse. Sonst nichts. Und da ist eine ganze Menge zusätzliche Erwerbsarbeit notwendig, die auch allemal ermöglichen würde, Erwerbslosigkeit weitgehend zu beseitigen. Und dafür bräuchte man viel, viel, viel weniger Geld als für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn wir unsere Forderungen für ein Zukunftsinvestitionsprogramm, für die Ausweitung sozialer Dienstleistungen und öffentlicher Beschäftigung umsetzen könnten, wäre die Erwerbslosigkeit massiv reduziert und es wäre weitaus leichter und einfacher durchzusetzen, aber wir seht ja, auch das ist mehr als schwer durchzusetzen. Also wir schaffen manchmal nicht, ein paar Milliarden zusammen zu kratzen, aber 1.000 Milliarden soll natürlich kein Problem sein. Auch die Sache mit dem Kombilohn ist nicht so leicht von der Hand zu weisen. Ob das die Befürworter eines linken Grundeinkommens wollen oder nicht, spielt doch dabei gar keine Rolle. Es hat einfach die effektive Auswirkung, dass der Lohn halt keine existenzsichernde Höhe mehr haben muss. Jede Erwerbstätigkeit hätte dann sozusagen Charakter von Zuverdienst. Wir haben ja Leute, die könnten im Prinzip leben von BAföG, von irgendwie aus dem Familienzusammenhang und die machen Minijobs oder sowas. Und das sind die Bereiche, die trotzdem oder gerade deswegen diejenigen sind, wo die geringsten Löhne gezahlt werden, die am ehesten bereit sind, zu Niedriglöhnen zu arbeiten, weil jeder Euro mehr natürlich immerhin besser als nichts ist. Also ich denke, es hätte diese Kombilohnwirkung und man kann natürlich alles Mögliche fordern, dann zusätzlich einen erhöhten Mindestlohn etc., aber es gibt die sozialen Kräfte nicht, die das dann durchsetzen, weil die Begründungen dafür und weil die Interessen dafür nicht mehr da sind. Und wie gesagt, wir müssen uns, glaube ich, schon auf die Interessen und die Kämpfe beziehen, die sich auch real abspielen und organisieren lassen. So, und als Letztes, es ist völlig klar, das ist das Gegenteil von dem, was unsere linken Befürworterinnen und Befürworter eines Grundeinkommens wollen, aber es gibt natürlich neoliberale Vorstellungen eines Grundeinkommens, wo das praktisch sich auf Hartz-IV-Niveau abspielt, wo das den Sinn geradezu hat, die sozialen Regulierungen, die es gibt in der Arbeitswelt, zu schleifen, weil wird gesagt, ist ja alles nicht mehr nötig, auch Sozialversicherungen, ist doch alles nicht mehr nötig, die Leute haben ein Grundeinkommen, was brauchen sie mehr? Alles weitere wird dann privat organisiert, die Versicherungsindustrie freut sich. Das Problem dabei ist, das sind die einzigen Vorstellungen eines bedingungslosen Grundeinkommens, die auch nur einen Hauch von Realisierungschance in dieser Gesellschaft haben, weil dafür gibt es Interessen. Dafür gibt es Teile des Kapitals, die das spannend finden und die ein Interesse daran haben, sozusagen die Regulierung des Arbeitsmarktes zu zerschlagen, die Sozialversicherungen zu zerschlagen und so weiter. Und wie gesagt, es ist schön, wenn linke Befürworter eines Grundeinkommens in der Grundeinkommensszene gegen solche Konzepte wirken. Das finde ich wirklich positiv. Aber es ändert nichts daran, es sind die einzigen Konzepte, die eine reale Chance haben, durchgesetzt zu werden. Darum glaube ich, dass es wichtig ist, grundsätzlich zu sagen, Grundeinkommen hört sich nett an, ist eine hübsche Idee, aber letztlich keine gute Idee und schon gar keine gute Idee für eine sozialistische Partei, weil unser Ziel muss letztlich sein, demokratischer Sozialismus, nicht Grundeinkommen. Das ist nicht dasselbe. Wenn wir Sozialismus haben, haben wir sozusagen die massenerwerbslosigkeit überwunden, dann gibt es schon gar keinen Grund mehr, warum man ein Grundeinkommen brauchen sollte. Und ja, ich denke, das ist die Perspektive und die besteht im Kern darin, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir den gesellschaftlichen Produktions- und Arbeitsprozess organisieren. Das ist die Hauptaufgabe, glaube ich, die Hauptschwierigkeit eines Konzepts von demokratischem Sozialismus, wie wir eine demokratische Organisation des Produktions- und Arbeitsprozesses gesellschaftlich hinkriegen, die nicht mehr kapitalistisch ist. Diese Frage interessiert die Grundeinkommensbefürworter letztlich überhaupt nicht. Okay, insoweit, ich hoffe, es ist deutlich geworden, weshalb ich denke, dass die Grundeinkommensfrage keine Perspektive für die Linke ist und dass es auch tatsächlich nicht nur darum geht, über verschiedene Modelle, linke Modelle von Grundeinkommen zu diskutieren, sondern dass wir im Grundsatzprogramm stehen haben, wir diskutieren das grundsätzlich kontrovers, ob das überhaupt Sinn macht und aus meiner Sicht ist es grundsätzlich keine sinnvolle Idee, sondern wir sollten für höhere Löhne, für bessere Sozialleistungen, Mindestsicherungen, für besser ausgestattete Sozialversicherungen, höhere Renten und so weiter und so weiter kämpfen. Das ist das, worum es tatsächlich geht und wo wir auch Erfolge erzielen können, wo wir Menschen mobilisieren können. Dankeschön. Danke Ralf. Birke wird jetzt die Podiumsdiskussion dort vorne moderieren und die Protagonisten kommen schon mal nach vorne. Ich will in der Zwischenzeit mal die Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass hier ein schickes Samsung-Mobiltelefon vorne abgegeben worden ist und wem dieses Telefon gehört, der oder die möge sich bitte hier vorne melden, und bitte nur diejenige, der oder dem es gehört. Sieht so aus. Und jetzt kann ich das, jetzt kann ich mein Mikro, jetzt kann ich an Birke übergeben. So, liebe Genossinnen und Genossen, es liegt jetzt an uns, hier eine lebendige, eine sachliche und spannende, interaktive Diskussion hinzukriegen. Wir haben vier Gäste hier vorne im Podium. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich euch die Parteivorsitzenden vorstellen muss. Katja, bekanntermaßen diejenige, die sehr engagiert für das Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens streitet. Bernd bekanntermaßen ein Kritiker dieses Konzepts. Katja wird verstärkt durch Melina Klaus. Wir haben auch noch gemischte Diskutanten hier oben. Melina Klaus, ihr werdet es gleich erkennen, ist eine, ist eine Genossin aus Österreich. Melina war viele oder einige Jahre Sprecherin der Kommunistischen Partei in Österreich, einer unserer Schwesterparteien, EL-Schwesterparteien. Sie arbeitet beruflich viel mit Flüchtlingen. Und momentan würde ich fast sagen, du bist im Wahlkampf, weil Melina kandidiert für Wien anders, ein Bündnis von unterschiedlichen Parteien für die Landtagswahl in Wien. Herzlichen Willkommen, Melina. Bernd wird darüber hinaus verstärkt von Michael David. Michael, wir haben uns aufs Du geeinigt. Michael kommt von der Diakonie, hier, also in Berlin. Er ist engagiert in der Nationalen Armutskonferenz, ist deren stellvertretender Sprecher. Interessanterweise kommt sicherlich in der Diskussion auch zum Vorschein, ist er einer der Autoren auch von zehn Alternativvorschlägen zu Hartz IV. Er arbeitet im Zentrum für Migration und Soziales. Wir haben vorhin miteinander vereinbart, vereinbart das Verfahren und kämen jetzt quasi zu einer ersten Möglichkeit der Reaktion auf die Beiträge von Stefan und von Ralf. Und wenn ihr hier gemischt Platz genommen habt, dann soll es ruhig auch gemischt zugehen. Und ich würde Bernd zuerst für exakt drei Minuten das Wort geben. Ja, ich habe vier Gründe, worum ich das kritisch betrachten möchte. Aber zuerst sagen, dass uns zwei Dinge einen. Erstens, dass wir als Linke nicht akzeptieren, dass Menschen von der Erwerbsarbeit ausgeschlossen und in die Armut abgedrängt werden. Zweitens, dass wir dieses unsägliche Sanktionsregime von Hartz IV ablehnen und Arbeitszwang ablehnen, der die Menschen zwingt, Arbeit unter jedem Preis und zu jeden Bedingungen anzunehmen. Das sind die Gemeinsamkeiten, die uns zusammenschweißen. Der Weg zu diesem Ziel bringt uns etwas auseinander. Ich möchte zuerst einen grundsätzlich philosophischen und theoretischen Grund nehmen, warum ich da dagegen bin. Wenn wir uns vorstellen würden, wir würden Sozialismus machen, Sozialismus heißt da, wir verfügen selber über die Produktivkräfte, über die gesellschaftliche Organisation der Arbeit, dann würden wir doch, wie Marc sagt, diese Arbeit möglichst effektiv unter gesellschaftlicher Verantwortung machen, mit wenig Arbeitsstunden und wir würden gucken, dass sich alle Menschen daran beteiligen können, entsprechend ihrer Fähigkeiten und Interessen. Und ich glaube, das wäre unser Ziel als gesellschaftliche Organisation im Sozialismus. Ich kann nicht erkennen, wie das BGE zu diesem Ziel führen kann. Zweitens, es gibt einen theoretischen Fehler, da hat Ralf darauf hingewiesen. Zwar sagen die BGE-Leute, wir müssen alle Arbeit nehmen, nicht nur die Lohnarbeit. Wenn ich aber ein BGE auszahle in Geld, dann ist es eben so, dass praktisch die Geldform ausschließlich die Form von Lohnarbeit ist. Lohnarbeit produziert Waren, die praktisch in Geldform gekauft werden können. Und für die Arbeitskraft gibt es Geldform. Es gibt keine andere Wertschöpfung, Geldwertschöpfung der Arbeit, obwohl es andere Arbeit gibt. Sind die drei Minuten schon rum? Wir machen das so, wir kündigen eine Minute vorher an, damit ihr euch darauf einstellen könnt, Bernd, und die Minute läuft ab jetzt. Okay, also ich will damit sagen, auch die Bezahlung des BGE ist von der Lohnarbeit abgeleitet und von daher nicht unabhängig von der Lohnarbeit. Und deswegen funktioniert es auch nicht, dass die Lohnarbeitenden mitmachen, weil sie das Gefühl haben, wir müssen es ja bezahlen, womit sie instinktiv auch Recht haben. Dritter Grund, ökonomische Einwände. Es ist in der Tat nicht logisch, dass wir eine Billion umwälzen, um den Leuten praktisch 1.050 Euro, was ja nicht besonders viel ist, auszuzahlen, mit einem Riesenaufwand und mit einer Kontrolle und mit einer Riesenbesteuerung von Einkommen ab 4.000 oder 6.000 Euro. Das gibt keinen ökonomischen Sinn, dürfte auch nicht durchzusetzen sein. Letzter Punkt, ein strategischer. Ich glaube, dass durch eigentlich solche Ziele, die keine Bündnisse zwischen Lohnarbeiter und anderen Erwerbslosen und anderen Gruppen herstellen, dass von den notwendigen, dringend notwendigen Kämpfen und Auseinandersetzungen eher abgelenkt wird. Es wäre besser, wir würden Forderungen formulieren, die Erwerbslose und Beschäftigte zusammenbringen, wie Arbeitszeitverkürzungen, wie Grundsicherung ohne Sanktionen. Dinge, für die dann tatsächlich auch gekämpft wird in der Gesellschaft. Danke, Bernd. Im gemischten Doppel hat jetzt Melina das Wort. Drei Minuten. Okay, vielen Dank. Ich werde mich in einer für mich ungewohnten Sprechgeschwindigkeit versuchen. Die KPÖ hat im letzten Jahr mit überwiegender Mehrheit das bedingungslose Grundeinkommen als programmatische Forderung beschlossen. Auch wir haben sehr lange, nahezu zehn Jahre, sehr offen über dieses Modell diskutiert. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Grundeinkommen greifbar und kommunizierbar macht und erkämpfbar macht, was wir unter gesellschaftlichem Reichtum verstehen, der auch mehr ist als das, was wir in der Erwerbsarbeitssphäre vor uns haben. Für uns ist es ein wichtiger Baustein im Entwurf gesellschaftspolitischer Alternativen und freilich ist es kein Patentrezept und es ersetzt keinesfalls andere politische Forderungen. Und wir sehen es ein bisschen, also wir haben kein sehr ausgeklügeltes Konzept dafür, sondern uns war wichtig, dass zu Beginn steht, für uns ist es ein politisches Leitbild. Also vielleicht kurz aus dem Beschluss, ein BGE fungiert als Wegweiser für unsere Politik, die ein Netz möglichst bedingungsloser Unterstützungen, Geldunterstützungen wie Kindergrundeinkommen, Bildungsgeld, Mindestpension und freien Zugang zu wichtiger Infrastruktur, allem voran unsere Energiegrundsicherung oder Freifahrt oder Gratis-Kindergärten zum Ziel hat. Beim BGE geht es für uns nicht nur um Verteilung von Geld, sondern auch um die Verteilung von Arbeit, Zeit und Ressourcen, auch zwischen den Geschlechtern und wir denken, es ist ein guter Ansatz, über Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsverteilung zu diskutieren. Es steht für ganz grundlegende Prinzipien am Weg in eine solidarische Gesellschaft und nimmt auch Kritik an Regelungen des Sozialstaates auf, die vor allem von Feministinnen entwickelt wurden. Der Kapitalismus macht unsere Lebensgrundlagen und Menschen kaputt, entzieht ihnen Würde und in wesentlichen Fragen die Möglichkeit zur Gestaltung. Es war für uns teilweise ein kleiner Schritt aufgrund dieser langen Diskussionen, das Grundeinkommen zu beschließen. Es ist uns aber bewusst, dass es vielleicht ein großer Schritt für eine kommunistische Partei war. Denn ja, es geht auch um den Umbau der erwerbsarbeitszentrierten wohlfahrtsstaatlichen Systeme. Das BGE ist eine offensive Forderung und offensiv tut uns gut. Und was uns gut tut, glaube ich, hat auch eine Strahlkraft an diejenigen, die wir überzeugen wollen. Und ihr wiederum, das muss ich jetzt noch ganz kurz sagen, als Eingeladene, als Deutsche Linke, habt eine große Ausstrahlungskraft für die europäische Linke und es ist sehr wichtig und inspirierend, wenn ihr diese Diskussion vorantreibt. Dankeschön. Herzlichen Dank an Melina Klaus. Michael, David kann darauf eingehen. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir diese Diskussion führen. Ich möchte mal damit einsteigen, etwas Verbindendes zu sagen. Ich glaube, dass der Wert der Grundeinkommensdebatte ist, dass wir über zwei Sachen sprechen. Nämlich einerseits über Sanktionen und darüber, dass soziale Mindestsicherungsleistungen in Deutschland unter einem Arbeitsmarktvorbehalt stehen. Das sind zwei Kernthemen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Viele von euch kennen vielleicht die Studie von Klaus Dörre, Bewährungsproben für die Unterschicht. Die ist gerade in linken Medien sehr rund gegangen und er beschreibt da, was Erwerbslose alles tun, um irgendwie an Arbeit teilzuhaben und dass sie trotzdem noch maßloser Repressionen ausgesetzt sind und der Unterstellung, sie wollten gar nichts erreichen. So, wenn ich mir jetzt aber überlege, in dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung, was sind da die nächsten Schritte, um weiterzukommen, glaube ich nicht, dass der nächste Schritt ist, dass wir ein Konzept diskutieren, was eine sehr weite Perspektive hat, was sehr lange Umbauszenarien mit sich bringt und was sehr, sehr viele Fallstricke in der tatsächlichen Verwirklichung mit sich bringt und was zwei andere Fragen auch nicht wirklich beantwortet, nämlich die Frage von Armut trotz Arbeit und wie gehen wir heutzutage mit dem Arbeitsbegriff eigentlich um. Natürlich wird in der Grundsicherungsdebatte gesagt, die Leute können dann freier sich einbringen und gestalten, aber in der Tat ist es so, dass es für die Menschen ja einen hohen Wert hat, auch Erwerbsarbeit zu bekommen und dass, wenn ich eine Sicherung mache, die dann dazu führt, dass sobald jemand arbeitet, eigentlich eine irrsinnige Belastung an diesem Punkt eintritt und diese Grenze eine massive Schwelle darstellt, glaube ich, dass es für viele Menschen sehr große Schwierigkeiten mit sich bringt und dass dann natürlich unglaublich viele Menschen versuchen werden, diese Schwelle gar nicht erst überschreiten zu müssen, sondern sich irgendwie andere Lösungen suchen und da wären wir dann auch bei dem Kontrollaufwand. Ich möchte noch auf ein Argument eingehen und das ist sicherlich zu lösen. Wir haben heute massive Probleme bei Hartz IV dadurch, dass wir Pauschalen haben. Es gibt die Problematik des Kühlschranks, des Kinderfahrrads, es gibt die Problematik, dass nicht mehr mehr der Weihnachtsbaum drin ist. Die meisten feiern ja Weihnachten. So, und diese ganze Problematik der Pauschalierung habe ich bei einem bedingungslosen Grundeinkommen noch viel, viel stärker. Was machen wir eigentlich mit den vielfältigen Notsituationen, wo Menschen ganz konkrete Hilfen gebrauchen? Ist das da eine Antwort? Bevor die erste Saalrunde in den Blick gerät, das ist das Signal an das Tagungspräsidium, euch zu sortieren, hat jetzt Katja das letzte Wort für diese Runde. Also ich möchte wie Bernd am Anfang sagen, was uns eint, das ist die Kritik des Arbeitszwanges, des Sanktionssystems und die Kritik daran, wenn Menschen widerwillen erwerbslos sind. Zwei Gründe, warum ich finde, dass das Grundeinkommen ein ganz hervorragendes Transformationsprojekt ist. Zum einen, wenn man eine Sozialleistung nur für eine ganz bestimmte Gruppe auslegt, besteht immer die Gefahr, dass das mit einer Stigmatisierung verbunden ist. Und wer in Hartz IV lebt, das zeigen viele Befragungen, sagt, dass er nicht nur unter dem materiellen Mangel leitet, sondern auch dieses Gefühl, man hat ein keinsmal auf der Stirn, Eltern fragen nicht die Leistung des Teilhabepaketes ab, weil sie nicht wollen, dass die Leute wissen, dass ihre Kinder in Hartz-IV-Familien sind. Wenn man jetzt eine universelle Leistung hat, die jeder am Monatsanfang bekommt, kannst du niemanden mehr stigmatisieren dafür. Man kann nicht sagen, ey, du Grundeinkommensbezieher oder du Grundeinkommensbezieherin, weil es jeder ist. Also deswegen universelle Leistung schützen vor Stigmatisierung. Und das Zweite, niemand von uns kann garantieren, was passiert, wenn ein Grundeinkommen ist. Wir wissen aber, was passiert, wenn das Gegenteil vom Grundeinkommen herrscht, nämlich Hartz IV. In allen vier Kriterien ist es das Gegenteil. Und da wissen wir, dass die Konzessionsbereitschaft, also die Bereitschaft, schlechte Löhne und schlechte Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen, deutlich gestiegen ist. Und das ist auch kein Wunder, weil wenn man sich jemand über unbezahlte Überstunden beschwert hat und der Chef sagt, naja, ist vielleicht besser, als in Hartz IV zu fallen, sozusagen mindert das halt die Widerstandsfähigkeit. Und deswegen glaube ich, in einer Welt, wo es kämpferische Gewerkschaften gibt, eine gute linke Partei und aktive soziale Bewegung, wenn dann noch jeder ein Grundeinkommen hat und weiß, er ist nicht existenziell bedroht, es gibt immer etwas, was er sicher hat, wofür er nicht stigmatisiert wird, ist meist der Einzelnen in einer ganz anderen Verhandlungsmacht, auch gegenüber denjenigen, die das Eigentum an Produktionsmitteln haben. Und insofern glaube ich nicht, dass das Grundeinkommen spaltet. Und ich meine, vielleicht ist das auch in der Gewerkschaft selber schon noch ganz anders diskutiert. Ich will deswegen abschließend auf eine Befragung verweisen. Bei der IG Metall gab es eine Befragung, so wollen wir leben, 180.000 Antworten. Und eins von fünf Top-Themen, welche Forderungen man an die Politik stellen soll, war das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen. Also insofern, vielleicht ist es eigentlich das Modell, was erwerbslose, prekäre und Kernbelegschaft zusammenbringt. So, das war die erste Runde. Und wir haben, wie vorhin beschlossen, dass jetzt eine Zwischenrunde von Redebeiträgen folgt. Und als Erste bekommt das Wort Petra Pau. Und fertig macht sich Olaf-Michael Ostertag. Liebe Genossinnen und Genossen, aus meiner Sicht sprechen drei Gründe für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wobei ich mich nicht auf ein Modell festlege. Aber drei pro möchte ich kurz benennen. Erstens ist das bedingungslose Grundeinkommen ein Gegenentwurf zum Hartz-IV-System. Zweitens befreit es aus kapitalistischen Zwängen. Und drittens entspricht es der Würde des Menschen. Zum Stichwort Hartz-IV. Die Linke war von Anfang an dagegen, aus sozialen und aus prinzipiellen Gründen. Hinzu kommen bürgerrechtliche Erwägungen. Wer Hartz-IV-Leistung beansprucht, muss 150 bis 170 persönliche Daten über sich und sein Umfeld preisgeben. Ein verbrieftes Bürgerrecht wird so für Menschen in sozialer Not per Gesetz ausgesetzt. Das ist für Linke nicht hinnehmbar. Zum Stichwort kapitale Zwänge. Immer mehr Menschen werden in Arbeitsverhältnisse gezwungen, die mit Selbstbestimmung nichts zu tun haben. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wären sie nicht mehr erpressbar. Das heißt, kapitale Zwänge würden aufgebrochen. Und damit zum Würde-Argument. Lese ich das Pro und Contra innerhalb der Linkspartei und manches haben wir ja heute auch hier gehört, so bleiben zwei Alternativen. Entweder gute Löhne für gute Arbeit oder eben das Grundeinkommen. Mein Problem, also ich halte das für einen Scheinwiderspruch, denn ein bedingungsloses Grundeinkommen würde auch für alle bessere Löhne erzwingen. Und mein Problem ist auch grundsätzlicher. Gute Löhne haben als Bezugspunkt die Erwerbsarbeit. Das Grundeinkommen indes bezieht sich erst einmal auf die Würde des Menschen. Deshalb hat mir Stefans Formulierung heute sehr gut gefallen. Belohnung des Menschseins. Mein Linksverständnis hat die Würde aller Menschen im Blick und eben nicht ihre Verwertbarkeit. Und das ist der Knackpunkt. Liebe Genossinnen und Genossen, im Vorfeld des Parteitages habe ich mich öffentlich zum Thema Digitalisierung der Gesellschaft und Die Linke geäußert. Die beschleunigte Digitalisierung aller Lebensbereiche wird alles verändern, global und radikal. Meine Sorge ist, Die Linke meidet leider noch immer dieses Zukunftsthema und das ist gefährlich. Für mich gehört ein bedingungsloses Grundeinkommen in den Kontext dieser revolutionären Digitalisierung aller Verhältnisse. Und deshalb erinnere ich zum Schluss an Karl Marx, die soziale Revolution kann ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft. Oder bei uns wird ja gern Rousseau zitiert, die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Vielen Dank, Petra Pau und das Wort hat als nächster in unserer Debatte Olaf Michael Ostertag. Meine Genossen, Katja hat heute Morgen in ihrer Rede gesagt, dass eine Vision der Linken für die Zukunft nicht die Rückkehr in die 1970er Jahre sein kann. Eines allerdings, finde ich, sollten wir uns unbedingt vergegenwärtigen, nämlich in unserer Verteilungsfrage sollten wir darauf hinsehen, was 1970 folgende im Bruttosozialprodukt an Verteilung für Löhne und Gehälter aufgelaufen ist. Der Anteil von Löhnen und Gehältern am Gesamten, das verteilt wurde, am Gesamten, was erwirtschaftet wurde, war in den 70er Jahren doppelt so hoch wie heute. Das heißt, das, worüber wir die ganze Zeit geredet haben, die Frage des Menschseins, die Frage des Finanzierens des Lebens an sich, ist der Gesellschaft heutzutage nur noch halb so wichtig wie damals. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir deutlich die Forderung erheben, dass das Menschsein, die Finanzierung des Lebens, mindestens die Hälfte vom Kuchen haben muss und nicht ein paar Krümel und Brosamen. Das Schöne an dem Konzept, das die BRG Grundeinkommen errechnet hat, ist, dass sie genau diesen Mechanismus zur Grundlage macht und damit in jede Volkswirtschaft der Welt zu implementieren ist. Man sieht sich an, wie viel zu verteilen ist und davon die Hälfte nimmt man, um es den Menschen zu geben. Nun hat Ralf Krämer gesagt, das ist überhaupt nicht finanzierbar. Wir haben aber zwei Varianten vorgerechnet und festgestellt, dass wir eine weitere Variante vorlegen können, was ist eigentlich der Umverteilungseffekt. Und wenn man nur den Umverteilungseffekt darstellt, dann kommt man bei der sogenannten negativen Einkommenssteuervariante raus, man zahlt nur das aus, was tatsächlich den Umverteilungseffekt ausmacht. Und dann stellt man fest, dass man wieder nur bei einer Zahl ankommt im Ergebnis der Verteilung, wie es in den 1970er Jahren schon real war. Das heißt, so revolutionär ist das bedingungslose Grundeinkommen gar nicht. Das Einzige, was revolutionär ist, ist die Individualität. Denn inzwischen sind die Menschen schon so viel weiter, dass sie weg wollen vom Einernährermodell, dass sie die Interdependenzen, dass sie die Abhängigkeiten innerhalb einer Familie überwinden können und wollen und nur deshalb kommen solche Zahlen zustande, wie sie gerade Katja bei der IG Metall-Umfrage genannt hat, weil die Menschen nämlich weiter sind als die Institutionen. Und etwas, was Ralf gesagt hat, möchte ich auch noch aufgreifen, neoliberale Modelle hätten die einzige Chance auf Realisierung. Warum ist das so? Es ist deshalb so, weil wir als Partei Die Linke in der Grundeinkommensdebatte, die in der Gesellschaft wichtig ist und Fahrt aufgenommen hat, bisher leider nicht ausreichend lautstark unsere Stimme erheben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute damit angefangen haben und ich hoffe, dass wir das noch fortsetzen, damit Die Linke Idee eines Grundeinkommens Realität wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Omo. Und als zunächst in diesem Block letzte Rednerin hat das Wort Ulrike Zehrhauer. Ulrike ist garantiert in der Nähe. Ulrike? Ja, da kommt sie. Alles klar. Alles klar. Ja, Genossinnen und Genossen, ich möchte mal vorausschicken, dass ich auch eine Anhängerin der 4 in 1 Perspektive bin. Und anders als andere komme ich nicht zu der Schlussfolgerung, dass wir das bedingungslose Grundeinkommen als Konsequenz brauchen. Ich unterstütze die Perspektive, dass Menschen in allen Bereichen tätig sein sollen. Sie sollen tätig sein in der Politik, sie sollen tätig sein in den Bereichen ihrer eigenen Entwicklung, der Kultur, sie sollen auch tätig sein im Reproduktionsbereich und selbstverständlich auch im Erwerbsbereich. Und zwar unbedingt auch im Erwerbsbereich. Im Erwerbsbereich finden notwendige, wichtige Kämpfe um die Macht in dieser Gesellschaft statt. Und da möchte ich, dass alle daran beteiligt sind und auch beteiligt sein können. Wir brauchen auch alle, die sich daran beteiligen. Für mich fühlt sich das bedingungslose Grundeinkommen so an, als ob ich die Auseinandersetzung jetzt individualisiere. Ich kann als Arbeitnehmerin oder als Nichtarbeitnehmerin individuell in Verhandlungen mit den Arbeitgebern treten, ob denn mein Einkommen sich jetzt auf der Grundlage des Angebotes in Abgrenzung zum BAG noch rechnet oder nicht. Ich kann auch das Beispiel mit der Schule, ich kann dann entscheiden, das Beispiel ist sehr verlockend, dass ich mit dem bedingungsgroßen Grundeinkommen nicht in solche Auseinandersetzungen gehen muss, wie mache ich mich bemerkbar, dass ich eben auch auf der Verliererseite bin. Das können wir anders lösen. Als ich, ich bin übrigens auch aus Bielefeld in dieser Stadt zur Schule gegangen, habe ich meine Fahrkarte zur Schule völlig umsonst bekommen. Dafür brauchten meine Eltern gar nicht erst Geld aufbringen. So kann ich das auch lösen. Für mich ist die richtige Strategie, dass nicht wenige Menschen lange arbeiten und andere gar nicht, sondern meine Strategie ist, wir möchten, dass alle Menschen in allen vier Sektoren arbeiten und im Erwerbsbereich vielleicht drei oder vier Stunden. Und ich glaube, das ist auch durchsetzbar. Und ich finde, wenn wir stark genug wären, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen, das nicht nur Umverteilung innerhalb der Klasse ist, wo wir den anderen wirklich was wegnehmen, dann sind wir auch stark genug, um die Arbeitszeit so weit zu verkürzen, dass das nicht eine Illusion ist, nur drei bis vier Stunden zu arbeiten, sondern dann kriegen wir das auch gemeinsam hin. Eine Reihe von Spannungsfeldern sind bereits aufgetaucht. Ich will die Frage der Bedarfsgerechtigkeit ein bisschen stärker machen. Michael David schreibt, wer ein Hörgerät, eine Brille, ein Fahrrad, einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine braucht, muss sie direkt bekommen. Es lässt sich nicht alles pauschalieren. Bedarfsorientierte Hilfen sind nötig. Bernd, an dich die Frage, sind wir da nicht ein Stück weit nahe der Kontrolle, nahe der Nachweisführung, der Pflichtigkeit? Und schafft das nicht doch ein Stück weit Abhängigkeit, Bürokratie, die man durchaus interpretieren kann, auch als das Gegenteil von Selbstbestimmung und Freiheit? Naja, es wird ja die Illusion gemacht, wie wenn das BGE keine Bürokratie und Kontrolle wäre. Natürlich muss sich dort auch Bedarfe kontrollieren, nämlich wer wie viel Geld verdient, um dann die Steuern zu bezahlen, um das BGE zu finanzieren. Es ist durchaus richtig zu sagen, die Gesellschaft prüft auch die Bedarfe, weil die Gesellschaft ja auch diese Sachen bezahlen muss. Ich halte das für völlig richtig zu sagen, die Menschen müssen eine Existenzgrundlage bekommen, sie müssen eine Mindestsicherung bekommen, sie dürfen nicht in die Armut fallen. Aber wir geben praktisch millionären Leuten über 10.000 Euro und andere, geben wir ein bedingungsgroßes Grundeinkommen, dazu verteilen wir eine Billion Euro um, um dann 1050 Euro für alle zu haben. Und zwar auch für Leute, die es gar nicht brauchen, um dann eine Staatsquote zu haben von 76 Prozent. Da haben wir aber noch gar nicht diskutiert, dass wir eigentlich dieses Geld wollen für gebührenfreie Kindergärten, für den Ausbau der Altenpflege, für die Krankenhäuser, für die Gesundheitsversorgung, dass wir dort mehr Personal haben und dass das genau den Menschen nützt, die ausgegrenzt sind. Wir tun so, wie wenn mit 1050 Euro die Bedarfe, die Grundbedarfe geklärt werden und übersehen, dass unsere Konzepte zur öffentlichen Daseinsvorsorge, zur Gebührenfreiheit in vielen Bereichen in der Gesundheit und der Altenpflege viel mehr und auch übrigens viel mehr als Geldmittel den Leuten für ein wohlständiges Leben nützen müssen. Und wenn mir jemand ernsthaft erklärt, wir kriegen das alles durchgesetzt, eine Billion umverteilte Staatsquote von 76 Prozent für bedingungsloses Grundeinkommen, aber alle anderen Sachen auch noch höhere Löhne und gleichzeitig noch eine bessere öffentliche Daseinsvorsorge, dann glaube ich, gehen wir doch an den Kräfteverhältnissen in dieser Gesellschaft etwas vorbei. Ja, also um auf das Zitat von Micha zurückzukommen, Hörgeräte oder Brillen soll natürlich jeder bekommen und das muss über die Krankenversicherung organisiert werden und zwar über eine solidarische Bürgerinnenversicherung. Was andere Bedarfe anbelangt, so muss man natürlich sagen, das muss am Ende auch jeder selber entscheiden, was ihm wichtig ist. Das jetzige Problem bei der Pauschale ist ja, dass die so niedrig ist, dass du da überhaupt keinen Handlungsspielraum hast, weil du einfach nur entscheiden kannst, knappe ich mir das Geld an der Heizung ab oder am Essen. Da hast du eigentlich keinen Entscheidungsbedarf. Und mal ganz ehrlich, wenn wir sagen, wir machen zu allem jetzt irgendwie Extragelder, wenn man ein Fahrrad braucht oder, oder, wer soll denn dann entscheiden, was bezahlt werden soll? Wenn jemand ein Fußballer ist, brauche ich so eine spezielle Schuhe. Ich werde mir nie in meinem Leben so eine Schuhe kaufen, ja? Für mich wäre das immer ein Luxus so. Für einen Fußballer ist das wahrscheinlich existenziell. Für jemanden, der ein politischer Aktivist ist, ist es heutzutage ohne ein spezielles Handy kaum noch möglich, aktiv zu sein. Würde womöglich mancher Sachbearbeiter sagen, mein Gott, ist das ein Luxus, damit spielst du ja bloß rum, brauchst du nicht. Also ich finde nur, man kommt dann ganz schnell in so einen bevormundenden Gestus, wenn man sagt, jede höhere Anschaffung, da muss noch irgendjemand drüber entscheiden. Und wer ist denn das dann, der darüber entscheidet? Das ist irgendein einzelner Sachbearbeiter. Und ich finde, wenn es um eine Grundausstattung geht, muss jeder selber entscheiden, wofür er erst mal das Geld ausgibt. Bei medizinischen Bedarfen ist es was anderes. Die müssen festgestellt werden über Bürgerversicherung organisiert werden. Und nur noch ein Wort zu den Millionären. Natürlich sind wir nicht bekloppt und wollen jetzt auch noch, dass der Millionär 1.000 Euro mehr im Monat hat. Das BAG-Modell sagt ganz klar, das Ziel ist Umverteilung. Das reichste Drittel dieser Gesellschaft zahlt drauf. Das wird sich natürlich zur Wehr setzen. Aber mein Gott, das wird sich immer zur Wehr setzen, selbst wenn wir einfach eine kleine Steuererhöhung fordern, da können wir uns auch richtig mit Ihnen anlegen. Die Frage an Michael, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich gezwungen bin, als Bedürftige zu beantragen, das Hörgerät, die Brille, die Waschmaschine und so weiter. Es ist schon, das hat Katja angesprochen, immer ein Stück weit mit der Gefahr zumindest von Stigmatisierung verbunden. Also heute ist es ja so, dass wir Beträge von 1,50 Euro im Monat in der Pauschale für die Waschmaschine drin haben. Und das ist ja pauschaliert. Was machen die Leute, wenn die Waschmaschine kaputt ist? Die gehen zum Jobcenter und wir haben eine Million Darlehen im Jahr. Die werden dann auch genehmigt. Und das geht vom Regelsatz runter. Man hat vor ein paar Jahren den Regelsatz um 5 Euro nach oben erhöht und hat gleichzeitig diese ganzen Dinge, die dann abgezogen werden müssen, inklusive der Mietkaution, so in die Höhe gemacht, dass reell dann 20, 30 Prozent wieder gekürzt wird. Und das betrifft eine Million Fälle im Jahr. Von 6 Millionen, die überhaupt Hartz IV kriegen. Und die wohnen in 3 Millionen Bedarfsgemeinschaften. Also ein Drittel der Leute hat mit solchen Kürzungen zu tun. Deswegen kann ich das Argument nicht erkennen, warum das emanzipativer sein soll, die Pauschalierung an anderer Stelle beizubehalten. Ich glaube, dass, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir eigentlich drei Dinge. Wir brauchen einmal das, was pauschalierbar ist. Und das muss so gestaltet werden, dass es ohne Sanktionen läuft. Wir brauchen ein zweites System, wo die Dinge, die an Arbeitsmarktintegration stattfinden sollen, laufen können. Und wo die Leute, die in Maßnahmen sind, auch einen Nachteilsausgleich kriegen. Was aber überhaupt nichts mit Sanktionen zu tun hat. Und was wir aber vor allem auch brauchen, ist eine soziale Infrastruktur, wo diejenigen Leute, die Hilfe brauchen, egal, ob sie Anspruch auf eine Leistung haben, erstmal oder nicht, sondern die haben ein Problem. Und die brauchen Ansprechpartner vor Ort. Und die gibt es oft nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Und es muss da auch Hilfen geben, die gewährt werden können. Und dafür muss es auch Mittel geben. Und das darf man aus der Rechnung nicht rausnehmen. Danke an Micha. Bevor Klaus übernimmt noch, an Melina die Frage. Ein Argument, was ich oft gehört habe, was ihr da macht mit dem Grundeinkommen, das ist ja schließlich Sozialpolitik mit der Gießkanne. Sowas brauchen wir nicht. Ja, aber wir stehen zur Gießkanne. Und zwar volle Kanne. Es geht ja um einen Ausbau sozialer Leistungen und Grundrechte in verschiedensten Bereichen. Und wir haben Gießkannen, freier Zugang zur Bildung. Wir sind gegen Studiengebühren. Das ist eine Gießkanne. Auch die Gesundheitsversorgung, die Gratis-Kindergärten. Das sind Gießkannen, die stehen auch den immer sehr, also herbeizitierten Millionären und Millionärinnen zur Verfügung. Und die wenigen paar, die laden wir einfach mit ein, weil wir wissen, dass das sozusagen ja der kleinere Teil der Bevölkerung ist. Also wir sagen Ja zur Gießkanne. Ich gestehe schon zu, dass es bezüglich Bedarfsgerechtigkeit wirklich sehr gut gemeinte und gut durchdachte Zugänge gibt. Aber das Problem ist, dass ja der Kampfbegriff nicht die Bedarfsgerechtigkeit, sondern die Treffsicherheit ist. Das eine ist, alles was bedarfsgerecht ist, ist immer einem Senkungsdruck ausgesetzt. Und das andere ist, dass die Treffsicherheit eigentlich gegenüber der Gießkanne eine Bedrohung ist. Man muss sich es auch nur vorstellen, so einen treffsicheren Strahl, und da muss dann auch ständig verhandelt und auch wieder gekämpft werden, was da jetzt noch hineinfallen darf und was nicht. Wie weh eigentlich so ein treffsicherer Strahl tut, im Unterschied zu einer Gießkanne, wie angenehm die ist und was die alles zum Wachsen bringt. So, dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten Rederunde. Und als erster hat das Wort der Genosse Jochen Dürr und es bereitet sich vor Katrin Vogler. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin seit 28 Jahren aktiver Gewerkschafter und ich erlebe, dass die realen Kämpfe das Bewusstsein der Kolleginnen verändern. Ich habe letzte Woche erlebt, wie Heilerziehungspflegerinnen, wie Arbeitserzieherinnen in Werkstätten für Behinderte in Behinderteneinrichtungen zum ersten Mal gestreikt haben. Da sind andere Menschen rausgekommen. Wir wollen das doch erreichen. Und ich befürchte, dass es, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen wird, nicht mehr, keine Möglichkeit, mir besteht natürlich auch kein Anlass sehen, warum sollen sie denn kämpfen. Ich glaube, wir brauchen die realen Kämpfe, um das politische Bewusstsein zu bekommen. Das muss doch auch ein Ziel für uns als demokratische Sozialisten sein. Ich glaube, das BGE-Modell geht in eine falsche Richtung, um gesellschaftlich für abhängig Beschäftigte und Erwerbslose etwas zu verändern. Wir sind doch die Einzigen, die sagen, die über Massenarbeitslosigkeit muss überwunden werden. Und wir sind gegen die Ausgrenzung von Menschen. Wir haben doch konkrete Pläne, ein Zukunftsinvestitionsprogramm. Wir haben konkrete Vorschläge für einen öffentlichen Beschäftigungssektor. Und wir sind doch die Einzigen, die sagen, es muss aufhören, dass die Belegschaften zerspalten werden durch Werkverträge, Leiharbeit, Lohndumping. Und da muss ich sagen, da brauchen wir noch stärkere Gewerkschaften, liebe Katja. Wir haben nicht die starken Gewerkschaften, die wir uns manchmal wünschen werden. Wir haben derzeit tolle Tarifauseinandersetzungen, sozialen Erziehungsdienstposten in anderen Bereichen. Wir brauchen aber noch stärkere Gewerkschaften. Nur dadurch erreichen wir auch das Bewusstsein und erreichen auch das Bewusstsein, das wir haben wollen. Ich möchte aber noch was sagen zur Finanzierung. Ich glaube, das Modell schaukelt auch vor, dass nur die Höherverdienenden das Ganze finanzieren. Ich denke, dass auch für den Normalverdienenden eine deutliche Zusatzbedürftung hinzukommt und auch Verbrauchsteuern erhöht werden. Warum soll ich dann meinen Kolleginnen und Kollegen an der Arbeit erklären, warum sie für ein BGE sein sollen? Und wir brauchen viel Geld, um ökologisch diese Gesellschaft umzubauen für Bildung, soziale Arbeit und Pflege. Dafür brauchen wir Geld und dafür haben wir auch ein Steuermodell. Ich denke, und das ist mein Widerspruch eigentlich grinsätzlich zu dieser Debatte, warum soll eigentlich der Chef der Deutschen Bank das gleiche bedingungslose Grundeinkommen wie die Reinigungsfrau? Diese Gleichsetzung, die kann ich nicht verstehen. Danke. Vielen Dank. Dann hat jetzt das Wort Katrin Vogler. Vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Tatsächlich, die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ist zunächst mal faszinierend. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Und ich will einen Satz zitieren aus dem Papier der BAG, der heißt, jeder Mensch hat an jedem Ort, an dem er lebt, ein Recht auf die bedingungslose Absicherung seiner Existenz und auf gesellschaftliche Teilhabe. Und ich glaube, in diesem Satz können wir alle als politische Linke, als demokratische Sozialistinnen und Sozialisten, können wir nur zustimmen. Also sind wir uns in diesem Ziel auch einig. Und die Frage ist nur, ist das BGE der bestmögliche oder vielleicht sogar, wie das ja hier dargestellt wird, die einzig mögliche Methode, dieses Ziel zu erreichen. Ist es also geeignet, das zu erreichen, was ihr mit diesem Papier versprecht, nämlich, dass die wahre Arbeitskraft der Macht des Marktes entzogen wird. Und da habe ich einfach noch eine ganze Menge Zweifel und Fragen und halte es deshalb für wichtig, dass wir weiter diskutieren. Erstens halte ich sehr, sehr viel von umlagebasierten Sozialversicherungen zur Absicherung von Lebensrisiken. Diese wollen wir ausbauen. Dafür haben wir Konzepte vorgelegt für Gesundheit, Pflege, für Rente mit unseren solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherungen. Und diese Rechte, das sind diese Versicherungssysteme, die Lebensstandards sichern, das sind verbriefte Rechte, das sind Eigentumsrechte der Menschen, die da eingezahlt haben. Und deswegen muss man die verteidigen. Und ich habe sehr, sehr große Zweifel, ob man im Rahmen eines steuerbasierten oder abgabenbasierten Systems die notwendigen Mittel, die wir für diese Umverteilung zugunsten des BGE brauchen würden, wirklich immer gegen die Finanzminister verteidigen könnten. Oder ob sie nicht billige Zugriffsmöglichkeiten wären, um Budgetlächer zu stopfen. Zweitens. Die Befreiung des Menschen von der Notwendigkeit der Erwerbsarbeit darf nicht dazu führen, dass wir uns von der Befreiung des Menschen in der Erwerbsarbeit und durch die Erwerbsarbeit verabschieden. Und da möchte ich mal als Beispiel meine Nachbarin nehmen. Also als wir beide unsere Töchter aus dem Gröbsten raus hatten, habe ich sie gefragt, sag mal, wie ist denn das bei dir demnächst mal wieder mit Arbeit? Ja, sagte sie, sie würde schon ganz gerne. Aber es lohne sich, für sie ja nicht. Und deswegen würde sie sich weiterhin auf einen Minijob begrenzen. Und machen wir uns nichts vor, so denken ganz, ganz viele, vor allem Frauen in dieser Gesellschaft. Und da finde ich, dass wir als Linke die Aufgabe haben, Erwerbsarbeit auch so umzuverteilen, dass Männer und Frauen, Frauen und Männer gleichen Zugang zu gut bezahlter, nicht prekärer, zu sinnerfüllender und vernünftiger Erwerbsarbeit bekommen. Und da müssten wir uns drauf noch viel mehr konzentrieren. Und wenn jetzt nun das BGE dazu führen würde, dass sie auf jeden Euro 33,5% zusätzliche Abgabe zahlen würde, fragt mich mal, wie meine Nachbarin dann auf die Frage, ob sie denn Erwerbsarbeit suchen würde, antworten würde. Ich habe da große Zweifel. Drittens, mit den besonderen Bedarfen, das ist hier schon angesprochen worden, was ist mit Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Ich glaube, dass wir, wenn wir unser Konzept einer sanktionsfreien, bedarfsdeckenden Mindestsicherung weiterentwickeln, kommen wir weiter. Aber bitte lasst uns über eine andere Bezeichnung nachdenken. Ich finde, sanktionsfreie, bedarfsdeckende Mindestsicherung ist ein so unsexy Begriff wie nur irgendwas. Damit kommen wir, glaube ich, das kriegen wir nicht vermittelt. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort der Genosse Hartmut Obens. Er ist auch schon auf dem Weg hierher. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, natürlich bewegt uns dieses Thema, wenn man in einer Partei ist, in der viele Menschen den Anschluss an den Arbeitsplatz verloren haben, noch nie am Arbeitsmarkt sich bestätigen oder bewähren konnten. Wenn gut ausgebildete Akademiker einfach keine Chance haben und Minijobs nehmen müssen, Taxi fahren müssen, wenn das Hartz-IV-Regime die Menschen versucht zu erniedrigen, ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, dann ist doch klar, dass in den Köpfen dieser Menschen eine Vorstellung von einem Grundeinkommen entsteht, in dem man sich dieser Knechtschaft und dieser unwürdigen Situation möglichst entzieht und natürlich als demokratische Sozialisten gehört es dazu, Solidarität mit all diesen Menschen zu üben, die von den kapitalistischen Mächten, vom Arbeitsmarkt und von all den Bürokratien gedemütigt werden. Das ist ganz klar und es ist für mich natürlich kein Wunder, dass der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens dann auch an Zulauf gewinnt. Aber man muss sich genau überlegen, wie ist es tatsächlich dazu gekommen und es ist doch klar, dass das Hartz-IV-Regime als wesentlicher Hebel für diese Entwicklung doch nichts anderes war, als eine Umverteilung von unten nach oben, um die deutschen Kapitalexporte zu verbilligen, am Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein. Das heißt, man hat im Grunde einen Klassenkampf von oben auf die arbeitenden Menschen betrieben, um als kapitalistische Industrienation voranzusehen. Und das ist das Problem. Man kann als Alternative zu diesem Klassenkampf und das ist ein Klassenkampf, wo man sich nicht vorstellen darf, als würde man sich sozusagen als Individuum eine Vorstellung machen, naja, was strebe ich denn an, was mache ich denn? Nein, es ist eine gesellschaftlich erzwungene Situation, in der diese Menschen geraten und dann versuchen sie natürlich aus dieser Situation rauszukommen. Nur, wie kommen sie da raus? Da meine ich, ist der solidarische Kampf gegen die Arbeitslosigkeit erzeugenden Kapitalisten der richtigere Weg als der Versuch, eine einkömmliche, einzelne Existenz aufzubauen, die dann irgendwie, ja, das Leben fristet. Natürlich bin ich für eine Grundsicherung, aber schon für eine bedarfsgerechte, das ist auch hier schon argumentiert worden. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gehört meiner Ansicht nach nach wie vor und mehr denn je zu den Grundaufgaben einer sozialistischen Bewegung. Nur in der Befreiung der Arbeit, so hat Marx jedenfalls gelehrt, kann sich die ganze Klasse, kann sich die ganze Gesellschaft befreien und kann dann auch die Arbeit von einem Fluch zu einem Bedürfnis werden. Und das sollte unsere sozialistische Strategie sein und nicht die Versuche, mittels steuerlich erhobener Alimentierung, sozusagen ein Leben im Kapitalismus sich einzurichten. Das Stichwort Erwerbsarbeit würde ich gern in dieser Runde aufrufen. An Katja die Frage, die Kritik ist immer, oder habe ich oft gehört, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen laufen wir Gefahr, den Niedriglohnsektor zu stabilisieren. Wie soll dem ein Riegel vorgeschoben werden? Na, zum einen hat es ja der Neoliberalismus ganz gut geschafft, ohne Grundeinkommen Niedriglohn jetzt zu etablieren. Also dazu brauchst du das Grundeinkommen nicht. Und ich würde sagen, ganz im Gegenteil, im Grundeinkommen werden die Leute in einer ganz anderen Verhandlungsmacht. Zum Zweiten, wenn wir über Erwerbsarbeit reden, was mich schon stört, ist, wenn unterschwellig dann doch so getan wird, als ob nur Erwerbsarbeitsleistung an der Gesellschaft ist und das nur sozusagen entsprechend entlohnt wird. Und ich finde, diese Gleichung stimmt nicht aus zwei Gründen. Erstens, es gibt einige Erwerbsarbeitsplätze, die mitnichten den Reichtum und Zusammenhalt dieser Gesellschaft vermehren. Also ich sage nur mal Lobbyorganisationen für Rüstung zum Beispiel. Im Gegenzug gibt es jede Menge Tätigkeiten, die nicht erwerbsarbeitsmäßig organisiert werden können. Familienarbeit, politische Einmischung. Man kann jetzt auch nicht sagen, in Zukunft gibt es ein Demogeld, wenn du zur Demo gehst oder sowas. Damit wird ja die Idee ad absurdum geführt. Also deswegen weg von der Gleichung Erwerbsarbeit ist Leistung an der Gesellschaft und lasst uns, wenn wir das hinterfragen, das materiell untersetzen. Und was mich stört ist, wenn so getan wird, als ob jetzt Grundeinkommensbefürworter wie ich dagegen sind, dass man was gegen Erwerbslosigkeit tut. Ganz im Gegenteil. Ich bin auch sehr für ein Recht auf Arbeit, aber wie jedes Recht, finde ich, heißt das eben, man hat das Recht und damit ein Recht wirklich ein Recht ist, darf es nicht eine Pflicht sein. So wie das Recht zur Demonstration heißt, ich kann zu jeder Demo gehen, aber niemand kann mich zwingen, zu einer bestimmten Demonstration zu gehen. Das Stichwort Verhandlungsmacht ist gefallen, Bernd. Man könnte ja auch argumentieren, wenn ich das bedingungslose Grundeinkommen als Beschäftigter habe oder auch als Erwerbsloser, meine Verhandlungsmacht gegenüber Unternehmen ist sehr viel stärker als ohne. Darf ich erst noch was zu sagen zu dieser Erwerbsarbeit? Ich habe es ja am Anfang gesagt, natürlich ist nicht jede Arbeit und nicht jede wertschöpfende Arbeit Erwerbsarbeit, aber es geht hier um einen Geldlohn. Also das bedingungslose Grundeinkommen formuliert einen Geldlohn von 1050 Euro und im Kapitalismus ist eben Geld der Gegenwert zu Tauschwert und Tauschwert wird eben in der Lohnarbeit erzielt, nicht in der Pflegearbeit oder sonst irgendwo. Das heißt, ich nehme natürlich für das BGE von den Lohneinkommen Geld weg und verteile es praktisch um. Was anderes ist nicht, es ist keine Befreiung von der Erwerbsarbeit, sondern es lebt geradezu von der Erwerbsarbeit und von dem Prinzip, dass möglichst viele Leute Erwerbsarbeit machen. Und das hat auch nichts mit der Befreiung von der Arbeit zu tun. Und ich glaube im Übrigen, dass das keine verbesserte Verhandlungsposition für die Gewerkschaften gibt. Wenn wir wirklich durchsetzen könnten, dass wir eine Staatsquote von 76 Prozent hätten und dass wir gleichzeitig eine Billion umverteilen könnten, dann bin ich überzeugt, könnten wir auch eine Arbeitszeitverkürzung von 50 Prozent auf vier Stunden durchsetzen und jedem Zugang zur Erwerbsarbeit verschaffen. Das scheint mir dann trotzdem der klügere Weg zu sein, denn wir gesellschaftlich gehen sollten. Wenn wir das aber nicht durchsetzen können und ich sehe gerade überhaupt keine Akteure, die in der Gesellschaft für das BGE kämpfen, dann wird es eher ein Zwitter-Modell oder ein unausgereiftes Modell oder ein Grundsicherungsmodell, das quasi, wie es die Neoliberalen formulieren, und dann ist nichts anderes wie ein Lohn-Kombi-Modell. Man bezahlt quasi den Arbeitgebern eine Lohnzuschusskosten, die die ganze Gesellschaft bezahlt und ich glaube nicht, dass das die Position der Gewerkschaften stärkt, es wird sie eher schwächen. Das Recht auf Arbeit ist angesprochen worden und nicht die Pflicht, das ist ja auch so ein sehr umstrittener Punkt, deswegen die Frage an Melina, wir brauchen aber Erwerbsarbeit für die Produktion unseres gesellschaftlichen Reichtums. Wird die durch das bedingungslose Grundeinkommen gefährdet? Also ich bin überzeugt davon, dass die Erwerbsarbeit ja dann nicht weniger werden würde, sondern sie würde sich nur anders gestalten und hoffentlich auch anders verteilen. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, auch diese Spaltung in der Gesellschaft, was die Arbeitszeit betrifft, also Teilzeit, Teilentgelt, damit auch Teilabsicherung im Alter auf der einen Seite und Überstunden ohne Ende auf der anderen Seite. Dann alles soll möglichst flexibel sein. Wie ist das mit der Flexibilität? Gibt es nicht auch manchmal Lebensphasen, wo wir uns durchaus Flexibilität wünschen, wo wir sie nützen würden? Also da sollen sich vielleicht, müssen wir uns einfach auch fragen und da denke ich, ist das Grundeinkommen der Punkt, der sagt, wir machen die Rahmenbedingungen zum Problem. Das heißt, Arbeit, die Zeit und die Aufgaben könnten sich anders verteilen und es würde vielleicht Flexibilität im Guten ermöglichen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, und das ist es ja, was wir hier versuchen, Vorstellungen zu entwickeln, auch Arbeitsplätze schafft, vielleicht in kleineren oder regionalen Betrieben. Also ich bitte die Genossen und Genossinnen, sich zu überlegen, was würdet ihr, was würden sie mit einem Grundeinkommen tun, welche Genossenschaften und kleinen Unternehmen würden wir vielleicht gründen, mit anderen gemeinsam und auch damit Arbeitsplätze schaffen, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten und Existenzsicherheit, um Ideen für anderes Wirtschaften zu verwirklichen. Also ich wüsste gleich, welche Genossinnenschaft ich gründe dann. An Michael die Frage, ich kenne eine ganze Reihe von Studien, die aussagen, Menschen, die sich in sozialer Sicherheit befinden, sind sehr viel eher motiviert und auch in der Lage, sich sozial zu engagieren. Das führt zu mehr ehrenamtlichem Engagement. Wäre nicht das bedingungslose Grundeinkommen genauso eine Ausgangsposition, Ehrenamt zu stärken? Ich glaube nicht, dass man, wenn man erreichen will, dass Leute in ihrer sozialen Situation gesichert werden, um sich zu engagieren, dass dann das bedingungslose Grundeinkommen automatisch die Lösung sein muss. Das kann man schon deutlich günstiger haben und deutlich einfacher. Wenn ich eine sanktionsfreie Mindestsicherung habe und ich habe wie heute Leute, die seit Jahren jobben und sich ansonsten aber ehrenamtlich engagieren und von Hartz IV leben, so, die werden heutzutage durchsanktioniert, weil geprüft wird, stehen die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Wenn ich sage, die Sanktionskeule bei Hartz IV ist weg, haben die nicht genügend Einkommen, kriegen weiterhin die Grundsicherung und können sich engagieren. Da sehe ich gar keinen Unterschied zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Da muss man es gar nicht so kompliziert machen. So, liebe Genossinnen und Genossen, wir nähern uns der 60-Minuten-Zeitmarke. Wir schaffen keine weitere Saalrunde. Wir sind eine sehr stark konsensorientierte Partei und deshalb meine letzte Frage an die vier Gesprächspartner und Partnerinnen hier vorn. Welches der Argumente, die euch heute begegnet sind, hat euch am stärksten in eurem Meinungsbild im besten Sinne verunsichert? Nein, also erschütternd ist jetzt der falsche Begriff, aber ich will doch sagen, dass ich Bernds Art zu argumentieren auch dann sehr gut finde, selbst wenn ich einer anderen Meinung bin und die auch nach dieser Debatte sich nicht verändert hat. Aber ich will vielleicht mal sagen, ein Einwand, den ich ganz überlegenswert fand, war von Ulrike, nämlich die Idee zu sagen, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo ganz viel Infrastruktur kostenfrei ist, also wie zum Beispiel Bus und Bahn, ich spinne das jetzt mal weiter, wenn es überall kostenfrei WLAN gäbe, Bildung nichts kosten würde und so weiter, dann müsste die monetäre Leistung zumindest nicht so hoch ausfallen. Ich glaube zwar nicht, dass es das Ganze ersetzen könnte, aber das stärker mitzudenken, also die Debatten um Mindestsicherung, mehr ist das Grundeinkommen, durch die Kombination einer Art, ich würde mal sagen, Infrastruktursozialismus, wo gewisse Dinge allen zur Verfügung stehen, das finde ich ganz spannend und würde das so als einen weiteren möglichen Konsenspunkt benennen. Bernd, jetzt du, was hat dich so ein bisschen verunsichert? Naja, sagen wir mal, ich sehe inzwischen auf alle Fälle mehr Möglichkeiten, wie man die Dinge zusammenbringen kann. Also was auch Katja jetzt gesagt hat, dass wir überlegen müssen, wie das Bedürfnis, das berechtigte Bedürfnis der Menschen, nicht erniedrigt zu werden in der Arbeit oder auch durch die Ausgrenzung aus der Arbeit, wie wir Konzepte entwickeln, die diesem Bedürfnis entsprechen. Und ich glaube, an diesen Konzepten müssen wir weiterarbeiten. An meinen grundsätzlichen Überzeugungen, dass wir da schon mehr uns die Produktionsmittel aneignen müssen und ein paar andere Sachen müssen, hat sich nichts geändert. Aber ich glaube, dort könnten wir zumindest eine Reihe von Gemeinsamkeiten von den Befürwortern und Gegnern entwickeln, für die wir dann auch zusammen kämpfen können. Milina, was lässt dich noch eine Weile länger darüber nachdenken? Also ich kann ein gemeinsames Angebot machen, bei diesem Produktionsmittel aneignen, weil ähnlich wie bei Katja, denke ich, ist eine ganz wichtige Möglichkeit eines gemeinsamen Kampfes diese Vergesellschaftung der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Versorger und Versorgerinnen. Und deswegen auch, also zum Beispiel unser Konzept der Energiegrundsicherung, wirklich eine einstimmig gemeinsam getragene von Grundeinkommenskritikern und Kritikerinnen und Befürworterinnen, weil es da einfach auch um die kommunalen Energieversorger geht, die somit sozusagen in die Hand genommen werden und vergesellschaftet werden. Ja, und ich habe das auch sehr stark so erlebt, dass eigentlich die Benennung der Probleme sowie große Teile der Ziele eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Die Lösungsansätze und politischen Schwerpunkte sind teilweise andere. Und da reizt mich auch am meisten diese Frage Kombilohn. Das ist wirklich eine differenziert zu diskutierende, die fordert uns auch heraus. die Befürworterinnen. Aber ich glaube, jetzt geht es auch darum, ganz offen darüber zu diskutieren, wie wir das überhaupt ganz aufmachen können, diese Frage, wie gerecht der Lohn denn heute ist oder auch in goldenen Zeiten des Wohlfahrtsstaats war. Also vom Zuverdienen bei einem BGE fürchte ich mich als Frau vielleicht nicht so sehr wie manche männliche Gewerkschafter. Die unbezahlte Reproduktionsarbeit ist natürlich auch eine Art Kombilohnbestandteil des Kapitalismus und Zuverdienerinnen. Wir wollen es nicht bleiben, aber Zuverdienerinnen sind wir leider schon länger. Michael, was nimmst du mit von heute? Ja, du hattest ja gefragt, ob wir erschüttert sind. Ich glaube, ich bin nicht so richtig erschüttert, sondern gewisse Fragezeichen tauchen bei mir auf. Ist es eigentlich der Kern der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung heutzutage überhaupt eine Pro- und Kontra-Debatte zu führen? Ich glaube, der Kern der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ist, sich gegen das Sanktionsregime einzusetzen und dafür, dass die Sicherung des sozialen Existenzminimums ein Menschenrecht ist. Und ich glaube, das ist ein Thema, was die Verfechter des Grundeinkommens mit nach vorne gebracht haben. Das ist eine große politische Leistung. Ich glaube, wenn man sich über die nächsten Reformschritte unterhält, da ist man sich, wenn man sagt, das dauert 1000 Kilometer lang, da ist man sich über die ersten 800, was die Schritte angeht, glaube ich, einig. Und ich glaube, das müssen wir in der politischen Auseinandersetzung nach vorne stellen, weil es geht ja jetzt nicht darum, dass wir sozialpolitische Reformschritte unterschiedlich interpretieren, sondern es kommt darauf an, dass wir sie gemeinsam in Bündnissen durchsetzen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe das Gefühl, das Experiment ist gelungen. Ich habe höchsten Respekt vor euch vieren, vor Bern, vor Melina, vor Katja und Michael so in konzentrierter Form klar strukturiert, ihre Argumente vorzubringen. Und ich finde auch, wir sind den Beweis angetreten, dass wir sehr sachlich, dass wir sehr wertschätzend miteinander diskutieren können. Wenn es allein das wert war, also wenn es allein das uns gelungen ist, dann war es das wert. Ich bedanke mich auch gleichzeitig bei euch vieren. Ich finde, das war eine spannende Diskussion und ich finde auch, dass ihr jetzt einen richtig starken Applaus euch verdient habt. Vielen Dank an Sie für die Motivation. Und auch noch mal einen Dank an all diejenigen, die sich an der Debatte bislang beteiligt haben und zwar sowohl an denen, die heute die Möglichkeit hatten, auch noch mal das Wort zu nehmen, als auch all denjenigen, die in den vergangenen Monaten und hoffentlich auch zukünftig diese Debatte wie auch andere Debatten weiter treiben werden. Ich nehme mal das Stichwort von Michael auf, Fragezeichen, viele alte Gewissheiten sind eben nicht mehr so stabil, wie sie lange Zeit schienen und ich glaube, das ist eine Partei, wie unser gut ansteht. Fragen zu stellen, auch produktiv zu zanken, davon können wir durchaus noch mehr gebrauchen. Das macht uns attraktiv und das verändert die Gesellschaft schon deswegen, weil hier und da der Funke vielleicht auch überspringt und man einfach spannende gesellschaftliche Debatten damit auslösen kann. Jetzt kommen wir zur Antragsbehandlung. Als wir hier angereist seid, gab es zwei Anträge. Die Situation hat sich ein bisschen verändert. Für diejenigen, die die bloßen Blätter in der Hand hatten, ist das vielleicht auch schon bekannt. Bevor ich der Antragskommission das Wort gebe, muss ich allerdings kurz einen Geschäftsordnungsantrag an Mikro 5 behandeln. Hallo, Timo Körmse, Delegiert Nummer 236. Klaus, ich muss dich beim Wort nehmen. Wir haben am Anfang abgestimmt zu dieser Diskussion. Deine Aussage war, dass neun Delegierte zu Wort kommen. Es ist halt die Aufgabe der Tagesleitung, bei dieser Abstimmung entsprechend auch gerecht zu werden. Bis jetzt sind sechs Delegierte in der Diskussion zu Wort gekommen. Dreien ist das Wort jetzt genommen worden. Es ist an der Tagesleitung, also liegt an der Tagesleitung, dass es nicht eingehalten wurde, aber die Abstimmung lautete mit deiner Aussage, dass neun der Delegierten zu Wort kommen. Nicht kommen können, sondern kommen. Deswegen bitte ich darum, dass die Diskussion auch mit Zeitverzug für drei weitere fortgesetzt wird. Sonst? Lieber Timo, ich habe vorhin, also korrekt ist eins, ich habe gesagt, wir werden hier eine Stunde Zeit haben, auf die Nachfrage hin, wie viele Delegierte das betrifft, haben wir gesagt, neun oder sechs. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, völlig unabhängig von der Frage, seid ihr der Souverän. Und wenn du jetzt beantragst, darüber abzustimmen, ob wir weiteren drei Delegierten das Wort geben, dann können wir das hier selbstverständlich machen. Ihr seid der Souverän. Du hast jetzt einen Geschäftsordnungsantrag gestellt, den verstehe ich so, dass wir hier darüber jetzt abstimmen wollen, ob weitere drei Delegierte das Wort bekommen. Und da du diesen Antrag jetzt gestellt hast, gibt es die Möglichkeit einer Gegenrede gegen den Antrag, einer Führrede gegen den Antrag und danach stimmen wir einfach darüber ab. Wir müssen ja jetzt nicht darüber krämern, ob hier einer die Wahrheit oder Unwahrheit gesagt hatte. Manchmal missversteht man das auch einfach, aber ihr seid der Souverän, wir können das ganz einfach jetzt entscheiden. Wer möchte denn gegen den Antrag sprechen? und dann eine Führrede, Mikro, Moment, Mikro 6 und ich werde dann im Übrigen auch gerne noch mal die, die Redeliste ist übrigens da vorne auch auf, aber ich werde sie dann auch noch mal verlesen, wen es betrifft. Mikro 6, bitte. Hallo? Ja. Stefan Harzer, Delegierten Nummer, ich glaube 171. Ich möchte gegen diesen Antrag reden. Wenn wir auf die Uhr schauen, wir haben schon eine Stunde Zeitverzug, zwei Stunden Zeitverzug, seit einer Stunde sollte die Debatte zur Kommunalpolitik laufe. Es gibt da einen Beschluss des Parteivorstandes von 2011. Kommunalpolitik ist das Herzstück der Partei. Die Kommunalpolitik ist schon ans Ende dieses Tages, Tagungstages gerückt und ich denke, es ist unverantwortlich auch für die tausenden Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker unserer Partei in diesem Lande, diese wichtige Diskussion heute in die Nachtstunden zu verschieben. Deswegen bitte ich um Fortführung der Tagung. Und jetzt kommt noch die Führrede auf Mikro 4, bitte. Herr Ralf Engelke mit der Delegierten Nummer 105. Ich würde gerne dem Argument des Kollegen einerseits zustimmen und andererseits würde ich sehr gerne Inge Hannemann hören, die nämlich an neunter Stelle gesetzt war, als Gast, die ja nun bekannt ist, eine Arbeitsamtmitarbeiterin und wie die denn zu dieser Thematik steht und was die dazu zu sagen hat. Das hätte gerne dem Podium und auch hier unseren Leuten gerne nochmal zur Verfügung gestellt, dass wir sie hören können. Vielen Dank für die Führrede zu dem Antrag. Ich verlese jetzt einfach nochmal die weitere Liste. Also die drei Menschen, die es noch betreffen würde, sind die Genossinnen Brigitte Forsson, Nils Böke und Gisela Brandes Stegewins. Und ansonsten, wie gesagt, ich weise einfach nochmal darauf hin, wir kommen öfter in die Situation, dass Zeitplan und unser Inhaltsplan in Widerspruch geraten. Der Parteitag ist der Souverän, darüber zu entscheiden. Das müsst ihr jetzt tun und deswegen frage ich euch, wer ist dafür, dass wir weiteren drei Delegierten in diesem Tagesordnungspunkt das Wort geben? Ich danke euch. Die Gegenprobe bitte. Enthaltungen? Das war jetzt die ganz deutliche Mehrheit und demzufolge kann ich jetzt der Antragskommission das Wort geben für den Umgang mit den Anträgen. Genau. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Conny Svillus-Knöchel. Ich werde euch durch die P-Anträge leiten. Da fangen wir jetzt an mit P3, P4. Klaus hatte es schon angesprochen, es gab ja ursprünglich mal einen Antrag P3 und einen Antrag P4 und beide Antragsteller haben sich dann zusammengesetzt und haben einen gemeinsamen Antrag formuliert, der euch in einer losen Platzsammlung vorliegt, überschrieben mit P3, P4 neu und vereinbart ist, dass beide Antragsteller jetzt diesen Antrag gemeinsam einbringen werden. Vielen Dank, Conny und Sie haben uns auch versprochen, da Sie hier beide ja schon ausführlich reden konnten, dass das auch ganz schnell geht. Stefan und Ralf, ihr könnt den Antrag ganz kurz einbringen, dann gibt es, ihr kennt das Verfahren, eine Führrede, eine Gegenrede, eine Führrede und dann stimmen wir ab. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, es ist ja ein bisschen ein historisches Ereignis, dass die WAG Grundeinkommen und die gewerkschaftlich orientierte sozialistische Linke einen gemeinsamen Antrag einbringen, hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Dass wir das hier heute so solidarisch diskutieren konnten, ohne den anderen jeweils schlechte Absichten zu unterstellen, hat, denke ich, damit zu tun, dass klar war, wir haben hier ferne Diskussionen mit Pro und Contra und wir haben keinen Entscheidungsdruck, wir müssen nicht sozusagen gegeneinander kämpfen, um Mehrheiten zu organisieren und ich denke, es ist wichtig, dass wir die Debatte auch in den Kreisverbänden und Landesverbänden in dieser Weise führen in der Zukunft und wir sind uns einig, dass wir tatsächlich wollen, dass die Partei durch diese Debatten gestärkt wird, dass sie nicht gespalten wird, dass sie nicht verschieden, also die jeweils den Teil der Partei, der bei einer Mehrheitsentscheidung sozusagen unterlegen würde, schwer belasten würde und deshalb wollen wir weiter diskutieren und keine Entscheidung treffen, bis wir wirklich eine breit tragfähige Verständigung erzielt haben und falls das jemals der Fall sein sollte, soll diese Entscheidung auf den Bundesparteitag fallen und weil es von grundsätzlicher Bedeutung ist, auch mit einem Mitgliederentscheid verbunden werden. Wir als BAG Grundeinkommen sind für diesen Antrag, weil wir der Auffassung sind, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist, das in weiten Teilen der Bevölkerung längst diskutiert wird, es gibt auch inzwischen viele Befürworterinnen in der Bevölkerung und die Linke muss sich dieser Diskussion stellen, soll natürlich auch eine linke Antwort darauf geben, unserer Auffassung nach eben ein bedingungsloses Grundeinkommen als Teil einer transformatorischen Strategie, aber wichtig ist uns, dass dieses wichtige Thema konstruktiv und sachlich in unserer Partei diskutiert wird und am Ende dieses Diskussionsprozesses eine Entscheidung steht, die diesem Thema gebührlich ist. Das heißt, eine Entscheidung, die auf einer soliden Basis steht, nämlich Parteitagsbeschluss plus Mitgliederentscheid. Deswegen sind wir dafür, für diesen Antrag zu stimmen. Vielen Dank. Damit ist der Antrag eingebracht. Es gäbe jetzt noch die Möglichkeit einer Gegenrede an Mikro. Nein, wir sind jetzt aber gerade in einem unmittelbaren Abstimmungsverfahren. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der ist seit gestern da, der ist eigentlich ausgeteilt worden. Also, hier wedeln auch Menschen damit. Also, der Antrag heißt P3, P4 neu und ist mit den Antragsmaterialien gestern eigentlich allen Delegierten ausgehändigt worden. Oder heute früh. Heute früh ausgehändigt worden. Leute, 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 wir behalten die Nerven. Die sind heute früh auf dem Tisch verteilt worden. Es wird auch genickt. Guckt mal auf euren Tischen. Die ist heute Morgen ausgeteilt worden. Guckt mal auf euren Tischen. Zusammengeheftete fünf Sachen wird mir hier gerade noch zugerufen von Biggie Ostmeier. P3, P4 neu. Wo der Zeitplan drauf ist, Wo der Zeitplan drauf ist, da ist dieser Antrag mit enthalten. Ist gerade gesagt worden. Ich gebe jetzt mal ganz kurz Mikro fünf das Wort. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, als dass wir das nachher dann nochmal aufrufen und jetzt einfach fortsetzen. Das Problem ist, so eine Geschichte, das können selbst wir hier vorne nicht voraussehen. Mikro fünf, bitte kurz. Ja, Rüdiger Thürling, Delegierter. In meinen Unterlagen sind nur die Tabellen, die hinteren Seiten fehlen. Mikro zwei, Matthias Höhn. Liebe Genossinnen und Genossen, ich würde vorschlagen, dass wir in unserem Team diesen Zettel jetzt noch einmal kopieren und später nochmal verteilen und dann rufen wir das nochmal auf. Der arme Wald. Das ist eine wunderbare Sache und dann können wir es nämlich später einfach aufrufen und dann hattet ihr alle die Zeit, den Antrag zu lesen, möglicherweise zu memorieren, euch abzufragen und dergleichen mehr. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir hier alle die Anträge vorliegen haben, sonst kann man darüber nicht abstimmen. Vielen Dank deswegen nochmal für die Hinweise aus dem Rund hier. Dann verabschiede ich mich erstmal. Genau. Danke, Conny. Genau. Dann machen wir an dieser Stelle erstmal einen Punkt und bevor die nächste Tagungsleitung hier oben Platz nimmt oder während sie sich darauf vorbereitet, zwei nochmal wichtige Ansagen. Das erste, ein graues iPhone 6 wird vermisst. Und zwar mit einem Startbildschirm, der ein kleines Mädchen zeigt. Wenn dieses Telefon irgendwo gefunden worden sein sollte, dann seid doch bitte so lieb und gebt es vorne am Arbeitstisch ab, damit es wieder in die Hände der Inhaberin oder des Inhabers zurückkommen kann. Zweiter Punkt, wichtig für die Landesverbände, 40 Plakate für unser Konzert am 20. Juni, Refugees Welcome am Brandenburger Tor, sind hier im Parteitagsgebäude und zwar am Stand der Bundesgeschäftsstelle im Erdgeschoss, im Eingangsfoyer. Für jeden Landesverband abholbar bis morgen Sonntag 12 Uhr und es wäre einfach die Bitte, dass ihr die Plakate vielleicht mit zurück in eure Landesverbände nehmt und dafür sorgt, dass viele von diesem wichtigen Konzert auch erfahren. Denn nicht nur die, die vor Ort sein können, möglicherweise fahren auch welche hin, sondern auch andere Menschen sollen einfach sehen, dass wir uns für Refugees hier in der Bundesrepublik einsetzen. Damit war es das für uns und wir übergeben an den Nächsten. Danke nochmal für eure konstruktive Arbeit und euer Durchhaltevermögen. Für uns war es das jetzt hier oben. Danke. 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 So, liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt gesehen, wir haben hier den sogenannten fliegenden Wechsel hinbekommen. Und bevor ich die Tagungsleitung vorstelle, würde ich der Dora Hayend das Wort geben. Liebe Genossinnen und Genossen, eine Delegierte aus Hamburg, die trotz Erkrankung nichts lieber wollte, als heute auf dem Bundesparteitag mit uns für die Zukunft zu kämpfen, hat den Weg nicht geschafft. Sie ist heute in einem Krankenhaus im Bielefeld gestorben. Helga Hirsch war in Hamburg aktiv, im Kinder- und Jugendbereich, im Bezirksvorstand und im Landesvorstand. Eine überzeugte, kämpferische Sozialistin ist von uns gegangen. Sie ist in Bielefeld geboren und in Bielefeld gestorben. Wir werden sie vermissen und ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Wir, die Hamburger Delegierten, möchten euch bitten, euch von den Plätzen zu erheben und in einer Schweigeminute Helga Hirsch zu gedenken. Dankeschön. So, dann würde ich jetzt die neue Tagungsleitung vorstellen, wie kurz angekündigt. Neben mir haben Platz genommen die Katrin, sie kommt aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz, Doris kommt aus dem Landesverband Bremen und der Herbert ist von der Sozialistischen Linken delegiert. Mein Name ist Rico, ich komme aus dem Landesverband Sachsen. Wir, das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber als erstes schlage ich euch vor, die Pause zu streichen. Reaktion erfordert gegen Reaktionen. Nein, im Ernst, wir hatten ja laut unserem Zeitplan, wir sind ja gerade darauf hingewiesen, dass wir da etwas in Rückstand geraten sind, eine Pause vorgesehen gehabt, bevor der Tagesordnungspunkt 7 losgehen sollte, die Kommunalpolitik. Ich würde euch auch in Abstimmung mit den Tagungsleitungen vorschlagen, dass wir diese Pause uns heute schenken. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir die Rede von Bernd, die ja schon seit Längerem eigentlich gewesen sein sollte, auf morgen früh 10.30 Uhr verlegen. Seine heute angekündigte Rede, das würde er morgen dann verbinden mit der Kampagne und wir würden damit jetzt insgesamt erst mal eine Stunde sparen. Trotzdem kann ich euch nicht ersparen, euch anzukündigen, dass wir auch noch eine Stunde länger machen wollen. So, dass wir dann aber insgesamt noch genügend Zeit haben, die Tagesordnung für heute abzuarbeiten. Das heißt jetzt, wir machen jetzt die Satzung und Finanzdebatte, werden dann in die Kommunalpolitik einsteigen, die zu Ende bringen und wenn dann die Zeit reicht, noch einige Dringlichkeitsanträge heute noch mit behandeln. Das ist der Vorschlag, den wir euch unterbreiten wollen. Gibt es da jetzt Widerspruch? Na dann, am Mikrofon fünf. Ja, also ich, Christian Glaser, Landesverband Hamburg. Also ich halte den Vorschlag nicht für praktikabel und auch nicht für sinnvoll. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die klimatischen Bedingungen hier im Saal alles andere als konzentrationsfördernd sind. Eine Satzungsdebatte ist in der Regel eher konzentrationsfordernd, weil es da eher um etwas allgemeinere Fragen oder abstraktere Fragen geht. Ich finde auch, dass man das Manko, dass der Parteivorstand vielleicht nicht ganz so gut beraten gewesen ist auf die diversen Diskussionsbedürfnisse, die es in der Partei gibt, nicht so richtig eingegangen zu sein mit der Tagesordnung, nicht dadurch kompensieren kann, indem man dann sagt, also hau weg die Pause und alle Augen zu und durch und dann durchgezogen. Also ich möchte doch daher dringend bitten und natürlich auch ein Argument von den vielen Reden sollten wir uns dann auch, finde ich, die wir heute gehört haben, sollten wir dann auch Bernd heute in aller Angemessenheit hören. Ich bin zumindest gespannt darauf, was er zu sagen hat und deswegen möchte ich euch doch noch mal bitten, die Pause auf jeden Fall zu nehmen, also nicht zu streichen, sondern zu nehmen und dass ihr euch dann vielleicht noch mal verständigt und einen Vorschlag unterbreitet, der das berücksichtigt. Gut, dann habe ich jetzt das Mikrofon 2. Ja, liebe Genossinnen, Matthias Höhn für den Parteivorstand. Ich würde euch das ist nicht überraschend vorschlagen, dem Vorschlag des Tagungspräsidiums zu folgen. Wir sind zwei Stunden ungefähr im Zeitverzug. Das heißt, wir haben zwingenden Handlungsbedarf, irgendetwas an unserem Ablauf zu ändern. Es ist richtig, dass die Temperaturen jetzt nicht geeignet sind, bis in die späte Nacht zu tagen. Mein Vorschlag wäre vielleicht, dass wir die unterschiedlichen Punkte, Rico, auch getrennt voneinander abstimmen. Wir können sozusagen, wenn die Mehrheit das möchte, natürlich eine Pause machen. Der Parteitag entscheidet ohnehin. Und dass wir das getrennt davon abstimmen, dass wir Bernds Rede morgen 10.30 Uhr zur Einbringung der Kampagne hören. Bernd hätte ohnehin morgen noch einmal etwas zur Kampagne gesagt. Deswegen bietet es sich auch an, das auf morgen zu legen. Und es würde uns die Zeit geben, heute, darauf ist vorhin schon hingewiesen worden, noch zu einer respektablen Uhrzeit über das Thema Kommunalpolitik zu sprechen. Gut, das war jetzt noch mal eine Bestärkung unseres Vorschlages. Ich würde den Hinweis aufgreifen und zwei getrennte Abstimmungen vornehmen wollen. Die erste Abstimmung wäre zur Streichung der Pause für heute. Und die zweite Abstimmung wäre die Verlegung der Rede von Bernd auf morgen 10.30 Uhr. Wer dem Vorschlag von dem Tagungspräsidium folgen möchte, dass wir die nachher angekündigte Pause für heute streichen, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Dankeschön. Die Gegenstimmen? Die Stimmenthaltungen? Die Stimmenthaltungen? Dankeschön. Das ist mit übergroßer Mehrheit angenommen worden. Und dann lasse ich darüber abstimmen, wer mit dem Vorschlag einverstanden ist, dass wir die Rede von Bernd auf morgen 10.30 Uhr verlegen. Den bitte ich ebenfalls um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenstimmen? Bei wenigen Gegenstimmen? Die Stimmenthaltungen? Bei wenigen Stimmenthaltungen ist das ebenfalls mit übergroßer Mehrheit so beschlossen worden. So, dann, wie gesagt, können wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 6. Und bevor ich der Antragskommission das Wort gebe, will ich trotzdem nochmal sagen, dass wir uns jetzt in dem Tagesordnungspunkt befinden, der sich mit Satzung und Finanzordnung beschäftigt. Das heißt, wir brauchen demnächst die graue Stimmkarte. Die solltet ihr schon mal hervorkraben, weil jetzt nur noch die Mitglieder der Linken abstimmungsberechtigt sind. Deswegen die graue Stimmkarte. Und wir werden vorschlagen oder wir schlagen euch vor, dass der Bundesschatzmeister dann die Einbringung macht mit sieben Minuten zu den Anträgen beziehungsweise zu dem Verfahren, wie es dann dazu gekommen ist, weil wir diskutieren ja zumindest schon eine ganze Zeit über zumindest die Finanzfragen, nicht die Satzungsfragen. Lieber Tommi, und jetzt ist die Antragskommission dran. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Sabine Berninger, ich bin aus Thüringen und bevor wir einsteigen, möchte ich darauf hinweisen, dass nach § 39 unserer Satzung für Änderungen dieser Satzung eine satzungsändernde Mehrheit notwendig ist, die wiederum in § 31 Absatz 4 geregelt ist, ich lese euch das mal vor, damit das allen klar ist, eine satzungsändernde Mehrheit ist gegeben, wenn mindestens zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen Ja-Stimmen sind und wenn mehr als die Hälfte der Abstimmungsberechtigten mit Ja gestimmt hat, also mehr als die Hälfte aller gewählten Delegierten. Wir beginnen in der Satzungsantragsbehandlung mit dem Antragsheft 2, dort findet ihr auf Seite 91 den Satzungsänderungsantrag S 4 2 und der kann jetzt ganz normal behandelt werden. So, dann ist der Einreicher, die Einreicherin hat jetzt das Wort für den Satzungsantrag 24 Punkt 3. 4 2 Äh 4 Punkt 2, ja. Seite 91 im Antragsheft 2. Ich sehe niemand an dem Mikrofon zur Einbringung, niemand ist gezwungen. Gut, wenn ich niemanden zur Einbringung sehe, kann ich sofort dann beginnen mit den Für- und den Gegenredner. Wir beginnen wieder mit den Gegenrednern. Am Mikrofon 2. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, Matthias Höhn für den Parteivorstand, Delegierter 206. Wir möchten euch empfehlen, den Antrag abzulehnen. Ich kann, wenn ich die Begründung lese, durchaus nachvollziehen, welches Problem die Genossinnen und Genossen umtreibt. Allerdings will ich darauf hinweisen, dass die Mitgliedschaft in einer faschistischen Vereinigung jetzt schon nicht vereinbar ist mit Satzungen und Programmen unserer Partei. Mit der Änderung würde ein solcher Zustand anzeigepflichtig. Das heißt, wenn jemand bei uns eintritt, teilt er uns gleichzeitig mit. So ist das Begehr, ich bin Mitglied in einer faschistischen Vereinigung. Ich glaube, dass das kein Weg ist, um mit diesem Problem umzugehen. Satzung und Programm sind sehr klar, dass die Unvereinbarkeit in dieser Frage nicht gegeben ist und deswegen bitte ich euch, den Antrag abzulehnen. Jetzt besteht noch die Möglichkeit einer Fürrede für den Antrag S4.2. Das kann ich an keinem Mikrofon erkennen. Mikrofon 6, okay. Karl-Ruchte Bleichert mit der Delegierten Nummer 34. Ich möchte für den Antrag sprechen aus folgenden Grund. Eine ähnliche Formulierung findet man auch bei der Gewerkschaft Verdi sowie in der EWI-Mitteil und ich verweise auf Folgendes. Es gab Vorfälle in der vergangenen Zeit in den östlichen und auch in den westlichen Landesverbänden, wo es doch im Prinzip dann wichtig ist, wenn jemand seine Vita im Prinzip dann nicht mitteilt, insbesondere wenn er in solchen Organisationen war, dass es dann im Prinzip an die Medien gelangt und dann kein Gremium von uns im Prinzip reagieren kann. Das ist im Prinzip der Anlass dieses Antrages. Gut, damit sind die Argumente ausgetauscht und ich komme zur Abstimmung, wie gesagt, mit der grauen Stimmkarte. Wir würden jetzt in einem ersten Überblick erstmal schauen, ob wir auszählen müssen und dann erst die Auszählung vornehmen, weil, wie gesagt, wir sind ja kein Verein mehr, deswegen können wir das ein bisschen großzügiger handhaben, aber wir werden erstmal jetzt schauen. Wer also für den Antrag S4.2 ist, der möge mir das jetzt bitte mit seiner grauen Stimmkarte anzeigen. Dankeschön, die Gegenstimmen. Dankeschön, die Stimmenthaltungen. Ich glaube, das ist relativ eindeutig gewesen, dass es hier keine Zweidrittelmehrheit geben wird. Damit könnte ich zum nächsten Antrag kommen. Der nächste satzungsändernde Antrag ist der zum Paragrafen 5 unserer Satzung, S5.1 bis S5.4. Diese findet ihr ebenfalls im Antragsheft 2 auf den Seiten 92 bis 95. Er ist aus Übersichtlichkeitsgründen hier im Antragsheft in vier Teile aufgeteilt worden. Die Antragskommission empfiehlt euch aber, ihn als einen Antrag zu behandeln. Er ist auch als einen Antrag eingegangen und kann, also diesen Vorschlag müssen wir erst mal. Gut, dann besteht wieder die Möglichkeit für die Einreicherinnen den Antrag oder die zwei Anträge zu begründen. Das ist am Mikrofon 7. Ja, schönen guten Tag. Ich bin die Manuela Carli, Bundessprecherin der BRG HS4 und Delegierte für die BRG HS4. Wir haben diesen Antrag, also den Gesamtantrag eingebracht, weil es immer wieder Diskussionen gab, wie mit Gastmitgliedern innerhalb der Zusammenschlüsse umgegangen werden sollen. Gastmitglieder in der aktuellen Satzung der Partei bezieht sich nur auf die Gastmitglieder in die Gliederung der Partei. Wir hätten das gerne als Zusammenschluss, dass auch die Zusammenschlüsse hier mit aufgenommen werden und ganz klar in unserer Partei geregelt ist, dass auch Gastmitglieder, die in den Bundesarbeitsgemeinschaften aktiv mitarbeiten, weder im Gremium der Partei noch in irgendwelche anderen Bereiche in die Partei entsandt werden dürfen und darauf ist halt der gesamte Antrag auch aufgebaut. Danke. Vielen Dank. Jetzt die Gegenrede wieder am Mikrofon 2. Wieder der Matthias Höhnen, Delegierte Nummer 206. Für den Parteivorstand möchte ich euch bitten, den Antrag oder alle vier Teilanträge wie auch immer abzulehnen. Wir würden mit einer Annahme dieses Vorschlages unterschiedliche Rechte in der Satzung einführen für Gastmitglieder zum einen in Zusammenschlüssen und zum anderen in Gliederungen. Der Vorschlag würde darauf abziehen, Gastmitgliedern in Zusammenschlüssen mehr Rechte einzuräumen, als sie in Gliederungen der Partei haben. Das ist aus unserer Sicht ein Ungleichgewicht, nicht nur zwischen den Gastmitgliedern, sondern dann auch zwischen Gliederungen und Zusammenschlüssen. Und drittens will ich daran erinnern, dass der Dresdner Bundesparteitag auch darüber lange diskutiert hat und die Rechte von Gastmitgliedern neu definiert hat, um das Mitglied und das Mitgliedsrecht deutlich zu stärken. Ich will allerdings auch sagen, dass wir im Parteivorstand insofern uns verständigt haben, dass wir anbieten, dass wir als Vorstand zu den Problemen, die jetzt in der Einbringung schon einmal benannt worden sind, noch einmal eine Klarstellung, eine Darlegung in die Mitgliederung und Zusammenschlüsse geben, wie mit dem Thema Gastmitglieder umzugehen ist nach unserer Satzung. Vielen Dank und jetzt besteht noch einmal die Möglichkeit einer Führerrede. Ebenfalls am Mikrofon zwei. Dietz, Delegiertennummer 492, Landesverband NRW, Landesvorstandsmitglied. Ich möchte euch alle bitten, liebe Genossen und Genossen, wieder zu der ursprünglichen Fassung zurückzukehren und Gastmitgliedern die aktive Tätigkeit in unseren Landesarbeitsgemeinschaften zu gestatten. Es hat sich jetzt gezeigt, in der Zeit, wo das nicht so war, dass das wenig praktikabel ist. Diese Leute bringen teilweise hohe Kompetenzen mit, können sich teilweise beruflich nicht leisten, in unsere Partei öffentlich einzutreten. Wir können aber auf diese Kompetenzen schlecht verzichten. Und deswegen, weil das einfach sich als unpraktisch und schlecht erwiesen hat und in der Vergangenheit besser war, bitte ich euch, den alten Satzungszustand, den wir hatten, wieder herzustellen, sodass die LAGs auch Sprecher haben können, die nicht in unserer Partei sind. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung, wieder mit der grauen Stimmkarte. Es geht um den Antrag S5.1. Wer dem seine Zustimmung geben will, dem bitte ich jetzt das Kartenzeichen. Vielen Dank, die Gegenstimmen. Vielen Dank, die Stimmenthaltungen. Auch das ist mit nur wenigen Stimmen und dafür keine Zweidrittelmehrheit, die erreichbar wäre, wenn wir es dann auszählen würden. Und wir kämen zum nächsten Antrag. Ja, ich stelle mich kurz vor. Marc Muglia für die Antragskommission aus Nordrhein-Westfalen. Wir kommen zu dem Satzungsantrag S24.3. Den findet ihr im Antragsheft 1 auf der Seite 58. Also Antragsheft 1, Seite 58. Es kommt jetzt ein Satzungsantrag noch, der mit Finanzfragen zu tun hat und danach kommt ein Finanzordnungsantrag, der logischerweise auch mit Finanzfragen zu tun hat. Das ist, nur um das deutlich zu machen, jetzt das Pensum, was wir für diesen Tagesordnungspunkt noch haben. Also, der Antrag S24.3 dreht sich um das Thema Unternehmensspenden. Und ich habe jetzt gerade, weil du das glaube ich vorhin sagtest, mit den sieben Minuten mit Thomas gesprochen, der kommt mit drei Minuten aus, ungefähr, hat er mir gesagt. Und danach würden wir vorschlagen, dass auch aufgrund einer Diskussion, die es dazu gab im Bundesfinanzrat, dass wir da eine kleine begrenzte Debatte machen. Das heißt, dass zu dem Antrag drei Pro und drei Contra-Beiträge gehalten werden können. Gut, bevor wir das machen, habe ich noch eine Ansage zu machen. Ich würde noch darum bitten, wer das noch nicht getan hat, die Wortmeldungen für die Kommunaldebatte bis 20.40 Uhr hier vorne am Tisch abzugeben. Es sind schon einige eingetroffen, aber wir wollen noch zumindest abschließend die Zeitansagen. 20.40 Uhr wären also jetzt noch zehn Minuten Zeit. Gut, wir kommen zurück zu der Debatte und der Herr Tommi. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, der Antrag S24-3 ist de facto ein Auftragswerk für diesen Bundesparteitag. In der letzten Tagung des Bundesparteitages hat es schon mal einen Antrag zum Thema Unternehmensspenden gegeben. Dieser Antrag hat vorgesehen, dass wir Unternehmensspenden generell ausschließen. Dieser Antrag hat auf der letzten Tagung des Bundesparteitages nicht das erforderliche Quorum für eine Satzungsänderung erreicht und zugleich ist versprochen worden, dass der Schatzmeister der Parteivorstand sich darum bemühen, in dieser Frage erneut einen Kompromiss vorzulegen. Der liegt euch heute vor mit diesem Antrag. Ich weiß, dass der nicht von allen als Kompromiss empfunden wird. Trotzdem habe ich den Auftrag, es zu tun. Ich bin vom Bundesausschuss noch mal daran erinnert worden, es zu machen. Insofern habe ich den Auftrag des Bundesausschusses, das zu tun, schon sehr ernst genommen. Dass ich es mit ihm selber nicht noch mal bereden konnte, lag schlicht und ergreifend daran, dass das die letzte Tagung des Bundesausschusses vor diesem Parteitag war, wo ich daran erinnert worden bin, das zu tun. Deswegen konnte ich jetzt nicht noch mal mit dem Bundesausschuss diskutieren. Falls der Antrag heute das Quorum nicht erreichen sollte, habe ich ja dann noch Gelegenheit dazu. Ich werbe trotzdem dafür, dass er das Quorum erreichen sollte. Was schlägt der Antrag vor? Der Antrag schlägt vor, dass wir grundsätzlich auf Unternehmensspenden verzichten. Das ist die programmatische Aussage der Partei. Das ist die Situation, dass wir nicht wollen, dass Politik durch Unternehmensspenden beeinflusst wird. Das ist in diesem Land zurzeit möglich. Und wir wollen de facto in unserer Satzung eine politische Selbstverpflichtung aufnehmen, dass wir das nicht machen. Der letzte Antrag auf dem vergangenen Bundesparteitag ist daran gescheitert, dass es eine ganze Reihe von Landesverbänden gibt, die kleinste und kleine Spenden kriegen, die im Kern sozialen und kulturellen Zwecken dienen und die nicht in dem Verdacht stehen, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Das war der Hauptgrund der Kritik an dem ursprünglichen Antrag. Deswegen schlägt dieser Antrag jetzt vor, dass sich Landesverbände mit dem Fakt des Eingangs einer Unternehmensspende politisch beschäftigen müssen. Das heißt, wenn eine Spende eingeht, muss der Landesvorstand informiert werden. Das ist gegenwärtig nicht so. Der Landesvorstand muss sich eine politische Meinung dazu bilden, ob das eine Spende ist, die vertretbar ist oder auch nicht. Das kann man aus meiner Sicht nur im Einzelfall entscheiden und nicht generell. Und wenn das keine Spende ist, die politische Entscheidung beeinflusst, wäre sie dann mit Zustimmung des Landesvorstandes zulässig. Das soll aber die Ausnahme bleiben. Darum geht es. Weil grundsätzlich bleiben wir dabei, wollen wir sie nicht. Kommt die Ausnahme, muss man sich politisch damit beschäftigen? Muss sich der Landesvorstand eine Meinung bilden? Ist das okay? Ist es okay? Gibt es jetzt ein Mitglied, das sagt, das ist nicht okay, weil es doch eine politische Beeinflussung ist, muss sich damit der Bundesvorstand beschäftigen? Sollte der dann noch immer nicht die passende Entscheidung getroffen haben, kann man das dann noch auf dem Bundesparteitag zur Sprache bringen. Das wäre der normale Weg der politischen Bildungsbildung der Partei. Ich gehe aber davon aus, dass das eher die Ausnahme ist, dass das selten ist und dass es in der Regel nicht zu einer solchen Eskalation kommen kann, weil ja alle wissen, wir wollen das politisch eigentlich nicht. Es gibt einen zweiten Punkt, auf den ich hinweisen muss in diesem Zusammenhang. Es gibt den Wunsch, diese Spenden zu deckeln. Also es gab den Versuch eines Änderungsantrags, wo drinne stand, das soll auf soziale und kulturelle Zwecke begrenzt werden und maximal 500 Euro betragen. Das Problem an einem solchen Vorgehen ist, dass es auf Bundesebene auch Bundesarbeitsgemeinschaften gibt, die, ich sage jetzt mal, Solidaritätsprojekte vorantreiben, zum Beispiel für Kuba und zu diesem Zweck durchaus auch größere Unternehmensspenden bekommen, zum Beispiel in Form von Sachspenden, Krankenhausbetten, Ausrüstung für die Landwirtschaft, für Fleischereien, für Betriebe, bis in den 90er Jahren waren es auch noch Medikamente etc. Das ist etwas, was die Landesverbände nicht tangiert, aber dem Parteivorstand sehr wohl. Würden wir das grundsätzlich ausschließen oder mit einer Summe deckeln, würden diese Spenden nicht mehr möglich sein. Deswegen glaube ich auch hier, dass es sinnvoll ist, dass der Bundesvorstand sich dann politisch mit dieser Spende beschäftigt. Ich gehe mal davon aus, dass das in der Regel überhaupt keinen Widerspruch in der Partei auslösen würde, wenn der Parteivorstand dann sagen würde, das geht natürlich in Ordnung. Deshalb plädieren wir dafür, diesen Weg, der jetzt hier vorgeschlagen worden ist, zu gehen. Wir wissen, dass Spenden, wenn sie erzahlt werden, also wenn wir sie erhalten, de facto sofort zurücküberwiesen werden müssten, wenn sie noch als Spenden zurücküberwiesen werden sollen. Sobald die Spende gebucht ist, ist sie gebucht. Deswegen hat der Weg, der hier vorgeschlagen wird, den einzigen Nachteil, dass dann die Spende als Spende nicht mehr zurücküberwiesen werden kann, aber natürlich kann die Summe X, die der Unternehmer oder das Unternehmen gespendet hat, zurücküberwiesen werden. Das ist der Kompromiss, den wir dabei eingehen. Ich glaube, dass das eine mögliche Variante ist, das Problem politisch zu bearbeiten. Ich glaube, dieser Antrag bringt zum Ausdruck, dass wir Unternehmensspenden für Falsch halten, dass das nicht der richtige Weg ist, dass es aber für die Ausnahme einen politischen Prüfungsweg geben sollte und geben muss, um, sage ich jetzt mal, in der Ausnahme auch politisch sinnvoll entscheiden zu können. Mehr ist zu diesem Antrag aus meiner Sicht nicht zu sagen, außer dass, wenn er nicht angenommen wird, gilt die Satzung in ihrer jetzigen Form. Die schließt Unternehmensspenden nicht aus und bringt auch nicht zum Ausdruck. dass wir sie nicht wollen, sondern diese Satzung, so wie sie jetzt ist, lässt Unternehmensspenden in jeder Höhe zur Zeit zu. Dankeschön. Gut. Das war jetzt die Einbringung des Antrags. Die Nummer war 24-3. Dann hatten wir jetzt vorgeschlagen, dass wir jetzt drei Pro- und drei Contra-Räten zulassen. Wir schlagen euch vor, anderthalb Minuten und fangen an am Mikrofon sechs und dann anschließend Mikrofon fünf. Sechs, Halina. Ja, Halina Wafziniak. Ich empfehle euch, diesen Antrag abzulehnen. Der Antrag enthält keine Kriterien, nach denen die Gliederungen die Spenden zurücküberweisen können. Das ist nicht konsequent genug. Und an dieser Stelle muss man einfach sagen, entweder man nimmt formale Kriterien mit rein oder man nimmt sie nicht rein. Zweitens, es findet, das hat Thomas gesagt, keine unverzügliche Zurückweisung dieser Spenden statt. Das heißt, sie tauchen im Rechenschaftsbericht auf und im Zweifelsfall würde das bedeuten, dass auch die staatliche Parteienfinanzierung darauf Bezug nimmt. Das heißt, wir kriegen für Spenden, die wir zurückgewiesen haben, noch staatliche Parteienfinanzierung. Das ist nicht fair, das ist nicht vernünftig und da stellt auch das System der staatlichen Parteienfinanzierung infrage. Und der letzte Punkt. Ich finde, es wäre konsequent, dass wir konsequent auf Spenden juristischer Personen verzichten. Denn es geht darum, dass Menschen Einfluss auf Politik nehmen, Einfluss auf Parteien nehmen und nicht juristische Personen. Der Antrag ist windelweich und gehört deshalb abgelehnt. Jetzt Mikrofon fünf und danach Mikrofon sieben. Ja, Hans-Georg Hartig, Teilnehmer mit beratender Stimme, Landesschatzmeister Niedersachsen. Wir Niedersachsen empfehlen ebenfalls, diesen Antrag abzulehnen. Zunächst zu den pragmatischen Fragen, die aufgeworfen sind, wegen den Kleinspenden. Jedes Unternehmer, jeder Unternehmer kann aus seinem Privateinkommen natürlich was verschenken. Das ist zulässig. Das Interessante ist ja nur, ob er von uns eine Spendenbescheinigung haben will. In dem Moment erscheint es in unserer Buchführung. Wenn ich im Stadtteil festen Kasten Bier Geschenk kriege, muss ich das nicht in unsere Spendenliste aufnehmen. Aber das grundsätzliche Argument, was bei uns in Niedersachsen eine Rolle spielt, was ich hier berichte, ist das, was Halina eben schon angesprochen hat. Der Unterschied ist ja, jetzt schon wird die Gesellschaft beherrscht von Kapitalinteressen. Und bekanntlicherweise entsteht Kapital durch lebendige Arbeit, eben durch Ausbeutung. Und was wir wollen, ein Mensch eine Stimme, das ist demokratisch. Und wir wollen eben nicht eine Form von Demokratie, die davon abhängt, wer den größeren Geldbeutel hat. Und hier an diesem Grundsatz festzuhalten, ist im Verhältnis zu den kleinen Problemen kleinerer Spenden zu vernachlässigen. Deshalb unsere Bitte lehnt diesen Antrag ab. Bei allen Dank für die Bemühungen. Jetzt Mikrofon sieben und danach Mikrofon eins. Ja, Harry Grünberg, Delegierter 155 für Kuba C. Ich empfehle, diesen Antrag anzunehmen, weil er es ermöglicht, auch künftig die Solidaritätsarbeit, die wir bisher seit 20 Jahren mit Kuba gemacht haben, fortzusetzen. Ich finde, es ist ein Mittelweg, weil es schließt die Möglichkeit aus, dass Spenden stattfinden, die politische Einflussnahme auf die Partei nehmen. Aber sie ermöglichen es auch, Solidaritätsarbeit zu betreiben, sei es mit Kuba oder sei es mit anderen Ländern. Ich will euch nur ein Beispiel bringen. Wenn ein Krankenhaus, ein Unternehmen uns 300 Betten spendet, wird das sofort in Geld umgerechnet. Das ist dann eine Spende von einem Unternehmen. Wir schicken diese Betten an die Krankenhäuser in Kuba, dort, wo sie wirklich benötigt werden. Ebenso wie medizinisches Gerät oder Geräte, die für die Landwirtschaft, für das Betreiben der Landwirtschaft in Kuba notwendig sind. Das heißt, jede andere Entscheidung, die jede Form von Unternehmerspenden unterbinden würde, würde auch die Solidaritätsarbeit betreffen. Deshalb bitte ich euch, diesen Mittelweg, der hier gewählt wird in der Satzungsänderung, dem zuzustimmen. Vielen Dank. Jetzt Mikrofon 1 und dann Mikrofon 6. Achim Bittrich, Delegierte Nummer 32, Sachsen-Anhalt. Es freut mich ja, dass Thomas einen Teil unserer Begründung der Debatte übernommen hat. Wir sind also bei den Begründungen nicht so weit auseinander, aber doch beim Inhalt. Wir haben im Erfurter Programm beschlossen, dass unsere Partei keine Spenden von Konzernen und Banken entgegennimmt. Das war der politische Beschluss. Wir sind jetzt dabei, diesen politischen Beschluss in unserer Satzung zu verankern, indem wir bestimmte Regeln schaffen, mit denen wir umgehen müssen. Und da hätte ich mir gewünscht, bei einem solchen Antrag, dass man nicht nur einfach schreibt, irgendjemand entscheidet, sondern man muss Kriterien haben. Und da bin ich bei Harry, ich habe kein Problem damit, was er gesagt hat. Aber es gibt eben genau diese Kriterien nicht, die hätte man alle formulieren können. Es gibt natürlich auch in der Partei, und ich gehöre auch dazu, ich will das jetzt nicht verhehlen, Leute, die sagen, dass sie aus grundsätzlichen Erwägungen, politischen Erwägungen, Unternehmensspenden in die Kassen der Partei, also zur Arbeit direkten Finanzierung der Partei ablehnen. Ich respektiere eben auch genau den Wunsch derer, die sich in Berlin geäußert haben und gesagt haben, es gibt soziale und kulturelle Zwecke, da braucht man dann die Unterstützung der kleinen und mittelständischen Unternehmer, zum Beispiel mit Bratwürsten, das war ja der große Debattenpunkt. Das respektieren wir, aber auch solche Kriterien hätte man formulieren können. Ich möchte nicht, dass aus Kassen von Unternehmen unsere Partei finanziert wird in ihrer politischen Arbeit, nicht von Solarunternehmen und nicht von Klinikkonzernen. Und wenn ihr das auch nicht wollt, dann lädt diesen Antrag bitte ab. Mikrofon 6. Ja, Harald Wolf für den Parteivorstand. Ich plädiere für die Annahme dieses Antrags, weil dieser Antrag in Ersatzung verankert, dass wir grundsätzlich keine Unternehmensspenden annehmen. Ich glaube, das ist das erste Signal, das wir hier formulieren sollten. Zweitens, wir sollten diese Regelung aber auch wirklichkeitsnah ausgestalten. Harry Grünberg hat das Beispiel von Kuba Sie genannt. Ich glaube, wir müssen das auch weiterhin ermöglichen, weil unsere Ablehnung von Unternehmensspenden bezieht sich auf die politische Einflussnahme und ich kann an dieser Stelle der konkreten Unterstützung und Solidarität keine politische Einflussnahme und Beeinflussung erkennen. Das ist was anderes, ob man eine Spende von der Deutschen Bank bekommt oder ob man von einem Unternehmen, das um eine Ansiedlung wirbt, eine Spende bekommt oder ob man eine Spende bekommt, um konkrete Solidarität zum Beispiel in Kuba zu unterstützen. Zweiter Punkt. Wir haben viele Mitglieder, Genossinnen und Genossen, die kleine und Kleinstunternehmer sind, die teilweise proletarische Existenzen, auch wenn sie formal Unternehmer sind, fristen und die für unsere Partei spenden. Und diese Spenden wollen wir auch weiter. Und wir machen ganz klar, es muss eine Ausnahmeregelung sein. Und das ist nicht die Regel. Und deshalb muss es eine Zustimmung der jeweiligen Landesvorstände geben und es gibt eine Widerspruchsmöglichkeit. Und dann muss sich der Parteivorstand mit befassen. Das ist eine erhebliche Erschwernis, auch für diese Ausnahmen. Und deshalb, Genossinnen und Genossen, lasst uns das beschließen und es nicht wieder vertagen, sondern das Signal von diesem Parteitag aussenden, dass wir eine klare Selbstverpflichtung unserer Partei hier aussprechen, die keine andere Partei in der Bundesrepublik Deutschland in ihrer Satzung hat. Gut, jetzt waren fünf Rednerinnen dran. Davon waren drei Contra und zwei Pros. Zumindest haben wir das hier vorne so registriert. Es gibt jetzt also noch eine Möglichkeit für eine Pro-Rede für diesen Antrag. Und da würde ich jetzt das Mikrofon 7 dran nehmen, weil wir nur eine Frau bisher hatten in der Debatte. Deswegen ist das Mikrofon 7 dran. Ja, Lucia Schnell, Delegierte der Sozialistischen Linken 436. Ich bin für diesen Antrag, auch wenn er Schwächen hat, wenn er keine Kriterien benennt, wenn mir es lieber wäre, wir würden grundsätzlich Unternehmensspenden ausschließen. Ich denke, er schreibt erstmal fest, dass wir in der Satzung, dass wir das nicht wollen. Und er verbessert die bisherige Satzung, die nichts dazu sagt. Und wo es möglich ist, dass wir jede Unternehmensspenden annehmen. Und ich denke, das verbietet sich absolut vor der Bundestagswahl. Wir laufen auf die Bundestagswahl zu. Wir können das jetzt heute annehmen und wir können dann, wenn uns noch schlaue Kriterien einfallen und wenn wir das noch verändern wollen, auf dem nächsten Bundesparteitag das auch noch verschärfen. Aber ich denke, es ist erstmal sinnvoll, jetzt vor den Landtagswahlen und vor den Bundestagswahlen diese Ansage an die Unternehmensspenden, an die Unternehmen und ihre Versuche, uns zu korrumpieren, zu senden, dass wir das nicht wollen. Und ich finde es absolut gerechtfertigt, dass die Landesvorstände das so entscheiden müssen. Da ist es eine politische Entscheidung und da kann auch jedes Mitglied sich beim Landesvorstand entsprechend beschweren oder nicht beschweren für eine Entscheidung, die der Landesvorstand getroffen hat. Gut, damit ist unsere begrenzte Debatte zu Ende. Drei dafür, drei dagegen. Und damit wir zur Abstimmung kommen, ich glaube, ihr seid mit mir einig, wir machen jetzt keinen Test, sondern wir machen es gleich richtig. Bitte also die Zählerinnen und Zähler auf ihre Plätze. Wir würden jetzt gleich in die Auszählung gehen. Die graue Stimmkarte ist wieder gebraucht. Gut, dann kann es losgehen. Wer also mit dem Antrag S24-3, Antragsteller Parteivorstand zur Änderung der Satzung einverstanden ist, was die Unternehmensspende ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen, beziehungsweise die Kartezeichen, graue Karte. Ich sehe drei, vier rote Karten. Nicht in der ersten Reihe, weiter hinten habe ich die gesehen. Dankeschön. Die Gegenstimmen? Dankeschön. Und die Stimmenthaltungen? Gut, vielen Dank. Wir rechnen zusammen und geben euch dann das Ergebnis bekannt. Wir können ja in der Zwischenzeit weitermachen in unserer Abstimmung, aber bevor ich den Mark wieder das Wort gebe, will ich einen weiteren Gast unseres Bundesparteitages begrüßen, denn wir haben einen Gast von den Piraten unter uns. Daniel Schwert ist gekommen, der nachher noch das Wort kriegt. Moment noch, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, gut. Okay, gut. Wir würden dir nachher noch das Wort erteilen zu einem Grußwort. Ich wollte dich jetzt nur ganz herzlich erstmal schon begrüßen bei uns. Liebe Genossen und Genossen, wir wurden darauf hingewiesen, dass unsere Bücherecke ein bisschen im toten Winkel zu liegen scheint. Also wir bitten alle Genossen und Genossen, die ja nicht nur Geschenke brauchen, sondern vielleicht auch andere geistige Nahrung mit nach Hause nehmen möchten, die Bücherstände zu besuchen. Sie sind gleich, wenn man hier links von uns aus gesehen links raus geht, gleich links um die Ecke und dort gibt es ein ausgiebiges, qualitativ hochwertiges Bücherangebot. Marc, du bist jetzt dran. Okay, wir kommen jetzt zu dem einen Antrag zur Finanzordnung. Ich sage nochmal zur Information, es gab ursprünglich im Antragsheft 1, Seite 60, den Antrag FO11, der sich auf eine Änderung der Bundesfinanzordnung, insbesondere was die Beitragstabelle angeht, bezog. Dazu gab es mehrere, nämlich sechs Änderungsanträge, die findet ihr im Antragsheft 3, ab der Seite 117. Und da hat es tatsächlich gestern schwierige, aber erfolgreiche Verhandlungen gegeben, mit dem Ergebnis, dass euch hoffentlich als Tischvorlage ein Antrag FO11 neu ausgereicht wurde. Also da steht drauf oben FO11 neu und dann Antragstellerin, Parteivorschein, BAG Hartz IV, LAG Hartz IV Berlin, da ist glaube ich noch dazu gekommen, LAG Hartz IV Sachsen-Anhalt. Da haben mehrere Antragsteller der Änderungsanträge sind dem beigetreten, nämlich dem Kompromiss, der da gestern im Bundesfinanzrat und auch in Einzelgesprächen mit den verschiedenen Landesarbeitsgemeinschaften zu Hartz IV verhandelt worden sind. Da würden wir euch jetzt vom Verfahren ebenfalls vorschlagen, dass Thomas das hier einbringen kann und dass wir dann eine kurze, begrenzte Debatte mit drei Pro- und drei Kontrabeiträgen machen, wobei möglicherweise, das werden wir dann sehen. Gibt es gar keine Kontrabeiträge mehr, aber zumindest die Gelegenheit auch noch von anderen Antragstellern kurz Stellung zu nehmen zu diesem Kompromiss, der da erarbeitet worden ist. Thomas Nord, du hast das Wort. Okay, jetzt könnte ich wieder den Test machen. Wer den Antrag FO11 neu hat, der wedelt einmal damit. Das ist ein großartiges Bild. Also man sieht, doch viele haben ihn und es wurde kein Landesverband gezielt benachteiligt. Willkürlich, nein. Also versucht, wenn ein Einzelnein nicht hat, versucht vielleicht bei eurem Nachbarn reinzugucken. Im Prinzip ist er hier im Raum verteilt worden und ich sehe schon, da laufen jetzt solidarisch Leute hin. Also wir teilen die Anträge und jeder hat die Möglichkeit, jetzt gleich im Laufe der nächsten fünf Minuten den irgendwie zur Kenntnis zu nehmen. Aber er ist auch, glaube ich, vom Inhalt her ganz einfach. Und Thomas stellt ihn jetzt vor. Ja, es sind ja oft die einfachen Dinge, die schwer zu machen sind, liebe Genossinnen und Genossen. Und in der Tat klingt der Antrag relativ einfach. Der Vorgang ist trotzdem relativ komplex und schwierig. Worum geht es? Wir haben auf dem Gründungsparteitag der Linken eine Beitragstabelle verabschiedet und das war einer der schwerst erkämpftesten Kompromisse auf diesem Parteitag. Und es hat sich seitdem niemand wirklich an diese Tabelle herangewagt. Und ich weiß, dass es sehr viele Diskussionen darüber gibt, dass man sie grundsätzlich ändern müsste. Der heute vorliegende Antrag tut das nicht. Dafür gibt es einen schlichten Grund. Die jetzige Beitragstabelle sichert im Osten die Arbeit, die finanzielle Arbeit der Landesverbände. Ich weiß, er macht es im Westen schwierig, Mitglieder zu werben, weil die Beitragssätze doch sehr kompliziert sind, sehr hoch. Und es keine Beitragsehrlichkeit gibt, unter anderem, weil eben die Tabelle so ist, wie sie ist. Deswegen glaube ich schon, dass es notwendig ist, in den nächsten Jahren die Tabelle auch generell anzufassen. Ich bitte nur um ein wenig Verständnis dafür, dass wir das sehr klug und ruhig abwägen müssen, weil wenn wir im Osten die finanzielle Arbeit der Landessverbände gefährden, wird es auch für die westlichen Landessverbände nicht einfacher, als es gegenwärtig ist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei. Wir haben in der Beitragstabelle beim Gründungsparteitag den Betrag bis 400,01 Euro aufgenommen. Warum haben wir das getan? Weil es einen Regelsatz bei Hartz IV gab, der unter 400 Euro lag. Wir wollten also Menschen mit einem geringen Einkommen die Möglichkeit geben, Mitglieder dieser Partei zu werden und haben aus Solidarität mit diesen Mitgliedern diesen niedrigen Beitrag eingeführt. Wir haben jetzt eine Entwicklung und das muss ich dann so deutlich sagen, dass wir überproportional Eintritte, Neueintritte in dieser Partei haben, wo Mitglieder 1,50 zahlen, obwohl sie ein viel, viel höheres Einkommen haben, weil sie natürlich nicht wissen, wenn sie neu eintreten, dass dieser Beitrag, dieser Einstiegsbeitrag nicht für sie gedacht war, sondern für Menschen mit einem geringen Einkommen. Dieses Problem müssen wir angehen, weil die Entwicklung inzwischen so ist, dass fast ein Drittel aller Mitglieder dieser Partei unter drei Euro Beitrag zahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Das gefährdet unsere finanzielle Handlungsfähigkeit, weil zum Beispiel ein Beitrag von 1,50 eben nicht die Kosten deckt, die er produziert und das ist etwas, was wir uns auf Dauer nicht leisten können, dass Mitglieder, die einen höheren Beitrag zahlen, dafür sorgen, dass andere, die eigentlich auch einen höheren Beitrag zahlen, einen niedrigeren zahlen. Wir aber das Geld der höheren Beiträge brauchen, um die Verwaltung dieses niedrigeren Beitrages zu bezahlen und zu finanzieren. Das kann nicht Sinn und Zweck einer Mitgliedschaft in dieser Partei sein. Jetzt ist uns, deswegen haben wir vorgeschlagen, die 400 Euro aus der Tabelle rauszunehmen und auch den Einstiegsbeitrag von 1,50 aus der Tabelle rauszunehmen. Das war der Ursprungsantrag. Nur gab es, das habt ihr an den Änderungsanträgen gesehen, zu Recht die Diskussion, wollt ihr jetzt die Menschen mit geringen Einkommen aus dieser Partei verdrängen. Das wollen wir nicht. Und das gab es natürlich, man konnte den Antrag so interpretieren, den Ursprungsantrag. Deswegen haben wir uns jetzt mit den Antragstellerinnen der Änderungsanträge zusammengesetzt und haben neu formuliert einen Punkt 4. Dieser Punkt 4 ist sozusagen das, worauf es jetzt ankommt. Dieser Punkt 4 bringt zum Ausdruck, dass wir für Menschen mit niedrigem Einkommen in dieser Partei die Mitgliedschaft wollen, dass sie in der Lage sein können müssen, diesen Beitrag zu bezahlen in Höhe von 1,50 und wir haben definiert, wen wir meinen damit. Da steht dann hier ausdrücklich, dass wir damit meinen, Mitglieder ohne Einkommen. Das sind zum Beispiel Schülerinnen, das sind aber auch Studenten. Da wird gesagt, die kriegen BAföG. Ja, BAföG ist kein Einkommen. BAföG ist ein Kredit, den man zurückzahlen muss, wenn man sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Wenn nicht, glaube ich auch. Es gibt weiterhin Bezieherinnen von ALG II, von Sozialhilfe, von Grundsicherung und wir haben neu mit aufgenommen Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, weil auch das Menschen mit einem geringen Einkommen sind und wir uns freuen würden, wenn sie Mitglieder bei unserer Partei wären. Das heißt, wir definieren mit dieser Beschreibung, wer diese Mitglieder mit einem geringen Einkommen sind. Diese dürfen zukünftig und sollen noch zukünftig mit 1,50 Beitrag Mitglieder in unserer Partei sein können. Gleichzeitig nehmen wir aber die 400 Euro und 1,50 raus, weil wir glauben, dass jeder, der ein höheres Einkommen hat, auch 3 Euro Beitrag für diese Partei zahlen kann, wenn er solidarisches Mitglied mit dieser Partei sein möchte. Ich freue mich sehr, dass die BAG Hartz IV, dass die LAG Hartz IV Berlin, die LAG Arbeit unter Armut Hamburg und auch der Antrag von Ortsverband Aschersleben und LAG Hartz IV jetzt mit auf diesem Antrag steht. Ich denke, damit kommt zum Ausdruck, dass wir es geschafft haben, hier einen fairen Kompromiss für beide Seiten hinzukriegen, dass wir es geschafft haben, das Anliegen einer solidarischen Beitragstabelle mit einer realistischen Beitragstabelle zu koppeln. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir die ab heute auch als Beitragstabelle dieser Partei verabschieden könnten. Dankeschön. Gut, das war für den Originaleinbringer Parteivorstand und jetzt gab es ja noch weitere, die jetzt den Kompromiss mit ausgehandelt haben, was jetzt die FÖ11 heißt oder FO11. Und da würde ich jetzt vorschlagen, dass die BAG Hartz IV jetzt zu Wort käme. Genau, und dann Katina. Also Mikrofon zwei, Entschuldigung, das muss ich noch sagen. Hallo, jetzt gut. Also nochmal, ich bin Manuela Kadi, BAG Hartz IV. Ich hatte mich eben schon mal vorgestellt. Wir möchten erstmal Thomas danken. Er hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen. Er hat sich sehr intensiv mit uns auseinandergesetzt. Wir haben Ihnen erklärt, warum wir halt ganz klar gesagt haben, die Interessen derjenigen, die wirklich keine Einkommen haben, die in Armut jetzt schon leben, muss gewahrt bleiben in unserer Partei. Und da war Thomas mit uns dankensweise einer Meinung. Wir haben gesagt, die 1,50 Euro, klar, es sagen andere, das könnte jetzt stigmatisierend sein. Nein, finde ich nicht. Wir müssen festlegen, wer ist betroffen. Betroffen sind alle prekär Beschäftigten, alle Grundsicherungsempfänger, Arbeitslosengeld-Zweiempfänger, Wohngeld-Empfänger, eben alles, was eben schon mal aufgezählt wurde. Deshalb finden wir, stimmt dem Antrag zu, stellen wir sicher, dass auch diejenigen, die kein Einkommen haben in unserer Partei, weiter wohl aufgenommen werden und aktiv sich beteiligen können. Danke. Jetzt Katina und danach noch Christoph. Ich möchte euch auch sehr bitten, dass ihr diesem Antrag zustimmt, auch wenn es ein Kompromiss ist. Ich sage mal zum Hintergrund. Politische Arbeit kostet viel Geld und das Geld aus den Mitgliedsbeiträgen geht in die Kreisverbände und geht in die Landesverbände. Wenn wir da nicht mehr genug Aufkommen haben an Mitgliedsbeiträgen, werden wir politisch handlungsunfähig. Dann werden auch die Ostverbände irgendwann nicht mehr in der Lage sein, auf den Länderfinanzausgleich zugunsten der Westverbände zu verzichten, weil wir insgesamt zu wenig Mittel verfügbar haben, um die politische Arbeit noch zu organisieren. Deswegen finde ich es genauso zentral wie die Frage der Gestaltung der Beitragstabelle, der Appell an Beitragsehrlichkeit. Und ich weiß das, dass es eine Menge Holz ist, wenn man 90, 95 oder 100 Euro abdrücken muss als Beitrag, weil man eben mehr als 2500 Euro netto im Monat verdient. Und wer dann noch Kinder hat, der hat natürlich dabei auch Belastungen. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, dass es Beitragsehrlichkeit gibt und zwar über alle Einkommensgrenzen, über alle Einkommensstufen hinweg, dann werden wir es auch nicht schaffen, die Arbeitsfähigkeit hinzukriegen. Und ich finde, alle, die Beitragsehrlichkeit sind, denen muss eine hohe Wertschätzung entgegengebracht werden. Und es muss auch deutlich werden von uns allen, die wir Parteiarbeit machen, dass wir mit den Leuten reden, dass sie sich an die Beiträge auch tatsächlich halten. Über meinen Tisch laufen sämtliche Online-Eintritte im Landesverband Berlin. Die Zahl derer, die da 1,50 ankreuzen und aber gleichzeitig angeben, dass sie Lehrerärzte oder sonst was sind, das kann da irgendwas nicht stimmen. Und deswegen müssen wir hier auch deutlich machen, Parteimitgliedschaft, da gilt das Prinzip Geiz ist geil eben nicht, sondern da gilt das Prinzip der Solidarität und der Umverteilung. Dankeschön. Und als letzter von den Einreichern des neuen Antrages ist jetzt Christoph für den Christoph Kornidis, ich bin Landesschatzmeister Baden-Württemberg und hiermit beratender Stimme. Wir haben auf dem Landesausschuss in Baden-Württemberg den Antrag in seiner ursprünglichen Form diskutiert und es gab breite Mehrheit dagegen. Aus allen den Gründen, die aber jetzt positiv hier drin sind und weswegen wir der Meinung sind, dass das eine sehr gute Lösung jetzt ist. Warum? Ich denke, dass dieser Antrag, so wie er jetzt gestellt wird, auch ein strukturelles Problem von der Tabelle im unteren Bereich löst. Das strukturelle Problem besteht nämlich darin, dass, klar, jede Tabelle muss irgendwo mal unten anfangen und das ist das eine und sie wird auch mal irgendwie angepasst. Aber das andere ist, dass es bestimmte Gruppen von Mitgliedern gibt, die unter einer speziellen Situation sind und die kann man nicht einfach darunter fassen, dass sie die ersten in der Tabelle sind. Und jetzt wird hier eindeutig gesagt, dass für Transferbezieher für kein Einkommen eben ganz klar der Festbetrag von 1,50 Euro ist. Wenn man dann doch ein bisschen mehr hat, macht es ja auch nichts. Also das ist mal ein sehr wichtiger Punkt, dass hier ein strukturelles Problem gelöst wird. Zum Zweiten finde ich, dass das hier sehr gut auch eigentlich, dass in den Zusammenhang gestellt wird. Natürlich ist das nur ein Thema, ein Baustein in der ganzen Beitragsfrage, aber es ist immerhin wichtiger und letztlich geht es darum, dass wir einen angemessenen Beitrag zahlen, beziehungsweise die Mitglieder, dass wir sie davon überzeugen und angemessen heißt, angemessen in Bezug auf die eigene Situation, in das, was mir die Partei bringt, was sie mir wert ist und natürlich eine Orientierung an so einer Tabelle und das ist auch nützlich. Und zum Letzten, ich denke, hier in dem Beschluss wird auch klar gesagt, dass es um eine Kommunikation geht. Und ich glaube, ein wichtiges Problem ist, es ist schon ein paar Mal gesagt worden, wir haben auch die Schwierigkeit, in Neueintritten geht das schon los, wir haben es auch genau untersucht und sowohl das Problem von säumigen Mitgliedern als auch das Problem von 1,50 Mitbeiträgen, die gar keine sind, fängt schon bei den Eintritten an. Und da machen wir aber auch selber Fehler, nämlich dient nach falschen Kommunikation, schreibt nachher jemand, ja, ich habe ja gefragt, da hat man gesagt, na, der Mindestbeitrag ist 1,50, den zahle ich dann halt nein. Wir müssen eine offensive Kommunikation dafür machen für den angemessenen Beitrag und das eröffnet jetzt diese Tabelle mit dem Beschluss, wie wir ihn jetzt haben. Dankeschön und es stimmt dafür. Gut, dann nehme ich jetzt noch ein Mikrofon 6 dran. Okay, Manuel Gamper, Delegierter Nummer 566, Delegierte über die Linksjugend Solid. Wir haben uns gestern im Jugendplenum schon mal über die ursprüngliche Variante verständigt und haben auch nochmal über das, was vielleicht kommen wird, diskutiert. Und da war das Votum, wir lehnen diese Änderungen der Finanzordnung ab als Jugendplenum. Was daran halt ganz krass zu problematisieren ist, ist, am eigentlichen Problem ändert es nichts, das ist die Beitragsehrlichkeit. Wir beschließen hier nichts anderes als eine Beitragserhöhung für diejenigen, die sowieso nichts haben. Und als besonders relevanter Punkt, das wird irgendwie darin genannt, man kann irgendwie die Möglichkeit von Ausnahmeregelungen in Anspruch nehmen, aber was heißt das dann genau? Genau diejenigen, die sozial irgendwie ausgegrenzt und die Schwächsten in der Gesellschaft sind, die nehmen wir hier in der Partei her, die müssen sich nochmal den Stempel aufdrücken lassen. Wir sind jetzt diejenigen, die der Partei auf der Tasche legen und wir reproduzieren damit gesellschaftliche Zustände einfach nochmal mit. Und sowas finde ich nicht tragbar und ich plädiere für die Ablehnung dieses Satzungsänderungsantrags. Gut, das war jetzt eine Gegenrede. Ich würde euch vorschlagen, da wir jetzt vier Einreicher mitgehabt haben, die alle dafür geredet haben, dass wir auf eine Führrede jetzt verzichten, auch im Anbetracht unserer Zeit, dass wir dann zur Abstimmung schreiten. Aber bevor wir zur Abstimmung kommen, erklärt euch mal, wie das jetzt funktioniert und ich sage aber vorher erst noch das Wahlergebnis oder das Abstimmungsergebnis an, des ersten Antrages, den wir jetzt abgestimmt haben, 24.3, nochmal in Erinnerung, es ging um die Unternehmensspenden. Antrag hatte folgendes Ergebnis, 292 Ja-Stimmen, 73 Nein-Stimmen, 33 Enthaltungen. Das Zweidrittelquorum lag bei 285, ist damit um sieben Stimmen überschritten worden und das Ja-Stimmenergebnis bei 73,37. Damit ist der Antrag angenommen. So, jetzt kommen wir zum Antrag, den wir jetzt gerade diskutiert haben, also FO11 und Marc erklärt, wie die Abstimmung ist. Also, ich sage erst mal, es geht um den Antrag FO11 neu, also den Kompromissantrag. Wir gehen als Antragskommission davon aus, dass damit alle Änderungsanträge vom Tisch sind. Wenn das nicht der Fall ist, müsste das jetzt ein Änderungsantragsteller anzeigen, aber nach unserem Eindruck tragen das alle mit. So, dann ist das so, dass kein Satzungsänderungsantrag, sondern ein Antrag zur Änderung der Finanzordnung. Da gilt nach unserer Satzung die Notwendigkeit einer absoluten Mehrheit und das ist so definiert, dass eine Änderung der Finanzordnung dann angenommen ist, wenn es gleich mehr Ja-Stimmen als Nein und Enthaltung zusammen gibt. Also, wenn mehr als die Hälfte aller, die abstimmen, mit Ja-Stimmen. Gut, also, das ist glaube ich jetzt allen klar. Wir dürfen das jetzt wieder mit der roten Stimmkarte machen, weil es ja keine Satzung ist, wie wir gerade erfahren haben. Wer jetzt also dem neuen Antrag FO11 neu zustimmen will, dem bitte ich jetzt das Zeigen mit der roten Stimmkarte. Tommy, du kannst die rote nehmen. Die rote. Dankeschön. Die Gegenstimmen. Die Stimmenthaltungen. Bei einer großen Anzahl von Gegenstimmen und einigen Stimmenthaltungen sind wir aber der Meinung, dass es trotzdem eine übergroße Mehrheit gewesen ist, die diesem Antrag zugestimmt hat. Also FO11 ist angenommen. Okay, ich bedanke mich bei euch und übergebe wieder ins Präsidium. Tschüss. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu dem angekündigten Grußwort. Ich übergebe jetzt das Wort. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Hier. Daniel Schwert. Entschuldigung. Liebe Genossinnen und Genossen, herzlichen Dank an die Versammlungsleitung, dass ich heute hier sprechen darf und vielen Dank auch für die Einladung. Mein Name ist Daniel Schwert. Ich bin Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalens für die Piraten. Bin dort Sprecher für Netz, Medien und Wirtschaftspolitik und habe einen kleinen Gruß von einem Menschen aus dem Internet mitgebracht. Geschichten, die man gestern noch als Science Fiction angefangen hat, muss man morgen vielleicht als Tatsachenreportage zu Ende schreiben. Die Umwälzung, die die Digitalisierung der Übergang zur Informationsgesellschaft auf uns bringen werden, die kann man im Moment gerade mal erahnen. Die digitale Revolution betrifft alle Lebensbereiche. Die Welt des Wirtschaftens, die Welt der Kommunikation, die Welt der Unterhaltung, der sozialen Interaktion, die Art und Weise, wo, wie und was wir in Zukunft arbeiten werden. Politische und gesellschaftliche Partizipation, freie Berufe, selbst in Sport. Zurzeit öffnet sich gerade ein Fenster, diesen Wandel zu gestalten. Wir müssen diese Chance ergreifen, denn sonst findet der Wandel ohne uns statt. Aufhalten kann man ihn nicht. Zugleich, und das muss uns bewusst sein, öffnet dieser Wandel auch Chancen, Barrieren abzubauen, Demokratie und Teilhabe zu erhöhen. Die Welt ein bisschen solidarischer, ein bisschen besser zu machen. Das geht nur, wenn man das gemeinsame Wertegerüst, das man hat, auch auf das Internet erweitert. Dazu muss man den Mensch in den Mittelpunkt stellen, nicht die Wirtschaft und nicht Überwachung. Netzpolitik, und das kann man gar nicht oft genug betonen, Netzpolitik ist Gesellschaftspolitik. Das eine, ohne das andere zu denken, ist ein Fehler. Was nützt denn beispielsweise der Ausbau des schnellen Internets für alle, wenn es immer noch überall Menschen gibt, die sich das schlicht und ergreifend nicht leisten können? Und umgekehrt, was nützen Menschen und Bürgerrechte, wenn sie im Lebensraum Internet außer Kraft gesetzt sind? Deshalb freut es mich sehr, dass im Leitantrag heute der digitalen Wandel seinen Raum bekommen hat. Das Recht für alle auf Zugang zu einem freien, undiskriminierten Internet muss ein Grundrecht für alle Menschen sein. Wir wollen ein neutrales, ein faires, ein solidarisches Internet. Individuelle Freiheit und soziale Gerechtigkeit sind selbstverständlich auch im Internet zwei Seiten derselben Medaille. Man sagt, die Kontrolle von Produktionsmitteln bedeutet Macht. Heute sind Daten solche Produktionsmittel geworden. Wer die Daten hat, hat die Macht. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Kontrolle über die Daten den Menschen selbst zurückgegeben wird. Wir müssen den Überwachungswahn, den Schnüffelstaat zurückdrängen. Der Datensammelwut staatlicher und privater Stellen muss ein Riegel vorgeschoben werden. Auf Überwachung folgt stets Repression. Daher ein klares Nein zur Vorratsdatenspeicherung. Der beste Datenschutz sind immer noch die Daten, die gar nicht erst gespeichert werden. Das Internet muss demokratischer werden. Die Kontrolle über das Internet muss den Menschen zurückgegeben werden. Und dazu gehört es, den Geheimdiensten ihre digitalen Angriffsarsenale zu entziehen. Geheimdienste haben sich als unkontrollierbar, als demokratiefeindlich erwiesen. Sie müssen aufgelöst werden. Dem Kampfbegriff des geistigen Eigentums müssen ebenfalls Grenzen gesetzt werden. Monopolisierung von Wissen, künstliche Verknappung von Medien, soziale Spaltung bei Kulturteilhabe darf es nicht geben. Gleichzeitig dürfen Kulturschaffende von einer Verwertungsindustrie nicht geknebelt und ausgebeutet werden. Es sind die Interessen der Urheber und Autoren genauso wie die der Nutzer um ein vieles wichtiger als die einer rechte Verwertungsindustrie. Das gilt übrigens für den Welthandel generell. Menschen müssen in den Mittelpunkt gestellt werden und nicht die Interesse internationaler Konzerne. Und das bedeutet, die Freihandelsabkommen, so wie sie derzeit konzipiert sind, müssen gestoppt werden. Ein kritisches Begleiten kann es nicht geben. Insgesamt freue ich mich sehr über den Leitantrag, den Sie, den ihr heute hier beschlossen habt. Es ist, und davon bin ich überzeugt, sehr gut, wenn die Linke ein wenig digitaler wird, wenn sich in das kräftige Rot ein Hauch Orange reinmischt. Gute Ideen sind dazu da, kopiert zu werden. Wir nennen das Copy, Remix, Share, also kopieren, neu mischen und weiterverteilen. Wenn im Gegenzug die Linke ihr Wertgerüst mit in den digitalen Raum bringt, ist das gut für das Netz. Denn das wird die Zukunft beeinflussen, die Welt, in der wir morgen leben werden. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Erfolg mit diesem Parteitag. Dankeschön. Gut, dann vielen Dank für die freundlichen Worte. Wir müssen nochmal zu dem zurückkommen, was wir gerade getan haben, weil wir geben ja zu, wenn wir einen Fehler gemacht haben und wollen die dann auch verändern. Ich bin nochmal darauf aufmerksam gemacht worden, wir hätten jetzt nicht mit der roten Stimmkarte abstimmen dürfen, sondern nur mit der grauen Stimmkarte. Du hast es nur nicht laut gesagt, nur gedacht, Axel. Deswegen muss ich diese Abstimmung nochmal wiederholen, damit wir keinen Fehler machen. Es geht also nochmal um FO11. Neu, genau. Und wir müssen nochmal die graue Stimmkarte herauskramen, bitte. Und wir müssten die Abstimmung nochmal wiederholen. Wer also für den Antrag FO11 neu ist, den bitte ich um das Kartenzeichen mit der grauen Stimm, der grauen Farbe. Genau. Dankeschön. Die Gegenstimmen, die Stimmenthaltungen. Vielen Dank. Das Ergebnis hat sich von uns hier oben aus nicht weiter gravierend verändert, auch wenn an der einen oder anderen Stelle jetzt niemand saß, der vor uns mit abgestimmt hat. Dann würde ich jetzt den fliegenden Wechsel vorbereiten für das Team 5, für die Tagungsleitung. Herr Staatssekretär, nein, Staatsminister, du bist dran. Team 5 ist jetzt dran. Wir wollten jetzt noch schnell P3 machen, aber die Antragskommission ist, glaube ich, gerade nicht im Raum. Also dieser Antrag zum Grundeinkommen müssen wir also noch weiter verschieben. Also rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 7, Kommunalpolitik. Und wir werden, wie gesagt, jetzt einen kleinen fliegenden Wechsel vornehmen. Den kann ich leider nicht machen, weil die Antragskommission nicht da ist. Ich wollte es gerne tun, aber die Antragskommission ist nicht im Raum. Ah, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Gut. Na, kommt doch hoch. Kommt doch einfach hoch. So, wir rufen jetzt auf den Antrag zum Thema Grundeinkommen. P3 und P4 neu. Und ihr habt eine neue Nummer vergeben gehabt? Nein, P3, P4 neu. Es waren versehen beim Zusammenheften, deswegen ist er nur ungleichmäßig verteilt worden. Da kann man sich nur für entschuldigen. Aber jetzt dürfte er allen vorliegen. Die Einbringung war erfolgt. Und jetzt geht es im Grunde genommen nur noch darum, dass eine Gegenrede und eine Führrede und dann die Abstimmung erfolgen kann. Gut. Dann rufe ich jetzt die Gegenrede auf. Genau. Wer macht die Gegenrede? Oder an welchem Mikrofon? Am Mikrofon 4. Tillmann Lohs, Delegierte Nummer 74. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, es gab ja ursprünglich zwei Anträge zum Thema Grundeinkommen, die sehr verschiedene Sachen beinhaltet haben, aber auf einigen Stellen sehr ähnlich miteinander waren. Einer davon hat gesagt, man kann sich vorstellen, dazu mit den Entscheid zu machen. Der andere hat gesagt, wir sollten einen machen und er sollte bis zum Ende dieses Jahrzehnts stattfinden. Was für eine Idee wie das Grundeinkommen, die übrigens nicht neu ist, sondern auch wenn sie uns möglicherweise neu vorkommt, wie auch einigen vielleicht das Internet neu vorkommt, eine relativ lange und späte Zeit ist. Jetzt ist das passiert, was in unserer Partei relativ häufig gemacht wird. Nämlich, man hat Sachen wegmoderiert. Das ist an bestimmten Sachen auch total sinnvoll, um Eskalationen zu vermeiden, um Sachen zu entschärfen. Ich glaube aber nicht, dass es an jeder Stelle sinnvoll ist. Und diesem Antrag, so wie er jetzt vorliegt, möchte ich tatsächlich nicht meine Zustimmung geben, denn das ist eine Verhinderung einer Entscheidung von den Leuten, die sich engagieren. Manche sagen auch immer, das spaltet die Partei das Grundeinkommen. Keine Ahnung. Ich bin für ein Grundeinkommen. Ich kann auch damit leben, wenn in der Partei keine Mehrheit für ein Grundeinkommen da ist, bleibe ich trotzdem Linker in der Partei. Aber ich will einfach irgendwann darüber abstimmen und nicht immer diesen vorweggezogten Konsensquatsch haben. Und genau das ist dieser Antrag. Es ist Hippiequatsch mit Konsenssoße. Gut, jetzt gibt es noch die Möglichkeit einer Für-Rede, auch am Mikrofon 4. Johanna Voss, 383 für die BAG Grundeinkommen hier. Ich würde sagen, wir können sehr gut diesen Antrag abstimmen. Es ist lange diskutiert worden und es ist ziemlich einmalig, dass Betriebe und Gewerkschaft zusammen mit BAG Grundeinkommen so etwas zustande gebracht hat. Das ist keine Einheitsbreissoße, sondern der Auftakt zu einem langen Diskussionsprozess. Und den wünsche ich mir für die Partei. Das Thema nicht links liegen lassen, die gesellschaftlichen Bewegungen, die damit unterwegs sind, reinholen, mit ihnen arbeiten und dann zu einer guten Vision kommen am Ende. Dafür steht dieser Antrag. Stimmt ihm zu. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag P3, P4 neu. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, dem bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Ihr könnt jetzt wieder mit Rot abstimmen und das, glaube ich, gilt jetzt für den Rest des Abends. Vielen Dank. Die Gegenstimmen? Vielen Dank. Die Stimmenthaltungen? Vielen Dank. Damit ist der Antrag angenommen mit übergroßer Mehrheit. Genau. Und ich übergebe jetzt das Wort. Dann bin ich erst mal wieder entlassen. Ihr merkt, in Teilen hat das Tagungspräsidium gewechselt. Hier oben haben neben Rico Geppert, der uns schon hervorragend durch den Parteitag in den letzten Tagesordnungspunkt geleitet hat, Dora Hayen aus Hamburg sitzt links von mir und links von Dora Hayen sitzt Conny Möhring aus dem Landesband Schleswig-Holstein. Und ich bin Benjamin Hoff und bin Delegierter von der FDS, dem FDS. Wir setzen nun mit dem letzten Tagesordnungspunkt heute fort, Top 7. Wir befassen uns in diesem Tagesordnungspunkt mit den kommunalpolitischen Leitlinien. Das ist Antrag G1, neue aus Antragsheft 2 und alle dazugehörigen Änderungsanträge in Antragsheft 3. Da alle Änderungsanträge zu diesen Leitlinien im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes zu behandeln sind, wäre eigentlich der Antragskommission das Wort zu geben. Die braucht aber das Wort nicht und insofern kann ich gleich mit Dagmar Zoschke anfangen, der ich das Wort gebe. Sehe ich einen GO-Antrag an Mikrofon 3? Nein, das ist nicht der Fall. Dann hat Dagmar Zoschke das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, das Nachtprogramm beginnt und wir unterhalten uns über Kommunalpolitik. Kommunalpolitik ist Kern linker Politik, ist Herzstück der Partei, ist Grundlage für linke Politik. Entscheidend ist die Präsenz vor Ort. Kommunalpolitik ist das Aushängeschild unserer Partei. Das sind Stichworte, die sehr leicht über die Lippen gleiten, die wir oft sprechen und auch hören, die aber auch Handeln erfordern. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik hat in einer fast vierjährigen ehrenamtlichen Arbeit, an der in erster Linie praktizierende Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker mitgearbeitet haben, diese euch vorliegenden kommunalpolitischen Leitlinien sehr zivilisiert erstritten und darauf sind wir stolz. Es sind Erfahrungswerte aus allen Ebenen der Kommunalpolitik eingeflossen und wir haben uns in der Reflexion der unterschiedlichen Bedingungen für Kommunalpolitik in den einzelnen Bundesländern ernsthaft bemüht, für ein akzeptierbares Produkt vorzulegen. Ziel unserer Bemühungen zum einen für alle Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ein Dach, ein theoretisches Dach zu liefern, unter dem sie ihre Entscheidungen und ihre Projekte vorbereiten, treffen und durchführen können. Uns ist klar, dass sie kein in Stein gemeißeltes Traktat bilden, sondern wir wollen sie als ein Arbeitspapier, das lernt und ständig weiterentwickelt werden muss, verstanden wissen. Darüber hinaus weisen wir die Ebenen Europa, Bund und Land darauf hin, dass ganz bestimmte Entscheidungen direkte Auswirkungen auf die Kommunalebene haben, die mitgedacht, stärker beachtet und auch ausgesprochen werden müssen. Unsere Idee hier lautet, ein Kommunalcheck für alle europäischen Bundes- und Landesentscheidungen einzuführen, in der Partei und in den Parlamenten. Nicht zuletzt sind die vorgelegten kommunalpolitischen Leitlinien auch als Einladung, an die unterschiedlichen Akteure in den Kommunen zu verstehen, gemeinsam mit uns das Leben in den Kommunen zu gestalten und zu verändern. Zu den Erfahrungen, die wir in vielen Diskussionsrunden erkannt und benannt haben, gehören. Bürgerinnen und Bürger wollen von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern der Linken konkrete Lösungen und Hilfen, aber auch Informationen und Möglichkeiten, selbst tätig zu werden. Selbstverständlich schließt das die Übernahme von Verantwortung mit ein. Und wir sind uns auch bewusst, welches Potenzial in Kommunalpolitik liegen kann, um wieder mehr Beteiligung und auch unter anderem auch an Wahlen zu erreichen. Allerdings ist es keine Königslösung. Dass die konkrete finanzielle Situation in vielen Kommunen den konkreten Handlungsspielraum für Kommunalpolitik extrem einschränkt, neue Denkansätze erfordert und auch ein anderes Miteinander zwischen Politik und Gesellschaft verlangt. Dass gerade im konkreten Handeln von linken Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern vor Ort Bürgerinnen und Bürger die Linke authentisch erleben. Es ist quasi für viele die erste Begegnung, der erste Kontakt und entscheidet über Einstellungen und Wertungen gegenüber der Partei insgesamt. Und dass eine Kommunalpolitikerin, ein Kommunalpolitiker auf vielen Gebieten Fachfrau bzw. Fachmann sein muss. Rechtliche Fragen vom Baurecht, Satzungsrecht, Haushaltsrecht. Sie, er muss fit sein in der Projektarbeit und auch auf Leute zugehen können. Und er, sie muss sich ständig weiterbilden. Kommunalpolitik ist immer konkret und unmittelbar. Da kann sich keine, keiner rausmogeln. Die Entscheidung, die ich am Abend in der Stadtratssitzung mitgetroffen habe, muss ich bereits am Vormittag des folgenden Tages auf dem Weg durch die Stadt rechtfertigen und erklären. Da gibt es keinen Schonabstand und auch keine Schonfrist. Ich muss sicher sein und überzeugt von meinem Tun. Das sichert Glaubwürdigkeit. Wir haben die Leitlinien in vier inhaltliche Komplexe geteilt. Erstens gesellschaftliche Emanzipation stärken, lokale Demokratie ausbauen. Dieser Abschnitt beinhaltet unsere Ansätze von Partizipation, demokratischer Beteiligung, zum Beispiel durch Bürgerhaushalte, ebenso wie die geschlechtsspezifischen Anforderungen an Kommunalpolitik. Der zweite Teil, kommunale Daseinsvorsorge, auch unter neuen Entwicklungsbedingungen. Ausgangspunkt ist die Sicherung der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen, die besonders auch durch europäische Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Und die Ausgestaltung der einzelnen Facetten wie Gesundheits- und Sozialpolitik, Bildungspolitik, Kinder- und Jugendpolitik, demografischer Wandel, Kultur, Inklusion und ökologischer Umbau für alle Generationen. Der dritte Abschnitt, Grundvoraussetzungen für kommunale Selbstverwaltung. Dieser Abschnitt beinhaltet unsere Forderungen zur Finanzausstattung der Kommunen. Finanzverantwortung muss der Aufgabenverteilung folgen. Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen muss weiter wiederhergestellt werden. Und unsere Eckpunkte der Gemeindefinanzreform, unser Umgang mit Haushaltskonsolidierung und die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen bis hin zu der durch Kommunen gestalteten Energiewende. Und der vierte Abschnitt beinhaltet die Zukunft mit kommunalen Strukturen. Hier ist der Grundsatz, dass die Beziehung zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung und Kommunalvertretung kein statischer Zustand ist, sondern immer wieder neu definiert und hinterfragt werden muss. Kriterium aller Entscheidungen sind die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Verwaltung ist in erster Linie Dienstleistungseinrichtung, die sich den Anforderungen permanent anpassen muss. Mit dem Fragekatalog, den wir zusammengestellt haben, wollen wir Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern helfen, Entscheidungen für ihre Kommune zu treffen. In der Beantwortung kann die Begründung für die jeweilig zu treffende Entscheidung liegen. Es ist ein Angebot. Wir sind davon überzeugt, dass mit dem euch hier vorliegenden Leitlinien, die durch den Beschluss eine starke Bürgergesellschaft in starken Kommunen, kommunalpolitische Leitlinien der Linkspartei PDS vom Dresdner Parteitag 2005 eine würdige und fortgeschriebene Entwicklung erfahren. Ich bitte um eure Zustimmung. Vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Wir würden nun den Antragstellern des Antrags G120, eine andere Kommune ist möglich für eine kämpferische Kommunalpolitik, zur Einbringung das Wort geben und würden dann mit euch gemeinsam abstimmen lassen über die Redezeiten für die gesetzten Redebeiträge und die weiteren Redebeiträge, damit niemand sagen kann, das ist unsolidarisch. Liebe Genossinnen und Genossen, ich begründe den Änderungsantrag für die Bundesarbeitsgemeinschaft Antikapitalistische Linke. Genossinnen und Genossen, die Kommunen sind ein zentrales Feld für linke Politik. Dort haben wir die Chance, unsere Partei zu verankern und zudem Selbstaktivität und Selbstorganisierung von der Basis her zu befördern. Auf diesem Feld können wir allerdings auch Fehler machen, die uns Unterstützung kosten würden. Wenn wir in der Praxis vor Ort keine andere Politik machen als die etablierten Parteien, dann wird auch unsere oppositionelle Haltung auf Bundesebene beschädigt. Würde die Linke lokale Sozialkürzung schönreden und die sogenannten Sachzwänge beschwören, kann dies nicht durch knackige Bundestagswahlplakate repariert werden. Die Wichtigkeit der Kommunalpolitik wird oft betont, aber oftmals wird inhaltlich relativ wenig diskutiert. Daher begrüßt die antikapitalistische Linke die heutige Möglichkeit zu einer gewiss kontroversen Debatte und hat diesen Ersetzungsantrag formuliert, um einen Beitrag für diese Diskussion zu leisten. Genossinnen und Genossen, der Antrag G1, den die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik eingebracht hat, der basiert auf einem sehr eingeschränkten Verständnis von Kommunalpolitik. Kommunalpolitik wird darin, und das zieht sich eigentlich durch den gesamten Text, definiert als Politik in den kommunalen Gremien und Institutionen wie Stadt- oder Gemeinderäten. Die Worte Widerstand oder Mobilisierung tauchen darin gar nicht auf. In den zehn Jahren, in denen ich ein Ratsmitglied der Stadt Köln war, habe ich aber gelernt, dass die zentralen kommunalpolitischen Auseinandersetzungen nicht im Ratssaal und in Fraktionsbüros stattfinden, sondern in den Stadtteilen mit den Menschen. Unsere wichtigste und vornehmste Aufgabe als linke Kommunalpolitikerin und Kommunalpolitiker ist es, die lokalen Themen aufzugreifen, bei denen sich die Menschen bewegen, Widerstand leisten, sich organisieren, auch unabhängig davon, ob sich diese auch im Stadt- und Gemeinderat widerspiegeln. Wenn Mieterinnen und Mieter Gerichtsvollzieher blockieren, um Zwangsräumung zu verhindern, dann ist das Kommunalpolitik und die Mitglieder unserer Partei müssen aktiv dabei sein. Wenn die Erzieherinnen und Erzieher streiken, um Druck auf die Städte und Gemeinden auszuüben, endlich ihre Tätigkeit aufzuwerten, dann ist das Kommunalpolitik und wir müssen bei den Streikposten stehen. Und wenn Nazis und Rassisten marschieren, ist der Platz linker Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen auf der Straße in der Blockade. Wir sollten diese Fragen natürlich auch in die kommunalen Gremien hineintragen, Anfragen und Anträge in Stadträten stellen, die publizistischen Möglichkeiten unserer Gemeindevertreterinnen und Vertreter nutzen. Wo wir Mehrheiten in Gemeinderäten haben oder die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister stellen, sollten wir die Forderungen von Mieterinnen und der Erzieherin umsetzen und somit konkret zeigen, dass es einen Unterschied macht, ob die bürgerlich etablierten Parteien oder die Linke vor Ort Mehrheiten hat. Im Antrag der BAG Kommunalpolitik finden sich viele richtige Punkte zur notwendigen Reform der Gemeindefinanzierung und wir haben diese Forderung im Großen und Ganzen in unseren Ersetzungsantrag übernommen. Spannend wird es allerdings bei der Frage, wie die Linke vor Ort agiert, wenn es eben nicht zu dieser finanziellen Besserstellung der Kommunen kommt, gegen die sich ja die etablierten Kräfte nach wie vor mit Händen und Füßen wehren. Und der vorliegende Antrag G1 bietet dazu Antworten, die wir für hochproblematisch halten, liebe Genossinnen und Genossen. Unter Punkt 4 sprechen sich die Antragsteller für sogenannte kommunale Strukturreformen aus. Sie benennen zwar Kriterien, aber blenden die Realität dabei aus. Denn diese sogenannten Strukturreformen führen immer zu Personalabbau. Und die Linke ist jedoch die Partei und muss diese Partei auch weiterhin sein, die gegen den Abbau von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst und im Gegenteil für den Ausbau öffentlicher Dienstleistungen und Arbeitsplätze eintritt. Auch an weiteren Stellen des Antrages bleibt die BG Kommunalpolitik die Erklärung schuldig, worin sich Linke von prokapitalistischer Kommunalpolitik unterscheidet. In Zeile 210 heißt es, ich zitiere, Zur Sicherung der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen muss ich die kommunale Daseinsvorsorge an den Bedürfnissen der am meisten Benachteiligten orientieren. Weiter heißt es ab Zeile 578, die Linke sei gegen ungerechtfertigten Sozialkultur- und Leistungsabbau. Man müsse vertretbare Prioritäten setzen. Darüber solle die Linke mit der Bevölkerung einen ehrlichen Dialog führen. Kurz, hier steht nichts davon, auf keinen Fall kommunalen Kürzungen zuzustimmen. Hier steht nichts davon, einen Kampf darum zu führen, die sogenannten Sachzwänge zu überwinden. Im Klartext, liebe Genossinnen und Genossen, wäre das eine Handlungsanleitung dafür, die angeblich weniger schlimmen Kürzungen durchzuziehen beziehungsweise zu unterstützen und den Betroffenen dies ehrlich zu verklickern. Und genau, liebe Genossinnen und Genossen, das machen die bürgerlichen Parteien auch. Die SPD-Oberbürgermeister in meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen, die stellen sich alle hin und sagen, wir wollen ja gar nicht kürzen, das tut uns auch sehr leid. Aber ohne eine Änderung der Gemeindefinanzierung können wir überhaupt nichts machen. Und ihr schlagt vor, dass die Linke genauso argumentiert, liebe Genossinnen und Genossen, das kann nicht euer Ernst sein. Wenn es allerdings euer Ernst ist, liebe BRG-Kommunalpolitik, so ist es nicht verwunderlich, dass in eurem nicht gerade kurzen Text kaum konkrete Forderungen für die kommunale Ebene auftauchen, denn die wären in eurer Logik sowieso nicht durchsetzbar. Im Ersetzungsantrag der RKL haben wir hingegen einige Essentials linker Kommunalpolitik aufgeführt, die sich aus Zeitgründen, ihr könnt sie ja in unserem Antrag nachlesen, hier aber nicht alle bringen kann. Genossinnen und Genossen, ein Grundsatzbeschluss zur Kommunalpolitik, wie der vorliegende Antrag G1 ohne eine kommunale Programmatik, ohne Ideen, was die Linke konkret durchsetzen will, hat einen sehr begrenzten Nutzwert. Dazu kommt die in G1 vertretene Akzeptanz des von den etablierten Kräften gesetzten Handlungsrahmen, den ich für eine linke Partei für geradezu gefährlich halte. Der Ersetzungsantrag der antikapitalistischen Linken beinhaltet hingegen Essentials linker Kommunalpolitik, die nicht den gemachten Sachzwängen geopfert werden dürfen. Zudem, ich komme zum Schluss, müssen wir den Menschen die Wahrheit sagen. Eine grundlegend bessere Ausstattung der Kommunen wird es nicht dank besserer Erkenntnis der bürgerlichen Parteien geben. Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden ist Teil des Autoritätsregimes, welches ganz Europa bedrückt. Um dieses Regime abzuschütteln, ist eine Mobilisierung gegen die Konzerne und Banken nötig. Der Kampf für eine wirklich demokratische Kommune ist daher Teil des breiteren Kampfes für eine Überwindung des Kapitalismus. Ich möchte euch daher bitten, den Antrag der antikapitalistischen Linken zur weiteren Beratungsgrundlage zu machen. Vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Ich danke dir ganz herzlich für die Vorstellung dieses Antrags. Wir müssen, wie das bei eigentlich allen Tagesordnungspunkten noch auf allen Parteitagen, ob Hamburg, Berlin oder Gera Parteitag ist, darüber abstimmen, wie die Redezeiten sein werden. Wir würden vorschlagen, dass wie bei den bisherigen Tagesordnungspunkten Verfahren wurde so auch bei diesem Tagesordnungspunkt, das heißt für die vier gesetzten Redebeiträge würden wir sieben Minuten pro Rednerin oder Redner vorsehen und für die weiteren Redebeiträge je vier Minuten. Ich würde darüber abstimmen lassen, wer stimmt dem von uns vorgeschlagenen Verfahren zu. Den oder die bitte ich um das Erheben der Delegiertenkarte. Rot, ihr könnt das bei mir sehen. Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Bei wenigen Enthaltungen, einigen Gegenstimmen mit großer Mehrheit ist dem Verfahren so gefolgt worden. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Antragskommission für die Beratung der Anträge einen Zeitraum von rund 40 Minuten vorgesehen hat, sodass wir jetzt die Möglichkeit hätten, bis Viertel nach zehn die Beratung zu führen. Und insofern gebe ich jetzt Angelika Gramko als erste Rednerin das Wort und es bereitet sich vor Michael Faber. Und Angelika, du hast das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, starker Torbark, ich arbeite in Sachzwängen und dann auch noch direkt gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern meiner Stadt, einer Landeshauptstadt. Ich konnte dazu beitragen, dass links wirkt. Und zwar, dass der Mindestlohn in unserer Stadt schon bevor er gesetzlich eingeführt worden ist, für öffentliche Aufträge gilt. Ich habe dazu beigetragen, mit der Linken im Parlament und der Partei, dass wir widerstanden haben, dass der kommunale Wohnungsbestand privatisiert wird, sondern saniert und damit der soziale Frieden für Mieterinnen und Mieter im Stadtteil erhalten bleibt. Wir bilden uns ein, in unserer Arbeit die Kompetenz für eine Weiterentwicklung der sozialen Gerechtigkeit in unserer Stadt und in den Kommunen zu erhalten, weil nach einem Antrag der Linken alle Kita-Kinder bei uns, und das sind 99 Prozent der Kinder im Alter von 0 bis 6, null jährlich fahren nicht, frei mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren können. Und, dass wichtige kulturpolitische Angelegenheiten für Kinder und Jugendliche frei sind, ob es die Bibliothek ist oder der Besuch der Kunstnacht. Und ja, Spielplätze werden bei uns nur errichtet, wenn vorher die Kinder danach gefragt worden sind, was sie möchten, nämlich unter direkter Demokratie. Dazu gehört auch ein Online-Forum. Aber, und da gebe ich den Genossinnen und Genossen der AKL-Recht. Ja, wir haben nicht genug Geld. Ja, bundes- und landespolitische Entscheidungen drangsalieren die kommunale Selbstverwaltung, schreiben uns vor, engen uns ein und erpressen uns. Aber, wir können trotzdem diese von mir eben leicht zitierten Entwicklungen gestalten. Ich will hinzufügen, dass in unserer Stadt Flüchtlinge dezentral konsequent untergebracht werden und im Übrigen Frauen mit Kindern nicht mit fremden Männern untergebracht werden. Dass wir trotzdem Ja sagen zur Außenstelle der zentralen Aufnahmestelle und an Dietmar dann doch, wir bringen keine Flüchtlinge um. Aber, dass das so geht in diesen Sachzwängen, hat damit zu tun, dass wir Kompetenz für humanitäre Flüchtlings- und Migrationsangelegenheiten haben. Und wer mir ein bisschen zugehört hat, ich habe eben mal kurz bewiesen, was wir im Leitantrag beschlossen haben, was wir fordern von der gesamten Partei für die Wahlkämpfe in 2016, damit wir in den Landesparlamenten lernen von Hamburg und Bremen und von Thüringen weiterkommen. Ich habe gar nicht über Kommunalpolitik geredet. Aber, ich arbeite jetzt seit sieben Jahren mit tausenden Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern und der Partei in den Dörfern Entstädten ohne programmatische Untersetzung. Macht Spaß. Ich habe ein Parteiprogramm, aber, wenn ich will, kann ich mich mogeln. Weil es eben, wie bei der Seniorenpolitik, bei der Bildungspolitik, im Gesundheitswesen, bei der Energiepolitik, bisher in unserer gemeinsamen linken Partei keine Haltelinien gibt für Kommunalpolitik. Und ich finde es eher begrüßenswert, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, diese Haltelinien zu bestimmen und zu sagen, natürlich sind das auch Visionen. Natürlich weiß ich, dass man in der aktuellen Kommunalpolitik nicht alles von heute auf morgen realisieren kann. Aber wie hat es Matthias Höhn gesagt? Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, woran sie sind. Sie müssen jeden Tag uns erreichen können. Wir müssen nachvollziehbar sein in den Alternativen und lebensnah. Na klar, und wo sind wir das? Wir sind das in den Städten, wir sind das in den Dörfern, in den Kreisen vor Ort. Die Linke in den Parlamenten, in der Politik und in der außerparlamentarischen Auseinandersetzung. Und ich finde es schon ein bisschen schade, dass uns Genossinnen und Genossen der AKL, weil sie offensichtlich in ihrem Bundesland noch keine linke Bürgermeisterin haben, unterstellen, wir würden zum Beispiel nicht im Aktionsbündnis für eine weltoffene Stadt arbeiten. Ich selber im Kinderschutzbund und den Schulförderverein unterstütze ich immer noch ehrenamtlich, auch als Oberbürgermeisterin. Und ich weiß viele meiner Genossinnen und Genossen im Kommunalparlament und der Partei auch, obwohl meine Kinder inzwischen in Hamburg und in Köln sind und nicht mehr in Schwerin und schon lange aus der Schule raus. Ich bitte wirklich nicht, das Angebot der Kommunalpolitikerinnen und Politiker, der BAG, in allen Ländern zu vergleichen mit angepasst sein, nur kapitalistisch umsetzen und keine Gegenwehr. Das Gegenteil ist der Fall. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, dafür hätte ich mir heute gerne einen anderen Platz gewünscht. Mehr Öffentlichkeit nach außen. Aber das, was wir bitte heute noch erreichen, ist, dass wir all denjenigen, die wissen wollen, was macht ihr da eigentlich in der Kommunalpolitik? Irgendwann ein dünnes Heftchen. Vielleicht in den nächsten Wochen in die Hand geben, woran sie uns messen können, wo wir ihnen auch klar machen können, was geht gegenwärtig und was geht nicht. Denn ich bin für eine Zukunftsdebatte und diese Zukunftsdebatte, die draußen überall dran steht, heißt auch Zukunft für das Leben der Bürgerinnen und Bürger, der Einwohnerinnen und Einwohner in unseren Städten und Dörfern. Da müssen wir sie abholen. Im Übrigen bin ich auch für Sozialismus. Und Sozialismus spielt sich nicht unter der Himmeldecke oder im luftleeren Raum ab. Wenn wir gemeinsam Gesellschaftsstrukturen verändern wollen, dann muss es in den Städten und Dörfern der Bundesrepublik Deutschland sein und dann gemeinsam. Bitte stimmt dem Antrag für die Kommunalpolitik zu. Und dann muss es in den Städten Das Wort hat Michael Faber aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen und es bereitet sich bitte vor, wie liest du das weg aus Niedersachsen? Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, zwischen euch und uns und dem Feierabend dieses Beratungstages steht jetzt nur noch diese Debatte über Kommunalpolitik. Ich hoffe gleichwohl, dass ihr eure Ohren und Herzen noch ein Stück weit für dieses Thema einige Momente eröffnet. Denn die Kommunalpolitik ist ein Thema von großer Bedeutung, wenn es darum geht, über die Verankerung, und zwar die dauerhafte Verankerung unserer Stadt, unserer Partei, in dieser Gesellschaft zu diskutieren. Und Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker wissen, selbst wenn sie sehr leidenschaftlich sich engagieren, dass die wenigsten Mitglieder unserer Partei aufgrund konkreter Stadtratsentscheidungen unserer Partei beigetreten sind. Aber auch die großen gesellschaftlichen Fragen, die man eher mit anderen politischen Ebenen in Verbindung bringt, die treten eben in anderem Gewand und begegnen uns in anderem Gewand auch ganz konkret in den kommunalpolitischen Auseinandersetzungen. Wir haben hier heute völlig zu Recht in den vielen Zusammenhängen über Flüchtlingspolitik geredet, weil wir sind natürlich ganz konkret vor Ort berufen und in der Verantwortung, eine dezentrale Unterbringung und die Integration zu organisieren. Diese Auseinandersetzung führen wir ganz zentral in den Kommunen. Und auch die soziale Frage begegnet uns natürlich in den kommunalpolitischen Auseinandersetzungen. Wenn ich etwa in den großen Städten mir die Wohnungsfrage anschaue, dann haben wir mittlerweile in vielen großen Städten, insbesondere wo Universitäten sind, einen großen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, was auch daran liegt, dass die Kommunen in den letzten Jahren den öffentlichen Wohnungsbau und insbesondere den kommunalen Wohnungsbau massiv vernachlässigt haben. Und hier stehen wir in der Verantwortung, Druck auszuüben, dass sich das wieder ändert. Und liebe Genossinnen und Genossen, diese großen Fragen, heruntergebrochen auf kommunalpolitische Auseinandersetzungen, die begegnen uns im Rahmen einer ganz großen Themenvielfalt. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik hat mit diesem Entwurf aus der kommunalen Praxis vieler Beteiligter heraus versucht, einen Orientierungsrahmen zu bieten, welche Herausforderungen uns tatsächlich in der kommunalen Praxis vor Ort begegnen. Und ich glaube, das ist ein Papier, was es sich lohnt, natürlich weiter zu diskutieren, aber als Orientierungsrahmen hier auch der Arbeit der vielen, ja, mehreren tausend Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in unserer Partei zugrunde zu legen. Jetzt gibt es einen Ersetzungsantrag der AKL, der ist hier auch gerade eben angeführt worden. Natürlich hat er den Vorteil, der ist kürzer. Das will ich nicht bestreiten. Ich sehe aber, dass er an manchen Stellen diese Kürze auch mit einem gewissen Substanzverlust erkauft hat. Ich möchte Themen wie die Energiewende und der Beitrag der Kommunen für eine dezentrale Organisation der Energieversorgung, die Aufgaben kommunalwirtschaftlicher Betätigung von Stadtwerken möchte ich in kommunalpolitischen Leitlinien der Partei Die Linke auch angesprochen und verankert wissen. Und ein weiterer Punkt, ein weiterer Punkt, der, glaube ich, einen recht fundamentalen Unterschied in der Herangehensweise beschreibt. Ich habe mir das, den Ersetzungsantrag dann nochmal angeschaut, in den Zeilen 75 fortfolgende. Verstehe ich das jetzt etwas verkürzt? So, da steht drin, also das ist ganz toll, wenn wir kommunalpolitische Wahlerfolge haben. Blöd ist nur, wenn die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dann immer in diesen Gremien rumsitzen. Das gipfelt dann in diesem Satz, in dieser Zeile 6061, die Gremienarbeit sollte nicht im Mittelpunkt linker Kommunalpolitik stehen. Also, liebe Genossinnen und Genossen, was für ein Scheinwiderspruch ist das denn, wenn ich in kommunalpolitischer Gremienverantwortung stehe und mich zum Beispiel in Bonn, wo ich Kommunalpolitik mache, mit der Frage der OGS-Finanzierung und dem städtischen Zuschuss auseinandersetze, bevor ich darüber Entscheidungen treffe in den Gremien, da gehe ich doch hin und kopple meine politische Auffassung vorab rück mit den Trägern, mit den Elterninitiativen, mit den Beschäftigtenvertretern. Das ist doch die Aufgabe, die wir gerade, wenn wir kompetente Gremienarbeit machen wollen, dann setzt das die gesellschaftliche Rückkopplung und Verankerung gerade voraus. Was für ein Scheinwiderspruch wird denn da aufgemacht, dass wir sozusagen durch unser Engagement in den Gremien unsere gesellschaftliche Verankerung vernachlässigen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man es engagiert und richtig macht, wie das nach meiner Wahrnehmung in unserer Partei auch fast überall so passiert. Vor dem Hintergrund ist es unsere Aufgabe, die Kritik und die Solidarität, die wir an vielen Stellen, etwa auch von Kürzungen bedrohten Initiativen auf der Straße und bei Protestaktionen gegenüber ausdrücken, dann auch in die Gremien hineinzutragen. Da den Schwanz nicht einzuziehen, sondern hier tatsächlich die Kritik anzubringen, aber natürlich auch versuchen alternative Lösungsvorschläge zu entwickeln und ja auch Mehrheiten dafür zu organisieren, dass es eben nicht zu Kürzungen in dem Bereich kommt und das gelingt uns an vielen Stellen auch und wir müssen insofern die politischen Ebenen, für die wir kandidieren und für die wir um Vertrauen werben, auch ernst nehmen. Wir müssen sie ernst nehmen und sagen, wir wissen, gerade auf der kommunalen Ebene, dass manchmal die Bäume nicht in den Himmel wachsen und die Spielräume hier begrenzt sind, aber trotzdem, wenn wir da antreten und diese Spielräume verhandeln sind, dann sind wir verdammt noch mal in der Pflicht, uns auch in die Auseinandersetzungen zu bringen und Verbesserungen in diesen konkreten Auseinandersetzungen herbeizuführen, ohne darüber zu schweigen, was wir darüber hinausgehend noch für gesellschaftliche Veränderungen anschieben wollen. Aber genau das ist auch der Anspruch dieses Papiers der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik, die die Rahmenbedingungen von kommunaler Arbeit vor Ort benennt und gleichzeitig auch die konkreten Themenfelder anspricht, wo wir uns in der Verantwortung sehen, etwas zu erreichen. Und deshalb ist meine Bitte an euch an dieser Stelle, sicher mit noch einigen Übernahmen seitens der BAG Kommunalpolitik, machen wir diesen Antrag zur Grundlage hier der Diskussion und auch zur Grundlage der konkreten Arbeit vor Ort. Und vielleicht wird vermutlich nicht mehr allzu viel Rückenwind bis morgen geben, aber haben wir morgen auch wieder ein paar Kommunalwallerfolge zu feiern, weil ich glaube, in Sachsen sind Direktwahlen und ich glaube, da können wir hier nochmal ein kleines Signal zumindest aussenden, dass wir morgen auch an dieser Stelle wieder was zu feiern haben, auch wenn die Genossinnen und Genossen dann ab und zu auch mal in Gremien gehen. Ich finde das nicht schlimm. Danke. Vielen Dank, Michael, auch dafür, dass du eine Minute kürzer gesprochen hast, als du Zeit gehabt hättest. Felicitas Weck aus Niedersachsen erhält jetzt das Wort und es spricht als letzter der vier gesetzten Redebeiträge Maik Notenagel, Inklusionsbeauftragter. So, schönen guten Abend. Ich habe Glück, ich muss nicht sagen gute Nacht, aber es hätte nicht viel gefehlt. Liebe Genossinnen und Genossen, in der Kommune leben wir, da lieben wir, da machen wir Politik und werden dafür in Verantwortung genommen. Das ist konkrete Politik sozusagen zum Anfassen. Und deshalb möchte ich für linke Kommunalpolitik im Sinne des Leitantrags der BAG Kommunalpolitik werben. Wir haben lange Zeit solidarisch daran gearbeitet, mit vielen verschiedenen Leuten in vielen verschiedenen Gruppen und versucht, alles Wichtige zusammenzutragen. Dagmar Zoschke hat es in ihrer Einführung ja schon beschrieben. Und wir haben hier für den Parteitag auch schon einige ganz tolle Ergänzungen erhalten, von denen wir auch viele schon übernommen haben. Und es gibt noch eine Menge weitere Anträge zu diskutieren und das sollten wir einvernehmlich tun und uns als Grundlage den Antrag der BAG Kommunalpolitik dazunehmen, weil wenn wir das nicht tun, sind alle Änderungsanträge dahin. Liebe Genossinnen und Genossen, ich mache seit mehr als 30 Jahren Kommunalpolitik. Erst für die Grünen und nun für die Linke. Und meine Erfahrung ist, Kommunalpolitik ist kein Wünsch dir was im Hier und Jetzt, kein Abarbeiten von programmatischen Forderungen. Kommunalpolitik ist Arbeit. Mal macht sie Spaß und mal auch nicht. Und bezogen auf die Situation vor Ort, wo wir wünschenswerterweise mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam versuchen, das Leben lebenswerter, den Ort liebenswerter und mit viel Glück unseren Ort und unsere Gemeinde im Sinne des sozialökologischen Umbaus auch gerechter zu gestalten. Aber was sich da so schön anhört, ist ein langer, dorniger Weg und das Bohren ganz dicker Bretter und das weiß jede und jeder von euch, die ihr im Rat sitzt oder die Kommunalpolitik begleitet. Diese Veränderungen erreiche ich nicht mit Phasen, Dreschmaschinen und global konkreten Vorschlägen. Das erreiche ich, wenn ich mit offenen Augen durch meine Stadt, durch meine Gemeinde gehe, den Menschen zuhöre, mir ihre Sorgen und Nöte anhöre und sie ernst nehme. Nicht der Wahlkampf stand täglich drei Wochen vor der Wahl, sondern die regelmäßige Präsenz in Vereinen, Verbänden, Initiativen und eben auch im Rat oder der Gemeindevertretung. Das ist das, was Kommunalpolitik ausmacht und das ist das, was uns unsere linke Kommunalpolitik führen sollte. Der Kontakt in den Vereinen, in den Verbänden mit den Menschen. Es ist wenig sinnvoll, wenn wir hier auf dem Parteitag etwas beschließen, was in meiner Gemeinde überhaupt nicht angewandt werden kann. Dann ist es doch besser, ich sehe ich mit den Leuten vom Sportverein oder mit der Feuerwehr zusammen, überlege mit den Gemeinden, was können wir machen, was können wir erreichen, wie können wir den Druck so aufbauen, dass die anderen etablierten Parteien da auch mitspielen. Ich bin überzeugt, dass linke Arbeit ganz konkret vor Ort nicht dadurch verbessert wird, dass wir uns im stillen Kämmerlein oder am vielbewohrenden Küchentisch tolle Anträge ausdenken, die dann nach Einbringung von den anderen Fraktionen mehr oder weniger lautstark beerdigt werden. Was ich an Kommunalpolitik so spannend finde, ist zum einen der Querschnitt. Es gibt so viele Politikfelder, da wird es nicht langweilig, aber manchmal sehr unübersichtlich. Da müssen wir lernen, Prioritäten zu setzen und uns nicht von der Verwaltung am Bändel führen zu lassen. Andererseits hat das den Charme, dass neben dem linken Programm à la Das muss noch drin sein.de ist immer noch Platz für, ich nenne das mal ein bisschen lästerlich, die eigenen Hobbys. Sei es der Umweltausschuss für die Ökos oder der Feuerwehrausschuss für die Feuerwehrfans. Meist aber ist kommunalpolitische Arbeit eher klein klein. Wir kümmern uns um Bebauungspläne, Schulentwicklungspläne, müssen uns damit rumärgern, dass die Verwaltung vorschlägt, die eine oder andere Schule zu schließen oder zusammenzulegen. Wir haben die Diskussion um vermehrte Barrierefreiheit und müssen uns mit allem Möglichen auseinandersetzen. Das ist das klein klein, das macht dem einen Spaß, dem anderen mehr nicht. Aber manchmal wird es auch richtig groß und international und das ist in letzter Zeit vermehrt passiert. Es ging nämlich zum Beispiel um TISA, TTIP und Co. In den letzten Monaten ist es vielen Kommunalpolitikerinnen von uns gelungen, gemeinsam mit anderen Fraktionen Resolutionen gegen TISA, TTIP und Co. zu verabschieden. Mal ging das durch linke Initiative, mal hat sich die Linke der Initiative andere angeschlossen. Klar mussten einige von uns auch mal in den sauren Apfel des Kompromisses beißen, die ein oder andere Kröte schlucken. Aber es waren Resolutionen gegen TTIP. Oft wurden diese Resolutionen von der Linken initiiert, dann aber ohne die Linke verabschiedet und in einem etwas anderen Wortlaut. Aber ohne die Linke wäre es zu gar nichts gekommen. Und das sind die Auswirkungen unserer parlamentarischen kommunalpolitischen Arbeit. Nicht immer sichtbar, aber immer öfter. Und wer sehen will, wie vielfältig die Arbeit im gesamten Bundesgebiet in der Linken Kommunalpolitik ist, der kann ja mal in das kommunalpolitische Eckchen des Webauftritts des Parteivorstandes gucken. Da haben wir zum Beispiel eine Antragsdatenbank mit, ich glaube inzwischen 860, 870 Anträgen, die das gesamte breite Feld der Kommunalpolitik aufmachen. Und ich denke, da sieht man überhaupt erst, wie spannend das Ganze ist. Jetzt vielleicht nochmal zurückgehend auf die Anträge zu TTIP. Das fand ich überhaupt sehr spannend, dass wir an der Stelle zum Beispiel auch mit dem Deutschen Städtetag sehr einig waren und der ist nun wahrlich nicht für seine linke Politik bekannt. Lasst uns also nun heute hier für eine solidarische linke Kommunalpolitik streiten und kommunalpolitische Leitlinien verabschieden, die uns auch wirklich leiten können in unserem Handeln. Und bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch einen Werbeblock starten zur Darstellung ganz praktischer Kommunalpolitik. Die Linke vergibt jetzt dieses Jahr zum dritten Mal einen kommunalen Initiativpreis namens Kommune 2020 für Projekte, die die Entwicklung eines demokratischen, ökologischen und sozial gerechten Gemeinwesens voranbringen. Bis zum 30. Juni und das ist nun wahrlich nicht mehr lange hin, können Bewerbungen und Vorschläge eingereicht werden. Schriftlich an den Parteivorstand Die Linke zur Händen Marita Böttcher. Ihr findet die Ausschreibung für diesen kommunalen Initiativpreis auf dem in der kommunalpolitischen Ecke des Webauftritts der Partei. Der kommunale, dieser Preis wird im Rahmen des Festes der Linken verliehen und jeder kann sich selbst vorschlagen oder ihr kennt eine Kommunalfraktion oder auch eine kommunale Initiative, von der ihr meint, die haben das verdient. Dann werdet bitte tätig und meldet euch oder sie an. Vielen Dank Felicitas. Mike, du hast das Wort. Danach beginnen wir mit der weiteren Redeliste und es bereitet sich Mike, bitte Ingrid Joost von der Lisa vor. Schönen guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte heute als Inklusionsbeauftragter unserer Partei, aber auch als langjähriges Kreisdachsmitglied im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und als Stadtratsmitglied meiner Heimatstadt Steinbach-Hallenberg als Mensch mit Behinderung, also immer als Exot, nämlich der Einzigste immer zu sein. Und das war in meinem Leben schon öfter so, im Kindergarten, in der Schule, in der Lehre, im Studium und so weiter. Und dass sich das auch in der Kommunalpolitik auch bei uns verändert, dafür stehe ich heute hier vor euch. Ich möchte euch bitten oder über eine positive Entwicklung nach der Kommunalwahl in Thüringen am 25. Mai letzten Jahres zu berichten. Und zwar war ich nämlich dort auch seit 99 der einzigste Mensch mit Behinderung im ganzen Kreistag und auch in der Fraktion der Linken. Und während des Wahlkampfs oder davor habe ich örtliche Gespräche mit Menschen mit Behinderung geführt und es ist mir gelungen, einen Rollstuhlnutzer zu gewinnen, der jetzt auch dank eines guten Listenplatzes auf unserer Liste des Kreisverbandes letztendlich in den Kreistag jetzt neu hineingewählt wurde. Jürgen Schmidt ist Rollstuhlfahrer und somit unübersehbar ein Mensch mit Behinderung. Jürgen ist jetzt im Kreisentwicklungsausschuss und im Bauausschuss des Landkreises. Ja, und da geht es natürlich auch um die Bauten und ja, dort sind dann die Kollegen im Kreistag, aber auch die Verwaltung immer mit ihnen in Persona direkt konfrontiert. Und das führt dann schon zu einem anderen Denken. Er ist im Behindertenbeirat des Landkreises und seitdem er, wie gesagt, da ist, hat sich einiges verändert. Und da sage ich jetzt nur das Stichwort Schulnetzplanung. Wir machen regelmäßig Kreisbereisungen und es ist dann schön, da müssen wir dann einen barrierefreien Bus extra bestellen, damit Jürgen auch mitkommt. Und dann erleben wir natürlich in vielen Schulen des Landkreises, die eben nicht barrierefrei sind, dass er nicht hineinkommt. Und ein besseres Beispiel wie das kann es nicht geben und es verfehlt auch seine Nachhaltigkeit nicht. Mir und der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik ist es wichtig, dass auch in der Kommunalpolitik die UN-Behindertenrechtskonvention immer mehr Beachtung findet. Und das vor allem deren Umsetzung mit dem Ziel der Inklusion. Das heißt, dass wir Menschen mit Behinderung am Leben teilhaben können und hier bei uns natürlich insbesondere am politischen Leben teilhaben können. Das bedeutet, hier muss ein Umdenken stattfinden. Also weg vom Sozialhilfedenken hin zu Menschenrechtsgedanken. Was heißt das? Was heißt das nun für uns in der Kommunalpolitik? Wir Menschen mit Behinderung sind keine Almosenempfänger, sondern unsere Forderung sind verbriefte Menschenrechte und keine Sonderregelung. Damit uns das auch gelingt, muss auch eine Bewusstseinsbildung hier ausgebildet werden und das vor allem auf allen Ebenen. Das bedeutet für die Kommunalpolitik, dass die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt stehen und eben nicht die Finanzen, wie das leider immer sehr häufig in der Kommunalpolitik so ist. Menschen mit Behinderung müssen mit in die Entscheidung einbezogen werden. Sie dürfen nicht nur als Alibi in so manchem Behindertenbeirat arbeiten, die nach dem Motto arbeiten. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Hier wird unsere kostbare Zeit und insbesondere auch unsere Lebenszeit einfach missbraucht und vergeudet. Und auf solche Termine können wir liebend gerne verzichten. Behindertenbeiräte müssen in die politischen Prozesse einbezogen werden und eingebunden werden. Damit eben das nicht passiert, dass wir heute noch neu bauen und am Ende bei der Abnahme festgestellt wird, dass eben vor der Rampe oder vor den Lift drei Stufen sind. Oder dass die Behindertentoilette fehlt. Solche Beispiele gibt es tausende, ja, in unserer Bundesrepublik. Leider auch noch immer heute. Um das zu beseitigen und zu verändern, müssen wir eben mehr in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Und das kostet viel weniger Geld als solche Dinge, die nun mal schon in Beton gegossen worden sind, zu beseitigen. Menschen mit Behinderung einzubinden und das von Anfang an, muss heute selbstverständlich sein und muss nicht noch groß erkämpft werden. Wir brauchen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und natürlich auch am politischen Leben. Inklusion muss mit Leben gefüllt werden und darf nicht nur eine Worthülse sein, die leider auch mittlerweile noch negativ belastet ist, weil sie von einigen Politikern leider negativ missbraucht wurde, weil sie verkauft haben, Inklusion zum Nulltarif umsetzen zu können. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, geht gar nicht. Inklusion kostet nun mal Geld. Applaus Inklusion in der Kommune heißt, Schulnetzplanung, heißt eben auch dort über unsere Förderzentren nachzudenken, wie wir diese zukünftig nutzen wollen. Und ich meine, hier muss mehr die UN-Behindertenrechtskonvention einbezogen werden, die seit über sechs Jahren gültig ist. Leider ist Deutschland vom UN-Fachausschuss vor einiger Zeit für seine Schulpolitik sehr gerügt worden, weil wir immer noch das ausgrenzende und diskriminierende Schulsystem als Regel haben. Dies muss verändert werden, liebe Genossinnen und Genossen. Ich wollte noch einiges mehr erzählen, die Zeit ist leider zu Ende, aber für eines möchte ich noch werben. Ganz kurz, wichtig ist mir, dass in der Kommunalpolitik mehr Menschen mit Behinderung wieder eingebunden werden und dass wir auch als Partei ihnen die Chance geben, ja, Mandate zu erreichen, denn dort können wir in den Kommunen auch einiges im Denken verändern. Vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Vielen Dank, lieber Mike. Mit einem Blick auf die Uhr können wir jetzt noch folgenden Genossinnen und Genossen das Wort geben und zwar Ingrid Joost von der Lisa, Michael Bruns aus NRW, Susanna Karawanski aus Sachsen, Simon Aulep aus Hessen und es schließt ab Ute Haupt aus Sachsen-Anhalt. Tut mir leid für all diejenigen Genossinnen und Genossen, die sich auch noch gemeldet haben, aber es ist wie bei jedem Tagesordnungspunkt. Ihr könnt sagen, es ist ein Einfallstor der Reaktion, diese Redezeiten, aber es ist halt leider so, wir haben sie nur begrenzt. Dann ist jetzt in jedem Fall Ingrid Joost von der Lisa dran. Es gibt einen GO-Antrag an Mikro 6. Ja, Herr Thies Gleis, Delegierte Nummer 145, ich würde doch ganz gerne vom Präsidium einen Satz zur Begründung hören, wenn bei zwei gleichwertigen Einleitungen zu diesem Tagesordnungspunkt die gesetzten Beiträge samt und sonders für die eine Partei ergreifen und die jetzigen nachfolgenden Reden offensichtlich auch. Ich will den Eindruck vermeiden, als ob es hier gesetzte Redebeiträge in dem Rest der Liste, sondern sie werden immer ausgelost und insofern kann, glaube ich, aus jedem Tagesordnungspunkt, der hier aufgerufen wurde, irgendjemand sagen, er hätte gerne geredet oder sie hatte sich gemeldet und ist nicht rangekommen. Das hat, glaube ich, mit politischen Inhalten nichts zu tun und alle diejenigen, die die Redelisten zusammenstellen, wissen, dass dem so ist. Insofern, das war kein Antrag, sondern eine Wortmeldung. Ich sehe auch keinen weiteren Antrag. Dann, bitte, hat Ingrid Joost das Wort. Ingrid, bitte. Ingrid? Dann, sieht irgendjemand Ingrid Joost zum Mikrofon kommen? Das ist nicht der Fall. Dann erhält das Wort Michael Bruns aus NRW und freuen kann sich Michael Korchitzki von der Linksjugend Zollet, der gerade nachgerückt ist. Im Übrigen ist eine Delegiertenkarte gefunden worden mit der Nummer 286, auf der das Wort Atlantikbrücke steht. Applaus Ist das Wort? Liebe Genossinnen und Genossen, ich mache seit 18 Jahren Kommunalpolitiker und bin im Moment Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtrat von Lippstadt und da setzen wir auch Sachen durch, wie zum Beispiel, dass die Büchereiausleihe für Kinder wieder kostenlos ist, dass eine Gedenktafel für ein KZ angebracht wird, eine Giftbox aufgestellt wird etc. pp. und das mit zwei von 50 Ratsmitgliedern in Opposition. Applaus Ich möchte hier kritisch Stellung nehmen zu dem Antrag der BAG Kommunalpolitik, weil da ist mir etwas negativ aufgestoßen. Es kann ja sein, dass das gar nicht so gemeint war. Ich fand hier eben auch die Debatte ein bisschen unsolidarisch aufgeladen. Es heißt in dem Antrag der BAG Kommunalpolitik im Kapitel 4 ab Zeile 633, dass die linke kommunale Verwaltungs- und Gebietsreform kontinuierlich vorantreiben will. Und kontinuierlich vorantreiben ist grenzenlos. Und das finde ich sehr problematisch. Wenn ich mir das angucke, was ich so höre und was ich so höre auch von Genossinnen und Genossen aus anderen Landesverbänden, habe ich noch nie irgendwie gehört. Boah, die kommunale Reform bei uns im Landesverband, die war aber so toll. Ich höre immer nur kritische Stimmen. Wenn man sowas vorantreiben will, siehe Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen, oft sind solche kommunalen Reformen, Gebietsreformen mit der Zusammenlegung von Kreisen und Kommunen verbunden. Das heißt, die Befürchtung ist da, weitere Entfernungen für die Bürgerinnen und Bürger und auch Personalabbau. Und ich finde, diese Befürchtungen sollte man nicht schüren, da sollte man darauf eingehen. Und ich arbeite hier mit meinem Redebeitrag auf der Grundlage des Erfurter Parteiprogramms, wo wir nicht eine hundertprozentige Ablehnung von Personalabbau drin haben, sondern genauso, wie es da steht. Wir sind doch eigentlich diejenigen, die dafür kämpfen, wenn, wie bei mir im Kreis Soos, wo ich herkomme, das Kreisjugendamt oder das Kreisgesundheitsamt aus der Fläche zurückgezogen wird. Wir sind diejenigen, die mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen für den Erhalt von öffentlichen Einrichtungen kämpfen. Das sollten wir mit den kommunalpolitischen Leitlinien deutlich machen und nicht, dass wir die Avantgarde der Kreis- und Gemeindefusionierer sind. Und da haben wir uns einfach mal angeguckt, was macht denn zum Beispiel der Landesverband von Thüringen für ein Konzept? Bis was für einer Größe kann man fusionieren? Und das fanden wir interessant, weil hier in dem Antrag steht das einfach grenzenlos drin und das finden wir nicht richtig. Das schürt einfach Befürchtungen. Und ich fand bei Thüringen auch sehr sympathisch, dass Sie geschrieben haben, in jeder Kommune soll es ein Bürgerservice-Büro geben, weil uns soll es doch darum gehen, dass wir mehr Bürgerinnen-Nähe bekommen statt weniger. Ein großer Teil der Beschäftigten ist im öffentlichen Dienst bei Kommunen beschäftigt. Im Erfurter Programm haben wir festgelegt, dass wir für die Stärkung des öffentlichen Dienstes sind, für die Verbesserung seiner Aufgabenerfüllung, für die Vermeidung von Personalabbau lassen wir diese rote Linie nicht bei den Kommunen fallen. Ich verstehe nicht, warum unsere Änderungsanträge, die auf Basis der bisherigen Programmatik auf Basis von Konzepten aus Thüringen und so weiter stammen, hier nicht übernommen worden sind. Ich finde, das sind alles Ergänzungsanträge. Wir haben den Antrag der BAG komplett unangetastet gelassen und klarstellende Ergänzungen formuliert. Das ist konstruktiv, das ist solidarisch. Alles ist nicht übernommen worden. Das finde ich schade. Guckt euch die Anträge vom KV Soest an. Ich bitte, dass die da noch reinkommen. Dankeschön. Vielen Dank, Michael. Als nächster erhält das Wort Susanna Karawanski. Und es bereitet sich bitte vor Simon Aulep aus Hessen. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir von der Kommunalpolitik sprechen, das haben wir ja gerade auch in der Einbringungsrede von Dagmar und Toschke beziehungsweise den gesetzten Rednerinnen und Rednern gehört, reden wir gerne von Gestalten. Wenn ich mir allerdings das jüngste Kommunalpanel der KfW anschaue, dann wird dort von einem Investitionsrückstand von über 130 Milliarden Euro gesprochen und aufgezeigt. Und da frage ich mich tatsächlich, welchen Gestaltungsspielraum haben Kommunen, Landkreise oder die kommunale Familie überhaupt. Wir kennen das alle. Die Brücken sind marode, Straßen verfallen und die Kommunen stehen da nicht selten vor der Entscheidung, nicht nur entweder das Theater oder die Bibliothek zu schließen, sondern oftmals beides zu tun. Und dabei sind die Spielräume der Kommunalfinanzen begrenzt. Das wissen alle diejenigen, die so ein Mandat annehmen beziehungsweise auf dieser Ebene tätig sind. Und es lohnt sich, meines Erachtens nicht den Blick immer nur auf die Ausgabenseite zu schauen, was kann effizienter gestaltet werden oder wirtschaftlicher oder gar gestrichen werden, sondern auf die Einnahmeseite. die Kommunalfinanzen zu stärken. Und da möchte ich das eine Beispiel nennen, Gewerbesteuer beispielsweise. Oder eben halt auch die Verhandlungen über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen oder die entsprechenden Landeskommunalbeziehungen, die sich wahrlich nicht immer sexy anmuten lassen, wenn man dann in entsprechenden Gremien verhandelt, die allerdings die Grundlage bilden. Und warum sage ich das? Denn die Kommunalfinanzen sind verbunden mit der Eigentumsfrage. Und die Eigentumsfrage in den Kommunen ist doch dann wieder verbunden mit der Teilhabe- und Demokratiefrage in den Kommunen. Und wenn wir tatsächlich über demokratische Strukturen in den Kommunen beziehungsweise über die Teilhabe am Gesamten sprechen, dann reden wir auch immer über die Eigentumsfrage, wem gehört das ganze Zeug in den Kommunen. Und Bodo hat das heute sehr schön gesagt. Wie können wir gewiss sein, dass das, was für alle da ist, auch für alle zugänglich ist? Und in diesem Sinne ist es nicht egal, wem die Stadtwerke gehören, wer das Wassernetz betreibt oder welche Eigentümerstrukturen sich hinter Krankenhäusern befinden. Denn wir nutzen sie alle gemeinsam und demnach ist die Frage, zu welchem Preis wir sie auch alle nutzen können. Und ob man in den Kommunen selbst noch entscheiden kann, wer darüber, also wer teilhaben kann, wer es nutzen kann und zu welchen Gebühren diese Güter benutzt werden können oder genutzt werden können. Ich möchte auf einen zweiten Punkt eingehen, der in den kommunalpolitischen Leitlinien nicht so den Schwerpunkt gefunden hat. Meines Erachtens stehen wir vor einem sehr großen Paradigmenwechsel. Und zwar auch, was die Eigentumsfrage in der kommunalen Familie betrifft. Ich möchte es richtig, würde ich dazu sagen, der Gabriel-Plan, der Juncker-Plan und das Freihandelsabkommen TTIP. Hier sollen Privatisierungen sowohl auf europäischer Ebene als auch in Deutschland in großem Maßstab unter Beteiligung der Versicherungen bzw. Aktionärin für Kapitalinteressen stattfinden. Das Ganze im neuen Gewand von ÖPP, was ja niemand mehr in den Mund nimmt, aber was letztendlich doch Privatisierungen sind. Und da hilft es auch nicht, dass jetzt Gabriel bzw. die Bundesregierung ein Trostpflästerchen von 10 Milliarden Euro als kommunales Investitionspaket verabschiedet haben, wenn dann wiederum die Einnahmeseite für die Kommunen nicht stimmt und letztendlich hier wieder die öffentliche Daseinsvorsorge privatisiert wird und es im Prinzip Almosen für die kommunale Ebene sind. Und wir, die Kommunen, immer wieder in Bettlerstimmung oder in Bettelhaltung vor der Bundesregierung und dann eben letztendlich auch vor der Wirtschaft einknicken und wir uns dahin bewegen, dass wir ein gebührenfinanzierter Staat werden und nicht mehr ein Staat, wo die öffentliche Daseinsvorsorge für alle da ist. In diesem Sinne, kurz zusammengefasst, meiner Meinung nach Nein zu den Privatisierungen, Nein zu TTIP und auch Nein zum Gabrielplan, denn das politische Engagement auf der kommunalen Ebene darf nicht zur Worthülse sein, sondern muss tatsächlich auch weiterhin auch über die Einnahmen verfügen können. Danke. Vielen Dank, Susanne. Simon ist schon oben und es bereitet sich bitte Ute Haupt aus Sachsen-Anhalt vor und es schließt dann ab Michael Koschitzky von der Linksjugend Solid. Genossinnen und Genossen, ich möchte von G1 neu nicht geleitet werden. Der Antrag ist meiner Meinung nach keine Hilfe für sozialistische Kommunalpolitik in der rein realpolitischen Ausrichtung, wie er hier vorliegt. G1 neu enthält keine einzige Vision und zum Teil das Gegenteil von Haltelinien, Genossin Angelika Gramko. Mit der Prioritätensetzung sozialer Kürzungen werden diese im Gegenteil sogar geschleift. So wie es aber keine schlimmen und weniger schlimmen Kriegseinsätze gibt, Genossinnen und Genossen, gibt es auch keine schlimmen und weniger schlimmen Sozialkürzungen. Genossinnen und Genossen, wir treten an, um den Unterschied zu machen. Wir machen den Unterschied seit der Entstehungszeit unserer Partei während der Massenbewegung gegen die Einführung von Hartz IV, als es uns gelang, einen maßgeblichen Beitrag dazu zu leisten, dem Unmut der Kolleginnen und Kollegen eine organisatorische Richtung zu geben und so der Massenbewegung mit Großdemonstrationen und Protesten vor Ort Ausdruck zu verleihen. Wir machen dort den Unterschied, wo wir Ideen verbreiten, konkrete Aktionsvorschläge machen und Ressourcen zur Verfügung stellen, damit sich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort selbst für ihre Belange einsetzen können. Die Frage, Genosse Michael Faber, ist doch, was sagen wir den Kolleginnen und Kollegen der Träger, was sagen wir den Eltern vor Ort? Wie können wir Spielräume nicht nur nutzen, sondern ausweiten? Dort, wo es uns gelingt, dass Kolleginnen und Kollegen ihre Interessen nicht den Parlamentariern überlassen, sondern selbst aktiv werden, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, liegen die wichtigen Erfolge für kommende grundlegende Veränderungen. Darin besteht der Hauptunterschied zum linken Flügel der Sozialdemokratie und hier liegt das Fund, mit dem wir auch und vor allem in der Kommune wuchern müssen. Zuhause, im eigenen Ort, gehe ich auf die Straße, lange bevor ich bereit bin, zu bundesweiten Großdemos zu fahren. In meiner Arbeit als Stadtverordneter in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung mache ich die Erfahrung. Wir machen den Unterschied immer dort, wo es uns gelingt, dass bei einer Schulschließung statt niemandem 30 bis 40 Kolleginnen, Eltern, Schüler vor dem Rathaus stehen. Die Genossinnen und Genossen, die in den Kommunalparlamenten arbeiten, werden wissen, dass es den Unterschied macht, ob es uns gelingt, durch Plakataktionen, Anträge, Pressemitteilungen in der Stadt, in der Kommune, eine breit getragene Stimmung zu schaffen, dass die Schwimmbäder nicht geschlossen werden dürfen, um ein Beispiel zu nennen. Entscheidend ist hier nicht die Erfolgsaussicht der Anträge, Genossinnen und Genossen, von den bürgerlichen Parteien angenommen zu werden, sondern ob es uns gelingt, durch sie angestoßen oder unterstützt, ein Selbstbewusstsein und ein Vertrauen in die eigene Stärke, in die Bevölkerung zu tragen, dass es nämlich möglich ist, über Proteste die Schweinereien der Schuldenbremser und Kürzungsmacher zu verhindern. Letztlich ist dies sogar der einzige Weg, bereits ins Auge gefasste Kürzungspläne zurückzudrängen. Natürlich stimmen wir jeder noch so kleinen Verbesserungen zu. Natürlich lehnen wir jede Verschlechterung ab. Natürlich versuchen wir, jede Schweinerei aus dem Dunkel der Hinterzimmer ins Licht zu zerren und zu verhindern. Wir sind aber kein Flickenschuster des Bestehenden. Wir treten an, um grundlegende nachhaltige Veränderungen vorzunehmen. Dafür reicht es nicht aus, sich über Sachzwänge zu beschweren und darüber aufzuklären, wie es der Antrag der BAG nahe liegt. Genossinnen und Genossen, Veränderung gelingt nur, wenn wir rausgehen aus den Versammlungen und Ausschusssitzungen. Sie gelingt nur durch den Aufbau von und die Verbindung zu Protestbewegungen draußen. Lasst uns nicht in den Amtsstuben der Rathäuser verstauben beim Versuch, den Kapitalismus besser zu verwalten als die Bürgerlichen selbst. Lasst uns den Unterschied machen, Genossinnen und Genossen, indem wir den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ein Angebot machen, wie sie selbst gemeinsam mit uns und den vielen anderen, die ihre Interessen teilen, aktiv werden können, um die Verhältnisse vom Kopf auf die Füße zu stellen. Genossinnen und Genossen, stimmt für den Alternativantrag E1 20 der AKL für eine kämpferische und überparlamentarische Ausrichtung unserer Kommunalpolitik. Vielen Dank, Simon. Ute Haupt hat das Wort. Danach Michael Koschitzki und die Antragskommission bereitet sich bitte vor. Falk freut sich schon. Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ich bin 25 Jahre Kommunalpolitikerin und ich glaube, das zeigt schon und übrigens immer noch mit großer Leidenschaft, dass man tatsächlich in der Kommunalpolitik auch was bewegen kann, sonst wäre ich vielleicht nicht mehr hier. Nein, aber was mir wichtig ist in der verbleibenden Zeit, ich kann keinen Redebeitrag halten, drei Minuten, vier Minuten ist zu wenig, aber ich will ein Statement deutlich machen. Mein Statement ist erstens, dass ich dem von der AG Kommunalpolitik vorgelegten Leitlinien voll und ganz zustimmen kann, weil hier finde ich mich wieder. Deshalb habe ich das mit den 25 Jahren auch sehr deutlich nochmal gesagt. Zweitens will ich aus meiner langjährigen praktischen Erfahrung, sage ich mal, unterstreichen, man kann ja nur auf wenige Dinge eingehen, dass es richtig ist. Jawohl, Kommunalpolitik kann man nicht nur in den Gremien machen, ganz im Gegenteil. Es ist ja wichtig, dass man die Träger der kommunalen Daseinsvorsorge, mein Feld ist die Jugend- und Sozialpolitik, eben mit einbezieht. Das ist unsere Pflicht, weil eben nicht nur in den Kommunen diese Politik gemacht wird, sondern eben vor allen Dingen in den Vereinen und Verbänden. Mein Vorgänger hat dazu auch gerade etwas gesagt. Und deshalb ist es notwendig, diese Kompetenz von Ihnen auch aufzunehmen in unserer Arbeit. Ich denke, das ist das Fundament, wo wir uns auch Sachkompetenz, wofür uns ja auch andere wieder loben, dass die Kommunalpolitiker vor Ort tatsächlich diese haben, also wir auch von den Linken. Es geht also darum, Wissen anzueignen, diesen Sachstand aufzuarbeiten. Wir brauchen die Vereine und Verbände, weil sie aus ihrer ganztäglichen Arbeit viel mehr wissen als wir manchmal. Das ist ja auch logisch, ihr wisst selber, wir sind Ehrenamtlichen, wir können nicht alles. Und ich finde, es ist auch die beste Gelegenheit, unsere Forderungen immer aus dem Wahlprogramm auf den Prüfstand zu stellen. Sind wir noch aktuell und in fünf Jahren verändert sich ja auch vieles. Ich denke, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Wir können gemeinsam überlegen, was man verändern kann. Hier diese außerparlamentarische und parlamentarische Ebene will ich davon anspringen. Diese Wege sind manchmal lang und unbequem, aber im Endeffekt werden sie belohnt. Ich denke, unsere Fraktion zum Beispiel, also die Wahlergebnisse in Halle sind seit Jahren relativ stabil. Klar können sie noch besser sein, aber das ist Ausdruck dessen, dass wir ernst genommen werden. Glaubwürdigkeit, Vertrauen, diese Dinge sind hier schon mal gesagt worden. Was machen wir als Fraktion? Es gibt keine Rezepte, aber was machen wir, was uns in dieser Arbeit bestärkt? Wir machen zum Beispiel, wir arbeiten mit Partnern, habe ich schon gesagt, wir gehen vor Ort, machen Fraktionssitzungen vor Ort bei den Vereinen und Verbänden. Wir nehmen jede Einladung an, auch wenn es manchmal unsere Kommunalpolitiker ein bisschen nervt, weil das ja immer wieder auch Zeit ist. Aber es wird sehr dankbar angenommen, weil die Leute auch merken in den Vereinen und vor Ort, wir nehmen sie ernst. Das ist nämlich eine ganz wichtige Geschichte. Wir kommen hin zu Ihnen. Und wie gesagt, ich will noch mal betonen, dass das ja auch Quellen sind, vorhin hat das auch jemand gesagt, für Anträge. Und da beginnt doch dann auch wieder unsere Verantwortung, nämlich das aufzunehmen, was in der Kommune diskutiert wird. Und da sehe ich sehr wohl, dass wir eine wichtige Aufgabe haben in der Kommunalpolitik. Sie muss eingeordnet werden, das ist richtig, aber dass wir nur sagen können, also dass wir diese, wie war es in dem Antrag von der AKL, dass wir nur Dreh- und Angelpunkt sind, das stimmt. Also andersrum, ich will damit deutlich sagen, wir brauchen auch die Kommunalpolitik vor Ort. Wir müssen nämlich unsere Verantwortung aufnehmen, diese Dinge aufzunehmen und umzusetzen. Ich bin eine Netzwürgerin, dazu stehe ich. Und wir brauchen, glaube ich, auch immer Partner, mit denen man gemeinsam in der Kommunalpolitik etwas umsetzt. Das ist mir auch ganz wichtig. Es gibt gerade aktuell als ein Beispiel Flüchtlingspolitik. Im Moment wird in Halle das ISEC-integrierte Stadtentwicklungskonzept diskutiert. Das ist vielfältig, wird vor Ort diskutiert. Und in der letzten Woche gab es beispielsweise den Antrag, Daseinsvorsorge konkret zu machen, Flüchtlingspolitik konkret zu machen. Das heißt, es wurde diskutiert, ein Willkommenscenter, woanders gibt es das schon, aber das wurde diskutiert über den Ausländerberat, wurde es reingetragen. Wir haben vorige Woche den Antrag eingebracht. Ich will damit sagen, dass man hier sehr gut vernetzen kann. Und zumal unser Vorsitzender vom Ausländerberat auch sachkundige Einwohner bei uns im Ausschuss ist, den wir durch solche Aktivitäten in der vergangenen Wahlperiode auch für uns gewonnen haben. Vielen Dank. Michael, du hast das Wort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich wollte, als ich mich gemeldet habe, eigentlich einen Redebeitrag dazu machen, wie sehr Kommunalpolitik eigentlich gerade Jugendliche betrifft. Weil ich der Meinung bin, dass gerade alles, was Kürzungen bei Jugendhilfe angeht, was Freizeiteinrichtungen angeht, auch was Mobilität durch den öffentlichen Personennahverkehr angeht, glaube ich, alles Themen sind, die Jugendliche nochmal in einer besonderen Art und Weise betreffen. Aber ich will eigentlich jetzt nochmal die Zeit nutzen, um nochmal auf die Debatte einzugehen, die wir hier hatten, weil mich da schon einige Sachen sehr verwundert haben. Einmal hatte ich den Eindruck, dass irgendwie auch getroffene Hunde bellen. Also warum diskutieren wir hier, Angelika Gramko und Michael Faber, warum regt euch dieser AKL-Antrag eigentlich so auf? Was ist denn das Problem? Was ist denn das Problem dabei, wenn wir mal sagen, wir lehnen sämtliche Kürzungen und Kürzungshaushalte in den Kommunen ab? Haben wir vielleicht das Problem, dass wir das in verschiedenen Kommunen, Stadtratsfraktionen, kommunale Parlamentarier solchen Sachen zugestimmt haben? Dann lasst uns doch darüber diskutieren. Aber wir haben das Problem, dass die Leitlinien, die hier von der BAG Kommunalpolitik vorgeschlagen sind, dass das keine Haltelinien sind. Das sind Leitlinien, die sehr dehnbar sind und auch dehnbar ausgelegt werden. Und letztendlich brauchen wir doch nichts anderes als auch auf der Bundes- und auf der Landesebene. Wir wollen keinerlei Kürzungen, wir wollen nicht den Blick nur auf den Parlamentarismus wenden, sondern auf gesellschaftliche Veränderungen durch soziale Bewegungen. Und das ist auch, was wir in die Kommunen bringen wollen. Der AKL wurde vorgeworfen, hier Luftschlösser zu bauen. Ich kann die in dem Antrag nicht finden. Das sind sehr konkrete Punkte, Fragen von einem Betreuungsschlüssel in der Kita von 1 zu 7,5 Kindern, dass man Vorschläge macht, für kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr sich einzusetzen und so weiter. Ich glaube, die Frage, die wir hier verhandeln, ist, soll man eigentlich bereit sein, Kürzungen zuzustimmen, um Spielraum für andere Veränderungen zu haben? Und ich glaube, dass es eine sehr schwierige Politik ist, Kürzungen und Sozialabbau zu betreiben, um größeren Kürzungen und Sozialabbau zu verhindern. Ich glaube, dass diese Taktik nicht aufgehen wird, wenn wir in die wirklichen Auseinandersetzungen gehen, wenn wir beispielsweise mit Jugendlichen, die ihre Freizeitzentrum besetzt haben, was gekürzt werden soll, wenn wir mit denen reden. Sollen wir mit ihnen in einen intensiven, ehrlichen Dialog über begrenzte Handlungsspielräume gehen, wie es der Antrag von BAG Kommunalpolitik vorsieht? Oder gehen wir eigentlich mit ihnen in einen Dialog darüber, dass die Einführung von einer 10-prozentigen Millionärsteuer bundesweit 200 Milliarden Euro mehr in die Kassen spülen würde, dass damit die anderen Sachen behoben sind und dass wir, solange diese Millionärsteuer nicht eingeführt ist, keiner einzigen Kürzung zustimmen werden und mit ihnen gemeinsam diese Jugendzentren verteidigen. Genossen und Genossen Kommunalpolitik ist auch mehr als das, was in den Stadträten, in den Beiräten und so weiter vertreten wird. Das ist alles, was die Kommune angeht. Unsere Politik gegen Krieg, gegen Sozialabbau, gegen alles, was auf allen Ebenen stattfindet, wo wir mit den Menschen in Dialog und auch in gemeinsamen Kampf gehen. Und mit ihnen müssen wir eine ehrliche und sozialistische Politik gemeinsam für eine Politik von sozialer Bewegung und Widerstand, auch von der reinen Weste und mit denen wir gemeinsam für Veränderungen kämpfen. Danke sehr. Vielen Dank, Michael, für deine Rede. Vielen Dank an alle, die gesprochen haben. Und nun bekommt Falk Neubert von der Antragskommission das Wort und wird uns durch die vorliegenden Anträge in diesem Tagesordnungspunkt führen. Liebe Genossinnen und Genossen, gestattet mir eine kurze Vorbemerkung als Sprecher der Antragskommission für die Antragskommission. Ein Delegierter hat heute Nachmittag Kritik an der Arbeit der Antragskommission geäußert und uns vorgeworfen, dass wir mit Tricks und Winkelzügen arbeiten würden. Den Antrag P6, um den es dabei ging, fehlten bei der Einreichung die nötigen Unterschriften. Aus diesem Grund hat er die formalen Kriterien für die Behandlung nicht erreicht. Daher weisen wir die Kritik zurück und wir versprechen euch, dass die Antragskommission auch zukünftig unsere Arbeit auf der Basis unserer gemeinsamen beschlossenen Geschäftsordnung zu leisten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir kommen zum Abstimmungsheft des Antrags G1 Neu, das, welches ihr hier bekommen habt, heute früh oder heute Mittag. Und wir haben zuerst zu entscheiden, bevor wir zu Änderungsanträgen kommen, welcher Antrag die Grundlage ist. Und zwar der Antrag der BAG Kommunalpolitik, also G1 Neu oder der Antrag der AKL G1 2 Null. Das ist zuerst die Entscheidung, auch ohne Begründung jetzt, weil das in der Debatte stattgefunden hat. Ich bitte das Tagungsponsidium um die Abstimmung. Vielleicht sei noch darauf hingewiesen, dass wenn der Antrag der AKL beschlossen werden würde, dass dann tatsächlich die Änderungsanträge nicht mehr behandelt werden könnten. Alternativ. Dann lasse ich, es haben alle Delegierten mitbekommen, es handelt sich um eine Alternativabstimmung. Das heißt, man muss sich entweder für den einen oder für den anderen entscheiden. Ich rufe zuerst auf, wer möchte, dass der Antrag G1 2 Null der AKL mit dem Titel eine andere Kommune ist möglich für eine kämpferische Kommunalpolitik. Die Grundlage der Behandlung hier wird, den oder die bitte ich um das Erheben der Delegiertenkarte. Vielen Dank. Wer möchte, dass der Antrag G1 Neu von der BAG Kommunalpolitik mit dem Titel Kommunalpolitische Leitlinien der Partei Die Linke zur Grundlage der Beratung wird. Der oder die hebe bitte jetzt die Delegiertenkarte. Vielen Dank. Für den Antrag G1 Neu sahen wir eine deutliche Mehrheit. Dann ist dies die Grundlage der Beratung und Falk führt uns bitte durch das Antragsprozedere der AKL. Vielen Dank für den Antrag und die Diskussion, die wir darüber geführt haben. Genau, damit kommen wir in die Einzelabstimmung. Wir haben sozusagen an Änderungsanträgen, die übrig sind und die wir jetzt zu behandeln haben, sind noch sieben Änderungsanträge übrig. Ihr seht im Text selber die Änderungsanträge, die bereits übernommen wurden. Die würde ich auch nicht nochmal benennen. Und wir würden eine normale Einzelberatung durchführen, wie es, also nicht wie heute früh, die zusammengefasste Abstimmung, sondern Einzelabstimmung. Auf der Seite 10 findet ihr den Antrag G1.8 des Kreisverbandes Reutlingen, der drei Zeilen des Textes durch einen etwas längeren Text ersetzen will. Möchte für die Einbringung, dann Mikrofon 2 zur Einbringung des Antrags. Ja, hallo, mein Name ist Gerlinde Strasteit, habe die Nummer 476, Delegiertennummer, und ich spreche für den Kreisverband Reutlingen, die den Antrag in Zusammenarbeit mit dem Forum Kommunalpolitik Baden-Württemberg gemacht haben. Stichwort Wiedererlangung des Öffentlichen und Stichwort kommunale Selbstverwaltung. Moment, und zwar soll es ersetzt werden, die Partei der Linke bekennt sich zu wichtigen Aufgaben linker Kommunalpolitik, dann soll das gestrichen werden, der Stärkung der gesellschaftlichen Emanzipation und der Schaffung von Grundvoraussetzungen für kommunale Selbstverwaltung. Und weiter, Kommunen und Landkreise sind große Arbeitgeber, alle Beschäftigten müssen zu Bedingungen des TVED beschäftigt werden. Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen öffentlicher Hand und Privatisierungskonzepten muss zugunsten des kommunalen Eigentums behandelt werden. Der aktuelle Investitionsstau von 150 Milliarden Euro betrifft zu 90 Prozent die Kommunen. Dieser finanzielle Druck darf nicht zur Privatisierung führen, etwa durch ÖPP. Die Kommunen müssen finanziell so ausgestattet sein, dass die Selbstverwaltung gewährleistet ist. Demokratische Teilhabe setzt voraus, dass die Menschen sozial abgesichert sind. Ich selbst bin seit 1999 Mitglied im Tübinger Gemeinderat und wir haben heftig mitgeholfen mit Verdi und den Beschäftigten, dass die Müllabfuhr und die Reinigungskräfte der Stadt nicht privatisiert wurden. Zwei Drittel der Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren, tun das mit kommunalpolitischem Bezug in Initiativen, Vereinen, Flüchtlingsinitiativen, Feuerwehr und so weiter. Und wenn wir dieses Engagement erhalten wollen, müssen wir die Frage der öffentlichen Investitionen, des öffentlichen Eigentums offensiv stellen unter dem Motto, bei uns die Stadt gehört allen. Und die Kommunen dürfen nicht Katalysator werden für Privatisierung. Und deshalb bitte ich um Zustimmung des Antrags. Da wir jetzt alle ein bisschen unaufmerksam waren, war das eine großzügige Minute. Ich würde gleichwohl zur Gegenrede jetzt einer Delegierten oder einem Delegierten auf Mikrofon 1 einer Delegierten das Wort geben. Dagmar Zoschke, Delegierten Nummer 536. Ich möchte gegen diesen Antrag sprechen. Wir befinden uns hier im Text in der Präambel. Das heißt, hier stellen wir die Grundsätze für die kommunalpolitischen Leitlinien her. Und für uns ist es wichtig, dass genau die Stärkung der gesellschaftlichen Emanzipation und die Schaffung der Grundvoraussetzungen für kommunale Selbstverwaltung erhalten bleiben und auch sich im Text wiederfinden. Ich bitte um Ablehnung des Antrages. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, eine Führrede zu diesem Antrag zu halten. Gibt es hierzu die Bereitschaft? Dann bekommt an Mikrofon 6 ein Delegierter das Wort. Ja, Michael Bred, Kreisverband Hannover und BAG Kommunalpolitik. Das, was im Änderungsantrag von Reutlingen inhaltlich steht, gemeint ist, steht zwei Absätze vorher. Stärkung der öffentlichen Daseinsvorlage im Originalantrag. Und ich bitte auch mal die Antragsteller, mal den gesamten Antrag zu lesen und sich nicht immer nur auf einen bestimmten Absatz zu konzentrieren. Danke. Vielen Dank. Das war unter dem Charakter einer Führrede eine Gegenrede. Da sich aber niemand anders gemeldet hatte, nehmen wir dies mal so hin. Es könnten sich gleichwohl Menschen, die tatsächlich für einen Antrag reden wollen, auch für eine Führrede entscheiden. So oder so stimmen wir jetzt darüber ab, ob dem Antrag G1-8 des KV Reutlingen und anderer zugestimmt werden soll. Wer dies möchte, der oder die hebe die Delegiertenkarte. Wer möchte dem Antrag nicht folgen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist das bei einer großen Ablehnung, wenigen Enthaltungen und einigen Ja abgelehnt worden. Und wir gehen weiter in der Antragsdebatte. Wir gehen auf die Seite 12. Dort seht ihr in dem oberen Teil einen dick gedruckten Text. Das ist ein übernommener Antragsteller, also durch die Antragsteller übernommen. Innerhalb dieses übernommenen Teiles gibt es aber eine Prozentzahl und zwar auf Zeile 131. Ein moderates Unterschriftenquorum bei Bürgerbegehren von maximal sieben Prozent und dessen deutliche Absenkung und so weiter. Diese sieben Prozent gibt es einen Änderungsantrag aus Sachsen, dort fünf Prozent einzuführen. Durch einen Fehler von uns ist das hier drinnen nicht ersichtlich. Ich bitte euch daher, die Seite 81 im Antragsheft 3 aufzuschlagen und dort den Antrag aus Sachsen in Gänse rezipieren zu können und müsste abgestimmt werden. Für die Einbringung. Mikrofon 4. Thilmann Lohs, Delegiert Nummer 74 aus Sachsen. Ja, wir glauben, dass das mit den zehn Prozent relativ viel ist, sind da auch nicht ganz alleine. Also auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie beispielsweise Mehr Demokratie e.V. wollen da deutlich drunter gehen. Übrigens selbst in dem von uns nicht so sehr heiß geliebten Land USA, das ist in den meisten Bundesstaaten so, beispielsweise im Bundesstaat Kalifornien, dass es auch dort fünf Prozent sind übrigens bei landesweiten Entscheiden, die dort reichen. Wir schlagen deswegen vor, hier von den sieben auf die fünf runter zu gehen. Wir glauben auch nicht, dass es ein Problem gibt an zu viel Partizipation in diesem Land, an Demokratie, weder direkt noch indirekt und dass deswegen die fünf Prozent ausreichend sind und einfach mal gemessen an einer halben Million Städte wären das ja trotzdem noch relativ viele Leute, die es abstimmen müssen. Also 25.000 ist auch kein Pappenstiel. Wer möchte gegen diesen Antrag reden? Auch an Mikrofon sechs. Ja, in der Grundfassung der neuen Leitlinien waren wir mal bei zehn Prozent, haben uns aber jetzt vom Kreisverband Heidelberg klugerweise einen neuen Antrag genommen, wo drin steht maximal sieben Prozent und dessen deutliche Absenkung, je mehr Einwohnerinnen und Einwohner in der jeweiligen Kommune leben. Das heißt also, wir entscheiden jetzt über maximal sieben Prozent in diesem Antrag, wie er euch jetzt vorliegt, neu. Und ich werbe dazu, jetzt das so zu lassen und nicht noch, wer bietet mehr, weiter runter zu gehen. Vielen Dank. An eine Führrede, wiederum an Mikrofon vier. Nochmal der gleiche Delegierte mit der gleichen Delegierten Nummer. Ich glaube, es geht nicht um einen beliebigen Unterbietungsbewerb. Wir hätten ja auch ein Prozent fordern können oder irgendwie eine völlig bizarre Zahl. Aber ganz im Ernst, 25.000 Personen in einer halben Million Stadt, also in Orten, wo schon bei regulären Wahlen mittlerweile irgendwie noch die Hälfte der Leute zur Wahl geht, bei direktdemokratischen Entscheidungen sind, die in der Regel noch viel, viel weniger sind, sind 25.000 Leute, einfach nur um das plastisch zu machen, doch völlig ausreichend tatsächlich, um eine Beteiligung zu starten und dann so eine Sache in Gang zu setzen. Also wir glauben nicht, dass die fünf Prozent eine bizarre Zahl sind, die eine viel zu niedrige Hürde sind und die Kommunen auf einmal überflutet werden würden mit direktdemokratischen Entscheidungen, sondern dass das Gegenteil passiert, nämlich dass man überhaupt erst mal signifikant anfängt, dass direkte Demokratie ein echter Bestandteil der Kommune wird und nicht nur ein Ausnahmezustand. Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag G1-2... G1-3 ist das? G1-3. Genau, er ist nicht erwähnt, deswegen muss man im Antrag... Wer dem Antrag G1-3 die Zustimmung geben möchte, der oder die hebe bitte jetzt die Delegiertenkarte. Haben sich alle entschieden? Wer möchte dem Antrag nicht zustimmen? Und wer möchte sich enthalten? Bei einer ganzen Reihe von Enthaltungen, wenigen Gegenstimmen und einer großen Zustimmung ist der Antrag angenommen. Damit kommen wir jetzt zu dem Antrag G1-2, der hinter der Zeile 139, wo es um das Wahlalder geht, von 16 auf 14 absenken will. Den Antrag seht ihr da drinnen, müsste eingebracht werden. Die Einbringung wird wiederum an Mikrofon 4 und ich sehe schon an Mikrofon 6 danach die Gegenrede, aber zunächst Mikrofon 4. Tillmann, Los, 74, Sachsen. Drei Punkte. Zum einen ist es ja sinnvoll, wenn eine Forderung eine Forderung ist, also etwas will, was es noch nicht gibt. Das ist zumindest bei dem Punkt nur so halb der Fall. Schon in vier Bundesländern, also einem Viertel aller Bundesländer, können Leute mit 16 an den Landtagswahlen teilnehmen. Bei der Hälfte aller Bundesländer können die Leute schon mit 16, wie es jetzt ist, bei den Kommunalwahlen teilnehmen. Wir wollen deswegen sagen, tatsächlich, wir wollen noch einen Ticken weitergehen und sagen, wir wollen das Wahlalter bei den Kommunalwahlen zunächst auf 14 senken. Zwei weitere Punkte zur Begründung. Wir, möglicherweise alle wissen, kann man in unserer Partei mit 14 eintreten. Warum sollte man sie nicht auch mit 14 wählen können? Und letzter Punkt, vielleicht auch vielen Leuten hier geläufig. In Deutschland kann man sich, auch wenn das Reich zu spät ist, mit 14 für eine Religion entscheiden. Also beispielsweise mit 14 sagen, man bekennt sich zu Gott. Warum sollten die Leute mit 14 nicht aber auch die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden gegen Krieg, Neoliberalismus und unsere Partei wählen? Nun denn an Mikrofon 6. Ja, Stefan Harzer, BRG Kommunalpolitik, Delegierte Nummer 171. Alles ganz schön, hört sich gut an, kann man auch fleißig klatschen, nur ist das Problem. Wahlalter mit 16 ist eine Geschichte, die unschuldig ist in dieser Partei. Wahlalter mit 14 ist in der Partei noch nicht diskutiert worden. Sachsen-Anhalt hat es mal diskutiert, dort ist es abgelehnt worden. Man hat dort also auch noch keinen Konsens in der Partei gefunden. Man hat sich noch nicht darüber ausgetauscht, inwieweit ich das Wahlalter reformieren will, von jetzt anerkannt 16, zumindest bei Kommunalwahlen, teilweise bei Landtagswahlen, zukünftig auf 14 abzusenken. Und ich denke, das Rahmen Kommunalwahlprogramm ist der falsche Weg, um eine Debatte über das Wahlalter 14 zu führen. Und es ist auch der falsche Weg, jetzt hier festzulegen, wir wollen das mit 14, wir sollten erst die Debatte in der Partei führen und dann entscheiden, ob wir in Fachpapieren, zum Beispiel im Rahmen kommunalpolitischen Leitlinien oder in anderen Papieren dieser Partei das Wahlalter 14 festschreiben. Ich sehe eine Fürrede an Mikrofon 7, ist das korrekt? Das ist korrekt. Dann hast du das Wort. Okay, Viola Wüstner, Delegierte des Jugendverbandes Nummer 553. Erstmal, wir sind Parteitag, deswegen sollten wir Beschlüsse fällen. Ich dachte, dafür ist das hier da so ein bisschen. Das Nächste, dieser Änderungsantrag lag, soweit ich weiß, eine Weile vor. Man konnte sich mit den Genossinnen auf der Basis rückkoppeln, man konnte das Ganze diskutieren. Ich verstehe nicht, warum das plötzlich ein Problem ist. Ich meine, es kam jetzt kein inhaltliches Argument dagegen, dass 14-Jährige diese Entscheidung treffen dürften. Es kam nur die Aussage, naja, das haben wir noch nicht diskutiert. Darüber hinaus, ich finde es sehr wichtig, dass Leute möglichst früh mitwählen können. Ich komme aus einer Basisgruppe, in der waren 12- und 13-Jährige SympathisantInnen die Norm. Das finde ich gut. Da war ich damals mit 18 die Älteste. Und ich sehe das nicht, warum Leute, die sich engagieren dürfen, nicht auch wählen dürfen. Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag G1-2. Wer dem Antrag die Zustimmung zu geben wünscht, der oder die hebt bitte jetzt die Delegiertenkarte. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Wir sind uns einig, dass die Gegenstimmen die Mehrheit waren. Und damit wäre dieser Antrag abgelehnt. Und Falk hat das Wort. Auf der Seite findet ihr noch den G1.16 der BRG Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Dieser Antrag wurde von den Antragstellern übernommen und muss nicht mehr behandelt werden. Auf der Seite 15 findet ihr den Antrag G1.4 des Kreisverbandes Reutlingen. Und zwar geht es dort darum, auf der Zeile 275 bis 279 diesen Absatz zu streichen. Wer möchte aus dem KV Reutlingen den Antrag einbringen? Ich sehe keine Wortmeldung. Wer möchte eine Gegenrede... Der Kollege Bockhahn an Mikrofon 4. Sehr richtig, sehr richtig. Ja, also Steffen Bockhahn, Teilnehmer mitberatender Stimme. Liebe Genossinnen und Genossen, das klingt ja erst mal sehr interessant zu fordern, dass die Verwaltung nicht zuerst effizient sein soll. Und allen, die immer geglaubt haben, die Kommunalpolitik sei das Einfallstor der Reaktion, kann ich jetzt vielleicht einen Gefallen tun, indem ich sage, es ist falsch, das so zu sehen. Ich bin Senator in der Hansestadt Rostock und ich möchte euch nur kurz zwei Beispiele geben, warum ich finde, Verwaltung kann effizienter sein, als sie das heute ist, um bürgernäher zu sein. Wenn ich einen Personalbesetzungsantrag stelle, dann wird das im Normalfall 17 Unterschriften brauchen, bevor eine Stelle besetzt ist. Ich glaube nicht, dass das effizient ist. Ich glaube, dass man solche Verfahren abkürzen kann und dass wir dadurch Ressourcen frei bekommen, die wir dann beispielsweise in der Jugendhilfe einsetzen können, die wir beispielsweise in der Sozialberatung einsetzen können. Ein zweiter Punkt ist, wir haben, na gut, der eine reicht vielleicht auch, kurzum, Verwaltung neigt gelegentlich dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ihr das ein bisschen abzugewöhnen, sie effizienter zu machen, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, finde ich, richtig. Vielen Dank. An Mikrofon 5 gibt es eine Fürrede, die ja Delegierte heißt. Der heißt Olaf Walter und hat die Nummer 507. Dann hast du das Wort. Die hat er auswendig gelernt, das hat er geschafft. Das ist auch eine Leistungsrelation, die ich hier erbracht habe, aber wenn man das jetzt, was Steffen da erzählt hat, mit der Bürgernähe meint, dann sollte man das auch so formulieren. Und dann sollte man nicht Termini des Neoliberalismus und der Betriebswirtschaft nutzen. Man sollte, oh, was sind das für Termini? Das sind die des Stammtisches. Ja, wir können uns gerne mal darüber eine Auseinandersetzung führen. Also ein Begriff muss bei den Worten sein. Und wenn man hier von Kosten-Leistungsrelationen spricht, dann können schon manche, die das erfahren haben, was das bedeutet, in dem Einsparen im öffentlichen Bereich und Arbeitsverdichtung und Zählerei erzählen, was das ist. Und deshalb stimme ich dem zu, dass beantragt wurde, dieses zu streichen. Dankeschön. Vielen Dank, Olaf. Dann lasse ich über diesen Antrag abstimmen. Wer möchte, dass diesem Antrag gefolgt wird? Der oder die hebe bitte jetzt die Delegiertenkarte. Wer möchte den Antrag ablehnen? Wer enthält sich? Mit großer Mehrheit ist der Antrag abgelehnt. Und die Antragskommission hat das Wort. Wir gehen auf die Seite 16. Da seht ihr im oberen Teil schon Teilübernahmen. Und wir müssen das jetzt so ein bisschen präzisieren. Und zwar von der Seite, äh, von der Zeile 292, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bis zur Zeile 294, die darunter ist, öffentlichen Dienste entsprechen. Diesen Absatz oder diese zwei, drei Sätze werden ausgetauscht. Und zwar durch den neu abgedruckten und korrekt abgedruckten Antrag G1.1 der BAG Betrieb und Gewerkschaft. Und zwar ebenfalls von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis an dieser Stelle für alle Beschäftigten gelten. Das ist die Übernahme durch die Antragstellerinnen, was ich hier transparent für euch darstellen wollte. Wir würden weitergehen. Auf, zur Zeile 306. Dort findet ihr den Antrag des Kreisverbandes Reutlingen. G1.6. Dieser wurde ebenfalls übernommen von den Antragstellern und muss hier nicht behandelt werden. Wir gehen damit weiter auf, ich springe etwas, auf die Seite 25. Und zwar zum Antrag G1.10 des Kreisverbandes Soest, wo nach der Zeile 631 ein Satz eingefügt werden soll. Wer möchte den Antrag G1.10 KV Soest begründen? An Mikrofon 1. Ja, Michael Bruns, Bundesausschuss und KV Soest. Ihr könnt euch an meine Rede eben erinnern, deswegen mache ich es kurz. Wir sind hier der Meinung, dass bei eventuellen kommunalen Neuordnungen, dass wir dafür eintreten sollen, dass diese transparent, demokratisch und Bürgerinnen nahe erfolgen, weil wir sind ja nicht der einzige gesellschaftliche und politische Akteur. Und wir sollten hier ein Programm haben, wie wir das umsetzen möchten, wie wir das gestalten möchten. Das sollten wir hier festhalten. Danke. Vielen Dank. Die Gegenrede erfolgt auch an Mikrofon 1. Dagmar Zoschke, Delegierte Nummer 536. Die BAG ist der Meinung, schon alleine aus der Tatsache, dass wir den kommunalen Strukturreform einen ganzen Abschnitt bilden, bringen wir uns tatsächlich ein. Und wir haben dort Forderungen aufgestellt. Und wir haben anhand des letzten Teils in diesem vierten Abschnitt Fragen aufgeworfen, die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sich selbst stellen können in diesem Prozess. Und quasi dann damit auch die Beantwortung auf die Forderungen, die durch den KV Soest aufgebracht werden, tatsächlich beantwortet werden. Vielen Dank. Noch mal die Führrede. Auch an Mikrofon 1. Oder gibt es keinen Bedarf einer Führrede dafür? Wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich jetzt abstimmen. Wer möchte dem Antrag zustimmen, der hat die Delegiertenkarte? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Der Antrag ist abgelehnt. Wir gehen auf die Zeile 641. Der Antrag G 1.11, ebenfalls des Kreisverbandes Soest, wonach diese Zeile ein Absatz eingefügt werden soll. Mikrofon 1, bitte. Ja, noch mal Michael Bruns, NRW. Wir finden das ganz wichtig, dass wir hier in diesem Antrag der BAG auch mal aussagen, dass wir an der Seite der Bürgerinnen und Bürger dafür kämpfen, wenn Schwimmbäder geschlossen werden, wenn sich Jugendhilfe aus der Fläche zurückzieht. Das finden wir ganz, ganz wichtig. Das sollte man insbesondere hier, wenn es um kommunale Struktur- und Gebietsreformen geht, einmal aussagen. Das ist, denke ich, auch ein Anliegen, was in dem Minderheitsvotum hier für den AKL-Antrag zum Ausdruck gekommen ist. Und ich hoffe, hier wird nicht widerständig gesagt, lest das Ding mal komplett. Und wir haben das mit 1.000 Leuten schon diskutiert, sondern hier ist vielleicht mal solidarisch, mal, wenn es doch keinen inhaltlichen Konflikt gibt, auch mal die Möglichkeit, was zusammenzufassen und das hier reinzustimmen. Danke. Mikrofon 6, bitte. Polizitas Weck, Delegierte Nummer 508. Ja, Die Linke verteidigt die bürgerinnennahe kommunale Daseinsvorsorge. Der haben wir ein ganzes Kapitel 2 gewidmet, am Anfang dieses Zeiles. Und zum Zweiten wird hier noch mal darauf hingewiesen, wie die kommunale Daseinsvorsorge zu definieren ist über den Erhalt von Schulen, Kitas und so weiter. Hier haben wir aber, wenn ihr mal schaut, auf der Seite davor in dem Bereich 585 folgende, in den Zeilen mal ganz klar definiert, was für uns kommunale Daseinsvorsorge ist. Und das geht deutlich über das hinaus, was hier steht. Deshalb möchten wir euch bitten, diesen Antrag nicht anzunehmen. Die Führrede war an Mikrofon 3 zuerst. Michael, ich denke, du kannst damit leben. Und Hans Henning, wenn ich das sehe. Also ich denke, der Antrag macht schon Sinn. Denn es wird an dieser Stelle das Thema Strukturreform präzisiert. Das, was Felicitas eben gesagt hat, bezog sich ja auf etwas anderes. Hier bei den Strukturreformen kommt es darauf an, das ist ein gefährliches Thema, dass wir dort auch sozusagen unsere Marken setzen und sagen, die muss bürgerinnah sein. Und die müssen an der Stelle auch erkennbar sein. Wir müssen erkennbar sein, dass wir zu denjenigen gehören, die die bürgernahe Einrichtungen, Bibliotheken, Museen, Kitas, Büchereien, dass wir die erhalten. Und das wird an dieser Stelle mit den Formulierungen unglaublich gut plastisch gemacht. Und das ist das, was wir kommunal tatsächlich tun. Und deshalb sollten wir das auch in unseren Antrag reinschreiben. Vielen Dank. Ich lasse darüber abstimmen. Wer möchte dieser Einfügung zustimmen? Der oder die Hippe, die Delegiertenkarte? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das war eine große Mehrheit für die Einfügung des Antrags und damit ist der Antrag angenommen. Auf der gleichen Seite findet ihr noch den Antrag G1.12, ebenfalls des Kreisverbandes Soest, der nach der Zeile 650 zwei Sätze einfügen will. Mikrofon 1. Herr Michael Bruns noch mal für den Antragsteller. Danke, dass das gerade reingekommen ist. Hier geht es uns um das, was Kern der Kritik an diesem ganzen Kapitel 4 war. Nämlich es geht ja hier darum, Verwaltungs- und Gebietsreform kontinuierlich voranzutreiben. Da hatten wir das Problem damit, dass das ja völlig grenzenlos hier geschrieben ist. Also immer, immer weiter, bis Deutschland eine Kommune ist oder ist ja Quatsch. Deswegen hatten wir uns mal angeguckt, was der Landesverband Thüringen für ein Konzept hat, für kommunale Strukturreformen. Und dort hatten wir halt gefunden, dass Gemeinden fusionieren sollen, die weniger als 5000 Einwohnerinnen haben. Und auch noch den wichtigen Gedanken, dass jede Gemeinde auch ein Bürgerservice-Büro haben soll. Also, dass es hier nicht darum geht, wenn die Einwohnerzahl runtergeht, dass dann auch zwangsläufig damit verbunden ist, eine schlechtere Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger. Das fanden wir eine gute Grenze, die wir da beim Landesverband Thüringen abgeguckt haben. Und finden das besser so, wenn eine Grenze hier wäre, als das einfach so grenzenlos hier zu beschließen. Aus dem Landesverband Thüringen am Mikrofon 6. Stefan Harzer, Delegiert Nummer 171, aber für die BRG Kommunalpolitik. Also wie gesagt, liebe Genossinnen und Genossen, Haltelinien jetzt hier festzuschreiben, das war ja vorhin schon mal in der Diskussion um den AKL-Antrag mit den Haltelinien. Kommunalpolitik ist so vielfältig, dass wir hier nicht entscheiden können, wie wir was machen. Genauso wenig wie Gemeindegrößen so vielfältig sein können, es kommt immer auf die Größe des Landes, auf den Raum an. Es gibt Gemeinden, die haben heute vielleicht 6.120 Jahre, aufgrund der demokratischen Entwicklung haben die 5.000. Aber ringsherum können die sich nicht, oder sind unter 5.000, können die sich nicht an eine benachbarte Kommune anschließen, weil dann riesige Bilder entstehen, die größer sind als mancher Kreis heute. Und ich warne auch davor, eventuelle Gedankenspiele aus Thüringen auf die Bundesrepublik zu übertragen. Wir können Thüringen nicht vergleichen mit Meck-Pom, wir können Thüringen nicht vergleichen mit Sachsen-Anhalt, wir können Thüringen nicht vergleichen mit NRW, weil es würde bedeuten, 5.000 Einwohner, wir machen in NRW nie wieder eine Gemeindereform, weil es dort keine Gemeinden unter 5.000 Einwohner gibt. Von der Warte aus bitte ich euch, das abzulehnen. Menschen, die laut in den Saal hineinrufen, denen sagen wir, was wir häufiger sagen, ihr müsst euch an ein Mikrofon stellen, sonst können wir hier nichts verstehen. Gibt es noch den Bedarf einer Fürrede? Ich schaue dich an, Michael. Sieben. Ansonsten auf Mikrofon sieben. Ja, Jochen Dörr, Delegator Nummer 96, ich möchte für den Antrag sprechen, weil wenn es in Flächenlandkreisen fehlen Möglichkeiten, es scheint mir nicht solche Bürgerservicebüros zu haben, ist es für die Bürgerinnen und Bürger sehr schwierig. Und es ist auch eine Sollregelung, da möchte ich einfach darauf hinweisen, es ist keine Mussregelung, sondern eine Sollregelung. Von daher finde ich das einen sehr guten Hinweis und würde den Antrag euch bitten zu unterstützen. Vielen Dank. Ich lasse über den Antrag abstimmen. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, der oder die hebt bitte die Delegiertenkarte. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Es war eine ziemlich eindeutige Mehrheit gegen diesen Antrag und wir fahren fort. Auf der Seite 26 findet ihr ganz unten den Antrag G1.13 des Kreisverbandes Soest. Dieser wurde von den Antragstellern übernommen und muss nicht abgestimmt werden. Und damit sind wir bei den Änderungsanträgen durch. Vielen Dank, lieber Falk. Nachdem nun alle Änderungsanträge bearbeitet wurden, kommen wir zur Schlussabstimmung über die kommunalpolitischen Leitlinien. Wer den nun vorliegenden und hier durch uns geänderten kommunalpolitischen Leitlinien mit den beschlossenen Änderungen zustimmt, erhebe bitte die rote Stimmkarte. Wer stimmt gegen? Gibt es Enthaltungen? Der Antrag hat die Mehrheit gefunden. Damit sind die kommunalpolitischen Leitlinien beschlossen. Liebe Genossinnen und Genossen, es hat die Entscheidung gegeben, dass wir heute noch einen Antrag behandeln. Das ist der Dringlichkeitsantrag D2, Solidarität mit der HDP. Linke verurteilt die Angriffe auf die HDP und die Antragskommission erhält das Wort. Guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit zur später Stunde. Antragstellerinnen und Antragsteller des Dringlichkeitsantrags D2 sind der Parteivorstand, Seven Dadelen und 62 weitere Delegierte. Da es hier im Vorfeld eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Initiatoren Seven und dem Parteivorstand gegeben hat mit viel Arbeit am Text. Gab es die Verständigung der Antragskommission, sowohl Seven die Möglichkeit einer kurzen Einbringung zu geben, als auch für den Parteivorstand. Tobias Pflüger würde sich dort vorbereiten. Darüber würden wir uns bitten. Vielen Dank. Gibt es für die Einbringung, erhält Seven das Wort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben schon oft heute hier in diesem Saal über die HDP gesprochen und bis vor kurzem hatte es auch eine Kundgebung zur Solidarität mit der HDP hier am Bahnhofsvorplatz mit 350 Menschen gegeben. Ich und der Parteivorstand und viele Delegierte beantragen hiermit, dass es eine Solidaritätserklärung gibt dieses Parteitages, weil die Menschen in der Türkei, die für Frieden, für Demokratie, für Freiheit auf die Straßen gehen und zum Beispiel eben auch die HDP wählen wollen, wirklich massiv attackiert werden. Es sind heute bis zu 1.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in der Türkei festgenommen worden, neben den ganzen Attacken und Angriffen, die es bis gestern noch gegeben hat, mit Explosionen, mit Toten und Verletzten. Die Menschen brauchen unsere Solidarität, nicht nur wegen der Wahl morgen, wo viele große Wahlfälschungen auch befürchtet und erwartet werden, sondern auch, weil sie möchten, dass wir die Bundesregierung hier kritisieren für ihr Schweigen der Unterdrückungspolitik von Erdogan und AKP, aber auch für ihre Kumpanei mit diesem Staat, der AKP und auch von Erdogan. Und deshalb, deshalb, liebe Genossen und Genossen, finde ich, ist es an der Zeit, dass wir heute noch vor dem morgigen Wahltag eine Botschaft aussenden an die Türkei, nämlich die sagt, Herbüji, Bratia Gellan, yaşasın halkların kardeşliği, hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Für den Parseilvorstand Tobias Flüger, bitte. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die Situation im Moment in der Türkei ist sehr ernst. Wir haben einige Abgeordnete und weitere Personen unserer Partei als Wahlbeobachter und die Informationen, die wir bekommen, sind die, dass jetzt in den letzten Tagen vor dem eigentlichen Wahlgang richtig heftig eskaliert wird. Und man muss das, glaube ich, sehr deutlich sagen, es ist explizit so, dass Erdogan mit seiner Politik für diese Eskalation wesentlich mitverantwortlich ist. Und wir müssen von hier aus ein klares Solidaritätszeichen setzen. Das hilft auch denjenigen vor Ort, die wir unterstützen, diejenigen, die für die HDP kandidieren und die konkret auch angegriffen werden. Es gab inzwischen mehrere Todesopfer und ich glaube, wir müssen von hier aus ein klares Zeichen setzen. Wir unterstützen die HDP und wir unterstützen diejenigen, die dafür kämpfen, dass die Türkei nicht zu einem autoritären Präsidialstaat à la Erdogan werden. Insofern bitte ich euch auch im Namen des Parteivorstandes um eine klare Zustimmung zu dieser Resolution und wir werden das nochmal versuchen, in die Türkei auch als Information zu bringen. Die Linke steht hinter der HDP und unterstützt eindeutig ihre Position und hofft dafür, dass es tatsächlich gelingt, die 10-Prozent-Hürde, die ja eigentlich unglaublich undemokratisch ist, zu überwinden. Insofern stimmt dem Antrag zu. Ich glaube, das Zeichen ist dringend notwendig. Ich bin nach der Geschäftsordnung gehalten, zu fragen, ob es zu diesem Antrag eine Gegenrede gibt. Das ist nicht der Fall. Gibt es noch den Wunsch einer Fürrede? Das ist auch nicht der Fall. Dann lasse ich über den Antrag abstimmen. Wer dem hier eingebrachten Antrag D2, Solidarität mit der HDP, die Zustimmung geben will, der oder die hebt bitte das Zeichen der Delegiertenkarte. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist der Antrag bei drei Enthaltungen einstimmig angenommen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind damit am Ende des Beratungstages. Ich möchte euch darum bitten, bitte nehmt euren Müll mit raus. Alles, was auf den Tischen liegt, bleibt liegen. Was hier auf dem Fußboden liegen lasst, wird entsorgt. Bitte nutzt auch die Müllbehälter. Das macht es denjenigen, die hier aufräumen, einfacher. Es findet eine Tanzveranstaltung statt, und zwar auf der Empore der Ausstellungshalle. Und diejenigen, die das Tanzbein schwingen wollen, sind dazu herzlich eingeladen. Das Tagungsgebäude ist morgen ab 8 Uhr geöffnet. Wir setzen den Parteitag um 9 Uhr fort, und zwar mit dem Tagesordnungspunkt 8, Bericht und Wahl der Bundesschiedskommission. Wir wünschen allen Delegierten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, allen Gästen und Besucherinnen und Besuchern noch einen schönen Abend und einen guten Heimweg und ein beschwingtes Tanzfest.